Da und wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Let's Play und zwar spielen wir heute A Plucktail Innocence und da werden wir einfach mal reinschauen. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr komisch aus mit den Ratten da unten. Ich freue mich, jeder der Angst hat vor Ratten sollte vielleicht nicht mit einschalten, aber ey, bleibt dran, wir gucken mal rein. Ich will spielen. Haben die Angst vor Licht? Ich habe noch ein paar schöne Tipps für euch. Okay. Erstens, das Erbe der Rui. Das Königreich Frankreich. Oh, le Petit. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine zehn Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Was machen wir jetzt? Als erstes mal ist die Hundi. Oh, gucki, 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 gucki. Oh, Hundi, Hundi. So, machen wir jetzt die Kampfübung? Was ist das? Okay. Also grafisch muss ich ja schon mal sagen... Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gaën strotzt vor Kampfeshausen. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unehnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon. Du wirst Beute finden. Ich glaube an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Hallo, Mutti. Ja, also wie gesagt, grafisch sieht es richtig nice aus. Guten Abend. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater. Ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Was ist denn los? Welch große Autorität, Ritter der Hun. Na los. Und bring zur Aufmerksamkeit mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte die Selindereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Warum rennt ihr jetzt auf einmal so los? Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Was für die Schleuder. Also okay, wir sind hier im 13. Jahrhundert. Nee, im 14. Jahrhundert. Entschuldigung. Und alter ist ja... Magst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia der Hun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des, ähm, heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du sechs der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis zehn gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben, neben dem Stamm, liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay. Also. Wir sind im 14. Jahrhundert. In Frankreich. Und, äh... Französisch kann ich gar nicht, Freunde. Also für jeden, der hier Französisch kann, hier viel Spaß. Das Einzige, was ich kann, ist La Pomme Rouge. Der Apfel ist rot. Lieber sehen. Apfel rot. So, und wir holen jetzt nur mal ein paar Steine. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut. Komm zurück. Äh, äh, äh. Hinter diesen Stamm. Hinter diesen Stamm. Versorg' wirst du schießen. So soll es sein. Bin ich gespannt. Dann mal los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Weiter so, Amicia. Sechs. Sieben. Acht. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. Moin. Da. Ja. Sieh mal eine an. Haben wir geschafft. Wirklich beeindruckt. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk. Von dir. Oh ja. Hatte ich fast vergessen. Meine Güte. Was hat er denn? Was macht er? Oh, oh. Das ist kein gutes Zeichen. Einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell. Lauf schon vor. Ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Ja gut. Ist, glaube ich. Ne, also du hast auch ein bisschen mehr an. Also rüstungstechnisch. Ich habe ja hier keine, keine schwere Rüstung oder so. Wird er denn hin? Aber die Musik ist geil. Leon. Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Naja. Wo ist er hin? Okay. Ah. Dein Knüsser. Da bist du ja. Ich habe keine Steine. Was hast du gewittert? Lieber Himmel. Ein Wildschwein. Wildschwein. Braver Hund. Was machen wir jetzt? Ein Wildschwein. Psst. Sieh mal. Ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Okay, okay. Aber du musst näher ran. Ja, ja, ja. Bleib unten und versteck dich im Gras. Ja, im Gras. Es trinkt. Das ist meine Chance. Kann ich denn auch geduckt? Also, wir werden wir ja gleich sehen. Kann ich hier auch so... Oh nein, es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Zieh nach deinen Kopf. Ja, das heißt jetzt... Was mache ich denn jetzt? Weil ab dem Moment, wo ich ziele, steht sie auf. Kommt der jetzt hier wieder zurück? Oder muss ich zu dem hin? Wir gehen einfach mal ihm hinterher. Vorsicht! Du musst auf den Kopf ziehen. Ich versuche es ja. Ja, 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 ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Du dich ins Gras. Ja, ich bin doch im Gras. Ja, beruhig dich. Und ist auch alles okay. So, wie kann ich den jetzt hier, äh, am Kopf treffen? Ja, so. Wie? Okay, warte. Nein, nein, nein. Äh, was passiert? Na los, ich schaffe das. Ja, ja, ja. Seinen Kopf. Ich muss den Kopf treffen. Ey, was versuche ich denn? Ist ja nicht so, als ob ich das nicht probieren würde. Was ist er denn? Where do you go? Oh, da bist du ja. Von meiner Nase. Ey, 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 ja. Wir wollen mit der Ruhe. Das Problem ist, wenn ich jetzt wieder ziele. Hab ich den jetzt getroffen oder nicht? Ruhe, sie sich. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha. Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, 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 nein. Schnell, Leon. Nicht die Spur verlieren. Oh, er heißt Leon. Ist ja gar nichts für Bianca. Der Hund heißt Leon. Oh Gott. Heute Abend speisen wir wie Könige. Das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon. Äh, warum sieht es jetzt auf einmal so dunkel aus? Was ist los? Ich komme, Leon. Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Das Wildschwein. Es blutet. Okay. Ja, Mensch. Lässt er doch hoch. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Ja, ich weiß jetzt nicht. Das sieht nicht so gut aus. Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Das ist verdächtig. Er hat was von Resident Evil Wald mäßig. Wer war das? Leon, komm her! Das ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. Ähm. Leon, komm her! Leon! Nein! Nein! Ich bin hier! Ich komme! Nein! Nein! Leon! Wer war das? Was ist das für eine Teufelein? Wir müssen weg. Saufer auf! Du Scheiße! Ja, mein Hund! Plackte eben. Okay. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Hugo? Amicia. Er war ein guter Hund. Hm. Hm. Das ist ja gar nicht gut. Ich habe sie noch nicht fertig. So, Suche Beatrice in Hugos, äh, Zimmer. Wo ist denn sein Zimmer? Also ich muss sagen, also grafisch macht das Spiel schon auf jeden Fall alles. Rosella Amicia, wie war der Spaziergang? Das ist später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Einige wurden in der Nacht gebissen. Ich werde es ihnen sagen. Dahinter stecken sich ja die Engländer. Okay. Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Beißen? Alia Horatio sagt die Sammitteilung. Engländer beißen andere Leute? Was sind das für Kommentare? Schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Äh. Bin ich hier richtig? Nein. Wo ist denn das Zimmer von? Ja, bestimmt. Also im Stall glaube ich nicht, oder? Muss ich hier durch? Wo muss ich hin? Warte mal, kann ich hier? Warte, 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 warte. Muss ich durch die Kirche quasi ins Dorfzentrum? Ist es, ist es possible? Ja, es ist, es ist richtig hier. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Oh. Gar nicht gut. Ich habe Glück in diesem Haus untergekommen zu sein. Gabrielle, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Hallo? Warum läufst du? Schiebt die mich einfach weg? Ja, wie, der Kleine hat Anfälle? Also, der Kleine ist unser Bruder. Ist aber für die damalige Zeit. Ist es aber ein Riesenhaus. Hallo? Ist ja mal gar nicht so klein. Ähm. Ist der krank, der Kleine? Hat der, hat der, hat unser Bruder irgendwie? Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Madame Beatrice. Warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr, möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Also, wir sind anscheinend sehr, ähm, wohlhabend. Würde ich jetzt mal so tippen. Weil sonst hätten wir ja nicht so ein Haus und so eine Angestellten. Hallo? Also. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr, Leon lag winselnd am Boden. Und dann wurde er... Pssst! Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schieß die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden. Egal, was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Ich bin leicht verwirrt. Werden die jetzt überfallen? Oder... Also, ich würde jetzt gerne schon mal rausgucken wollen, ne? Können wir hier so rausgucken, was hier draußen passiert? Hallo? Okay, hier kommen wir nicht rein. Verschlossen. Verschlossen? Und? Verschlossen. Äh, ich dachte, wir sollen zu... Zu dem Bruder? Oder ist er hier drin? Warte mal, der ist ja hier drin, oder? Toll. Achso, warte mal, kann ich die Tür auch zumachen und abschließen? Was? Nee, geht nicht. Schade. Was? Wie? Bücher. Wie lange ist er schon hier? Vier Jahre? Fünf? Wo ist er? Hugo? Guck mal hier! Wie, guck mal... Er ist raus! Er ist... Fenster... Oh, nee, doch nicht. Äh, ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo? Wie, ihr kennt uns nicht so gut. Mama wird bald zurückgekommen. Ihr seid Geschwister? Warum kennt man sich unter Geschwister nicht gut? Hä? Hat er gesungen? Nein, Senior Nikolas. Er hat zwei Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsuch das Haus. Und? Ist es Mama? Nee. Äh, äh, komm doch mal her. Komm her. Was ist denn? Pst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für ein Spielchen. Brauchen wir ja nicht. Wir können ja hier auch woanders hingehen. Bleib unten. Hugo, ich bin's. Gabriel, komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Hä? Lass sie den Ruhr. Halt die Knappe. Der gehört der Infizition. Ältere mein Kind. Oh nein. Leer. Asche. Fuck. Alter. Das wird sich leer. Nein. Ich flehe euch an. Hugo ist nicht hier. Hey du. Bleib. Komm schon. Sag es nicht noch einmal. Als. Wo ist Hugo der Ruhm? Oh Gott. Haydn Sieg. Komm, wir gehen nicht runter. Ah. Du Scheiß. Also, was ist, was, warum? Luizia, was ist hier los? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Machen wir das hier richtig? Das ist nicht offen. Oh mein Gott. Luiz. Hört ihr etwa Spaß, mich so durch die Gänge zu schäukeln? Ja, du, beruhig dich. Alter, was ist denn? Was stimmt denn mit dir nicht? Wir müssen, wir müssen weiter. Nicht hier sehen. Nein, nein. Nein, Hermesia. Wir müssen weitergehen. Sag schon, muss ich dir wieder weh tun? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu. Das ist deine letzte Chance. Ey, was? Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren machst. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Aber die Warte, was ist dein Guter? Oh, wo geht das? Oh. Gibt es hier keine Heimgänge? Irgendwas? Keine Ahnung. Wo ich mich verstecken könnte? Oh. Wen haben wir denn da? Was? Wo wollt ihr zwei denn hin? Ja, weg. Oh. Oh, Kinder. Oh, meine, 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 meine. Was geschieht hier? Ja. Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Okay, okay, okay. Also, wir sind jetzt bei der Muddy. Und wir haben so'n, wie sind wir alle so'n, so'n Anleger? Ich geh zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Okay, okay. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, wenn du Hugo alleine lässt, gerät er in Panik und macht die Gegner in der Umgebung auf sich aufmerksam. Ja. Ja. Also, sollten wir ihn nicht lang alleine lassen. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Okay, okay. Wartet. Mama. Shh. Also, Heiden Sieg mit der Muddy. Warum sind die auf der Suche nach diesem Jungen? Also, ich mein, hat der irgendwas... Spezielles? Der Gärtner kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Magische Tricks? Keine Ahnung. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Hat geklappt. Shh. Versteckt euch. Ich arbeite schon immer hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahr zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastard. Feiglinge. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung. Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Hier. Robert, der Ruhm. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Nein, Amicia. Deine Schleuder wird uns verraten. Du hast recht. Dieses Geräusch. Gut. Jetzt gehen wir. Und da drüben. Okay. Es geht auch ohne Schleuder. Wer hätte es gedacht? Au, mein Kopf. Atmen, Ugo. Wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Ein besseren Hautmann hat die Wache nie gesehen. Gut. Zumindest hat er den Vater. Gehen wir. Komme gleich wieder. Komm, leben wieder. Oh Gott. Komm, leben wieder. Können wir die nicht einfach überwältigen? Also, irgendwie. So, mit einem Stein. Okay. So. Tabulator. Äh, Topf werfen. Was war denn das? Ja, das war ein Topf. Gucken. Los jetzt. Okay. Ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Oh, war vielleicht gar nicht so gut, den da hinzulocken. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Ugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du da hindurch kriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Okay. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Und der macht auf der anderen Seite das Tor auf? Oder wie? Also weiß er das? Dass er das machen soll? Oh ja, macht er. Wer ist jemand in meiner Hand? Los. Gnade. Gnade. Warte. Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Okay. Kommt mit. Also ganz schön spannend. Also, so heidend sie. Und man weiß nicht warum. Ja, nun. Wo ist denn jetzt? Warum kommt er denn nicht mit? Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Ego. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen. Mein Kopf. Hör mir zu. Was passiert? Atme. Denk an die Wolke. Beim Ein-Ausatmen. Ein-Aus. So ist es gut, langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Ego? Ich... Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Also, okay. Hat der sowas öfter? Du kannst herkommen. Ja. Ja. Okay. Lass uns weitergehen. Okay, okay. Jetzt machst du das wenigstens. Okay, super. Gut, dann weiter. Mit Ego ist das zu gefährlich. Erst langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja. Dann habt ihr mehr Zeit. Okay, wait. Dann ist warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Ja, ja, ja. So, jetzt machen wir hide and seek. Er dreht sich um. Dann holen wir uns so einen Top. Ich kann nur einen nehmen. Äh, und dann schmeißen wir den... Wirf den Top, um den Gegend abzulenken, um Ugo zu dir aufzuschließen. Okay, okay, okay. Let's do it. Ja, das war jetzt gar nicht so clever. Schade. Aber zum Glück haben wir hier noch einen Top. Äh... Ja, wie, wie, wie... Muss ich den denn hinschmeißen, damit die hier... hier hinkommen können? Ich sollte mich beruhigen. Ja, dann gehen wir wieder nach da hinten. Was soll ich denn da hinschmeißen? Hier dazu? Natürlich nicht. Warum auch? Gut. Letzter Versuch. Letzter Topf. Was soll ich den denn hinschmeißen, dass er hier... äh... sagt, auf jeden Fall, hier ist meiner. Hier hin. Ja, sehr ernsthaft? Ich hab keinen Topf mehr. Neee, hee, hee. Scheiße. Äh. Äh. Hier komm ich nicht hin? Wie mach ich denn das jetzt? Scheiße. Ja, 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 ja. Alles in Ordnung, ich bin hier. Du bist verschwunden? Nein, 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 ich... Alles gut. Scheiße. Wie mache ich denn das jetzt? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Kann ich das so machen? Nein. Das reicht nicht aus. So jetzt. Zu wenig. Oh, Chad, wie mache ich denn das jetzt? Ich habe ja nichts mehr. Einfach da hin? Ich habe keine Töpfe mehr. Muss ich mich jetzt catchen lassen? Also damit hier wieder Töpfe nachwachsen? Also, wird mir ja nichts anderes übrig. War da nicht in deiner Tasche noch was? Ja, ich hatte Steine. Ich hatte leider nur noch Steine. Auf Steine hat er nicht reagiert. Gut, dann weiter. Mit Ugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Ja, 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 ja. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ja. Jetzt machen wir das mal anders. Mit den Töpfen. Gut zielen. Mutter und Ugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Echt, warte? So. Popf, ausgewählt. Was soll dieser Gast? Ich muss Ihnen Bescheid geben. Psst. Kommt her. Wir kommen. Kommt her. Beeilt euch. Gut gemacht. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber seid vorsichtig. Ich komme. Oh. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Ja. Da ist noch eine Wache. Die Vorgescheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja. Aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut. Überlass das mir. Was war das für ein Geräusch? Okay. Ungefähr da hin, wie er, was? Hin, wie er umdreht. Auf den Topf nicht so weit weg. Ja. Das dachte ich mir am Ende jetzt leider auch. So, jetzt. Geh schon. Na los. Na los. Okay, ist dämlich. Sehr gut. Oh. Ihr lebt. Hier entlang. Ihr habt hier entlang. Seid doch gleich. Ihr seid mir. Nicht so laut. Na ja, ich weiß mit dem Topf. Jojo. Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell. Alles ist nicht gut. Gar nicht gut. Madame. Sie kommt. Du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja. Er heißt mir mit Ugo. Er wird sich um euch kümmern. Was ist mit dir? Du musst mich kommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Ich brauch dich. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Nein. Schnell jetzt. Folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Na was? Okay. Ugo, komm mit. Schnell. Drücken die Schwester. Den Jungen raus. Alle halten. Wir leiden. Was ist los? Wo ist Mama? Wir müssen jetzt... Oh Gott. Lauf. So schnell du kannst. Was? Das ist gar nicht gut. Ja, sie sind... Ja... Und auch vor uns. Scheiße. Nee, das funktioniert nicht. Also... Alles... Gott. Wo soll ich mir nur hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Soll ich was nicht sagen? Soll ich noch nicht sagen? Wir wollen hier sterben. Äh, hoffentlich nicht. Wir müssen die loswerden. Oh nein. Sie sind überall. Was sollen wir tun? In den Flusspringen. Tiefluft holen. Ich spring! Okay. Zweitens. Die Fremden. Das haben wir geschafft. Wo ist der jetzt unser Bruder? Hör da. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, in Laurentius zu finden. Laurentius? Ugo. Ugo? Das wird Mama nicht gefallen. Dass ich ins Wasser gefallen bin. Nö, das ist... in Ordnung. Dann... sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm. Zuerst müssen wir trocken werden. Suche Hilfe. Okay. Na dann lass uns so... Also... Aber hier sind wir jetzt noch sicher, oder? Also jetzt hier ist... Hier ist jetzt nichts weiter. Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja. Natürlich. Ja. 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 Wo sind denn nur alle? Oh, das sieht nicht gut aus. Weil ist denn jetzt hier auch... Also... Ist hier auch irgendwas passiert? Sind die hier auch eingeritten? Oh, die Hüte. Die sind... ganz schön groß. Ja. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Fauchen? Ist das nicht wie eine Art Viren eher? Als fauchen? Okay. Dann fauchen sie. Oh, Äpfel. Hugo, jetzt nicht. Aber... Nicht anfassen. Die sind alle verdorben. Aber ich hab Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Er hat das nicht so mitbekommen wie du. Auch. Da müssen eine Menge Leute sein. Äh, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass da es einfach... nur brennt. Verzeihung. Bitte wartet doch. Madame. Warum rennen die denn weg? Was haben sie denn nur? Die waren ängstlich. Hä? Warum? Verzeiht. Ich bin die Tochter von Senior Robert Derun. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte. Es ist so kalt. Wie? Warum? Hilft uns denn keiner? Hallo? Was seid ihr denn für... Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen Der Derun wurde angegriffen. Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Wir sind krass und hungrig. Was ist denn hier nur los? Es sind Kinder... Es ist... Hallo? Kann man doch wohl mal helfen? Okay. Wir gehen mal Richtung Rauch. Geht's hier richtig? Ja. Okay. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Warum? Ist der mit euch verkehrt? Ich bin ein Nöten. Muss man helfen? Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück. Das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh. Sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut. Tut mir leid. Okay. Dann gehen wir da vielleicht nicht klopfen. Ach du Scheiße. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Nee. Nicht wirklich. Mein Gott. Du Scheiße. Scheiße. Was? Warum? Ihr! Ich flehe euch an! Holt Hilfe! Ich will verdammt sein! Da ist der Rest von ihnen! Was? Was? Nein, wartet! Wir suchen nur nach jemandem! Und ihr habt ihn gefunden! Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat! Das Geschmeiß, die unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat! Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber! Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert! Amicia! Komm schon! Ja, lass uns mal ganz schnell lieber verschwinden. Aber so ganz, ganz schnell. Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Ja. Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Ja, wahrscheinlich ja, aber deswegen rennen wir ja weg. Okay. Wir müssen uns verstecken, Amicia! Hier, los! Ein da, schnell! Okay, okay. Ach doch, die Tür zu! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht! Warte! Dann schnapp ich sie mir. Ja, 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 ja. Glaubst aber auch nur du, mein Freund. Was war das für ein Geräusch? Ja, was war das? Geh doch mal gucken, was da für ein Geräusch war. Dann schubst ich dich ins Feuer. Mit deiner Sichel. Komm! Wiedersehen! Sch, sch. Iiii! So, können wir jetzt hier die Tür zumachen und ihn einsperren? Geht das? Dem haben wir es gezeigt. Kann ich jetzt hier zumachen? Mach doch mal zu! Mach die Tür zu! Scheiße, macht er nicht. Oh Gott, da sind sie ja schon wieder. Da sind sie ja schon wieder. Wo, wo sollen die lang? Komm, lauf so schnell du kannst! Hier, komm! Ja, 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 komm, schnell rüber! Schnell, zack, zack, zack! Hopp, hopp! Wenn du so! Verstecken Sie sich gegen einen Loch! Die Schlagels! Vergessen Sie denn noch! Wir hätten nicht herkommen dürfen! Warum tun Sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus! Äh... Oh ja, warte. Warte, ich hab ne Idee... Schnell Und dann klettern wir da hoch und Arrivederci Gut, jetzt können wir raufklettern Oh Hier riecht es nach gegrillten, ja War aber nicht so toll, dass gegrillt ist Okay, was haben wir hier noch? Munition Noch mehr Munition Okay, können wir alles nicht mitnehmen Schade Hier komm ich, hier können wir nicht hoch Das ist auch sehr Schade Ähm Ha Ha Oh, warte mal Die Kette sieht nicht sehr stabil aus Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Schieben wir Na gut Aber recht hat er Es ist nicht ganz so leise Als ob die uns jetzt nicht gehört hätten Aber gut So, lass uns mal hier hochklettern Klettern hoch, ich helfe dir Und nochmal rüber Und dann müssen wir ja noch Immer noch zu unserem Ansprechpartner dahin, oder nicht? Gut, wir haben es geschafft Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden Aber du hast deine Schleuder Du kannst uns beschützen So einfach ist das nicht, Ugo Oh Ja, leider, leider Hm Ja, ist die Schleuder vielleicht nicht so effektiv? Ach man, jetzt kommt die wieder hier Was ist denn? Sie sind nicht sicher, ist Amicia Wir haben keine Zeit Sie braucht sie Sie wird nicht halten Ja, alles gut, alles gut Ich bin gleich bei dir Lass mich hier nicht zurück Amicia, komm her Auf diese Seite Ich bin hier Ich bin hier Ich hab was zum Aufklettern gefunden Gut gemacht Ich werde sie herunterholen Pass auf Okay, warte Kannst du es denn alleine rüber? Also geht das? Oder ist es? Komm schon Ist es zu schwer? Okay, der Kleine ist auf jeden Fall kräftig Gut gemacht Kräftig, kräftig Ich hatte solche Angst Tut mir leid wegen der Leiter Mein Fehler Du hattest recht Wir müssen nach Hause Das geht nicht Nicht ohne Laurentius Laurentius So, wo müssen wir jetzt? Achso, jetzt kommen wir hier lang, ne? Amicia, versteck dich Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad Hier Wir haben es für mich Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren Wir müssen Unschuldige verbrennen Kinder jagen Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Hä? Die kommen hier nicht lebend raus Okay Wir sind sneaky, piekmäßig unterwegs Also, glaub ich Hoff ich Bin ich der Meinung Okay, wait Geh mal da gucken Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Ja, was war das? Also, ich glaube Ich muss da mal gucken gehen Okay Ist er weg Oder auch nicht Ach man, ey Leckt mich doch Was ist denn mit euch verkehrt? Ich weiß nicht Es sind einfach nur Kinder Hast die doch in Ruhe Wir sitzen in der Falle Oh nein Schnell, bitte Ich versuch's ja Komm hier rein Ja, ja, ja Das hält sie nicht lange auf Äh, nee, leider nicht Sie wissen, wir sind hier Ja, ja, ja Ich weiß Nein, sie klemmt Hier Äh, nein Hugo, du musst da durchklettern Mach mal was Ja, ja Von außen und dann Mach's und Mach auf Ja, dann nimm's doch weg Ich versuch's Beeil dich Schnell, Hugo, bitte Ich hab's mit Hugo, er ist hier Hugo, tu doch mal Lauf Oh Gott Das war kein gutes Versteck Amiga, ja, ist gestorben Ja, ha, ha, ha Wo soll ich mich denn noch verstecken? Okay Also hier Komm man hier durch Nein, sie klemmt Wenn du hier durch Und ich muss mich irgendwo hier verstecken Ich weiß noch nicht wo Kannst du's entfernen? Ich versuche Beeil dich Schnell, Hugo, bitte Echt? Hugo, er ist hier Hugo, tu doch was Okay, es War aber knapp Ich dachte, ich hätte mich verstecken müssen Aber gut So geht's auch Nein, geh doch hier rein Hier entlang Habt keine Angst Kommt rein Ja, das sagt die alte Hexe Wir sind weg Komm ich hier einfach nach oben Hier seid ihr sicher Hier werden sie niemals nach euch suchen Ihr seid ja nass bis auf die Knochen Ja Oben habe ich frische Kleidung für euch In einer Truhe im Schlafzimmer Seid Seid ihr sicher? Vielen Dank Äh Sehr nett von dir Auch wenn ich dir noch nicht wirklich vertraue So richtig Aber wir nehmen die Klamotten Why not? Das ist besser Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia Nein, noch nicht Erst müssen wir zu Laurentius Das ist dumm Sie werden uns fangen Hugo Wir tun, was sie uns gesagt hat Hörst du? Hugo, warte Warum rennt er denn jetzt? Kleine Er ist noch nicht weg Kleiner Mann Sie passen euch Gut Sie haben meinen Enkeln gehört Oh Ich heiße Claire Ich bin Amicia Und Und das ist Ugo Bedank dich, Ugo Vielen Dank Claire Was geht hier nur vor sich? Die Pest Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet Es ist entsetzlich So viele sind gestorben Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns Wir suchen nach einem Doktor Laurentius Oh Magister Laurentius Magister? Ja, der Mann kam her und hat dem Hospiz ausgeholfen Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen Keiner nähert sich mehr der Kirche Aus Angst Wir haben keine Wahl Wir müssen nachsehen Ihr werdet dort umkommen Aber niemand hört mehr auf die alte Claire Wie also Ich sehe, du trägst eine Schleuder Du wirst sie brauchen Aber so taugt sie nicht viel Geh in den Hof Dort findest du ein paar neue Lederstreifen In der Werkstatt nebenan Kannst du sie reparieren Hab Dank für die Hilfe Was hat der geschrieben? In der englischen Version Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen Ja, danke In der englischen Version sprechen alle Englisch mit französischem Akzent Findet duf, dass sie im Deutschen immer Hochdeutsch sprechen Ja, das stimmt Hätte mir auch so einen leicht französischen Akzent Äh Hätte mir auch gut gefallen Was hat der hier? Gut, ich hab das Werkzeug Jetzt brauche ich nur noch das Leder Aha Wo ist das Leder? Ist das bestimmt hier draußen? Oh ja Leder Gut, dann an die Arbeit Wie? Einfach nur einmal Leder und das war's? Okay Na dann Dann gucken wir doch mal Komm schon Ganz ruhig Konzentrier dich Seite gedrückt Um deine Schleuder zu reparieren Schon viel besser Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern Okay What? Tasche Munitionstasche Ausrüstung Ohohoho Okay, wir können auf jeden Fall looten Das Spiel gefällt mir jetzt schon Weil Loot Äh, okay Hier kommen wir wieder zurück Gut, ich sollte mich bei Clavie bedanken Achso, bei I kann ich dann auch mich ans Herstellens Äh, okay Okay, 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 okay Kann ich das immer? Oh, ich kann das immer Ist ja geil So, dann bedanken wir uns erstmal nochmal bei unserer Gartenin-Girls, Gabriel Ah Und? Viel besser Vielen Dank, Clavie Vielen Dank für alles Hm Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben Wenn du mich fragst Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf Sei still Kinder Macht nicht so viel Lärm Ich will zu Mama Sei still Du bringst uns doch um Mama würde uns beschützen Genug jetzt Ich will zu Mama Mama ist tot, Ugo Du siehst sie nie wieder Papa auch nicht Sag ihnen doch das nicht so Du, du lügst Nicht, also Sie wurden beim Haus getötet Alle beide Also sei still Du lügst, du lügst Ich hasse dich Bitte hört auf Ugo, nein Ugo, warte Nicht rausgehen Das ist doch verrückt Warum rennt er denn jetzt los? Hier geht wie bei Alien Beziehungsweise Wenn Rohstoffbeutel voll Fix was basteln Um Platz zu schaffen Okay Ugo, komm zurück Bin ich denn Rohstoffe überall? Einfach so? Random? Wenn er sich Oh nein Er wird uns doch umbringen Random und Glob in Kisten und so Okay, hier komme ich nicht durch Warte, dann muss ich hier rüberklettern Ach du Scheiße Was denn hier passiert? Ich will ganz schnell weg Ich hätte dich nicht anschreien sollen Hör mir doch zu Die liegen alle hier rum Was? Er nimmt gleich noch rüber Oh nein, nein, nein Nein, lass ihn los Da warst du also die ganze Zeit Nein, wartet Wir wollen hier nur weg Ja, ihr will Bitte nein Schon mal was gegen den Kopf bekommen, mein Freund? Ich wollte das nicht Doch Ach, das wollte ich Amicia Amicia Ugo Ich Ich komme Also, ich wollte das so Bitte, er darf nicht tot sein Er darf einfach nicht tot sein Ugo Wo ist er denn? Warte, er ist jetzt nicht zum Friedhof da hochge... Amicia Lass mich los Hör mit der Zappelei auf Amicia 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 Du wirst mich nicht unter die Erde bringen Ich werde mit dir anfangen Warum muss ich hier herkommen? Bitte Was soll ich jetzt mal rüberbringen? Gegen die Rüstung zu schießen ist zu tun Fuck Ja komm, komm, komm Hol doch raus Hol doch raus Komm Komm Do it Hehehe Hell Du entkommst mir nicht früher oder später Willkommen, komm Gut, gut, gut 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 Aha Na klar Das wird mir helfen. Lass mich wohl, lass mich wohl. Ich werde dir zeigen, was ich... Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zweit... Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast gar nicht geworben, was ich hatte. Nein. Fick mich nicht, dass du tot bist. Da musst du dich schon mehr anstrengen. Okay. Dann streng ich mich halt ein bisschen mehr an. So, jetzt habe ich aber keine Munition mehr. Wait. So, jetzt kriegst du... Jetzt kriegst du was ins Gesicht. Flatsch. Na? Tschüssikowski. So wie zu eurem Anführer, Freunde. Kein Gegner für der aktuellen Spanny. So sieht es aus. Es war Selbstverteidigung. Wenn ihr einen angreift, der wollte uns töten. Oh, jetzt kommen die nächsten an. Wirklich. Es ist ja schlimm. Schlimm ist es. Vergeltung. Wir sind in der Kirche. Also da, wo wir eigentlich nicht hin sollten. Aber wir wollten ja hier hin. Erkunde die Kirche. Okay, warte mal. Wir holen uns erstmal... Ey! Go! So. Den kann ich jetzt gleich zu mir holen. Okay. Aber vielleicht finden wir ja schon mal ein bisschen Lulululut-Kram wieder. Und dann geht es hier noch auf eine Leiter. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst. Aber verbrenn dich nicht. Danke. Du darfst es auch zwei anzünden eigentlich. Achso, ich kann mich nicht so weit von ihm wegbewegen. Weil da liegt Lulut. Ich will den Lulut nehmen. Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Äh. Ja. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Erschreck mich doch mal so. Berührt einfach mal rum. Hallo! Okay, also hier gibt es auf jeden Fall Lululut. Ich finde das gut. Was ist das hier? Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Okay, und hier können wir dann auch noch was machen. Also hier können wir dann wahrscheinlich... Wollen wir mal gucken, was können wir hier machen? Beten. Vergib mir. Die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Hm. So, wir können ja mal kurz gucken. Rosenkranz. Diese auf einfache Materialien gefertigte Kette werden zum Beten verwendet. Ihre weite Verbreitung zeugt von der außerordentlichen großen Rolle, der Religion innerhalb der Gesellschaft spielt. Die Religion verspricht nicht nur die Erlösung der Seelen all ihrer Gläubigen, sondern stiftet auch Möbel für Krankenhäuser und sorgt mit Prozessionen und Feierlichkeiten innerhalb des Jahres für Struktur. Aber die Kirche verfolgt auch Ketzer, verdammt die Gottesläster und exkommuniziert sie in schwerwiegenden Fällen, wodurch sie jeglichen Recht am Glauben verlieren und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Ja, also die Kirche ist ja schon sehr lange in der Geschichte. In der, ne? Die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Aber gut. Hier, sieh mal! Ein zerbrochenes Fenster und eine Leiter. Vielleicht kommen wir da raus. Komm, hoch mit dir. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Ugo. Vertrauen. Ah, die sieht stabil aus. Sehr gut. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht. Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte. Es ist wichtig. Da unten liegt noch Lut. Deswegen will ich da unten hin. Warum sollte ich jetzt gehen? Kann ich hier raus? Sehr gut. Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein. Er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Das ist eine schöne Frage. Eine schöne, also ne? Könnte man denken. Aber ich glaube das leider auch nicht. Ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich ja gerade noch was gucken hier wegen bauen und aufwerten. Was kann ich denn mit Schwefel machen? Was bist du denn? Ne, du bist Stoff. Du bist, ne, du bist auch kein Schwefel. Du bist Schwefel, ne? Da kann ich was, okay. Drei Stoff. Aha. Aha. Versteck die dick ihre Tasche für Materialien und sie robuster zu machen. Okay, 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 okay. Okay. Wir werden nochmal ganz kurz gucken. Mal schauen, was wir da noch so alles... Also, wir können auf jeden Fall eine Menge herstellen. Ich finde das schon mal mega. Loot ist immer gut. Warte, ist noch Stoff. Ist ja auch nicht verkehrt. Uh. Alkohol haben wir auch gefunden. Das ist gut. Leder. Auch sehr nice. Ist hier noch was? Ne. Hier? Ne. So, aber hier unten gab es ein Buch, wie ich gesehen hatte. Und noch was anderes. Ich weiß noch nicht was. Ich würde gerne... Warte mal. Wir können... Wir können Blumen... Können wir pflücken? Blumen, die sind wunderschön. Hören Sie mit. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Ugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh. Na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Ugo. Schon gut. Okay. Krass. So, hier. Hier. Salpeter. Mhm, 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 mhm. Ach, der ist jetzt eigentlich bei jeder Pflanze, die wir haben? Also, die wir finden, dass er so irgendwie sie pflückt und, und mich damit bestückt. So, mäßig. Also, ich hätte nichts dagegen. Okay. Also, Rohstoffe finden wir auf jeden Fall schon mal sehr viele hier. Finde ich... Das finde ich schon mal sehr gut. Können wir hier rein? Nee. Das heißt also, wir können auch demnächst bald wieder, irgendwann... Äh... Sachen upgraden. Pater. So, Pflanzen sind... Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte. Jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich... Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein guter. Ein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie. Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort. Unverzüglich. Sonst sterbt ihr. Aber Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Ich... Laurentius. Laurentius. Ja, wo ist er? Ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang... Durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Was? Ich könnte euch den Weg zu Laurentius' Hof weisen. Ja. Doch dann... Ja, was dann... Möge Gott euch behüten. Ja. Also wir können uns ja auch ein bisschen verteidigen. Das funktioniert ja schon. Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Im... Was? Ja, das haben wir gesehen. Ja, ja, ja. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Äh... Bruder Morell? Bruder Morell, wo bist du? Wartet hier. Okay. Also wir werden jetzt natürlich da wahrscheinlich nicht warten. Wenn wir die Möglichkeit haben, wenn wir uns erstmal oben schauen. Bruder Morell! Aber anscheinend müssen wir warten. Und Bruder Morell ist anscheinend nicht mehr danach. So. Oh oh. Unserem Kleinen geht's nicht so gut. Stimmt das nicht? Vater? Nein, 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 nein! Ah! Nein! Schnell! Das liegt... Alter, nein! Das liegt! Das liegt! Okay. Was ist denn mit euch nicht richtig? Wie aggressiv sind die denn? Äh... Holger, den Priester... Was? Alter! Aber wo sind die hergekommen? Wieso sind das so viele? Okay, wir gehen uns doch nicht umschauen. Sie sind überall. Ja, bleib hier weg, du. Wir haben einen vor dem Licht. Okay, solange wir Licht haben, ist cool. Cool, 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 cool. Verpisst euch. Verpisst euch! Das ist ein Altenraum. Wir müssen hier raus, Amitia. Ich weiß, los, weiter! Oh Gott, da ist der andere. Oh Mensch, der andere Bruder. Der Bruder Morell. Oder Morell. Wir müssen da raufklettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte! Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Der drüben, auf der anderen Seite haben wir eine neue. Nee, haben wir nicht. Scheiße, wir haben keine neue Fackel. Und ich die nehmen? Nein. Ich kann die nicht nehmen. Ich verstehe nicht, warum ist so vieles Feuer? Wir brauchen Feuer. Ja, nimm doch hier. Das Holz verbrennt schnell. Wir müssen uns beeilen. Ja, kein Problem. Gar kein Problem. Geh weg! Beruhige dich, Ugo. Das Licht beschützt uns. Verstehst du? Na gut. Hätte ich mehr Stöcke mitnehmen können? Du kannst in deinem Stock fallen lassen. Der Priester erwähnt einen Weg nach draußen durch die Krypta. Ich brauche mehr Stöcke. Amicia, die drei Statuen. Die Krypta der drei Heiligen. Das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Äh. Ich habe keine Ahnung. Kann ich das hier nehmen? Nee, natürlich nicht. Komm, ich helfe dir. Ja. Okay, wir haben einen anderen Weg gefunden. Ich würde gern... Hm. 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 Da oben, Amicia. Die sollte ich runterholen können. Achso. Wait. Sie haben sie alle gefressen. Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. Fuck. Kann ich irgendwas herstellen? Natürlich nicht. Taschen sind voll. Gar nicht gut. Kann ich hier raus? Nein. Okay. Also wir können hier nach oben. Das können wir wahrscheinlich auch machen. Na gut. Aber ich hätte gern nochmal so eine Fackel. Oder einen Stock. Oder irgendwas davon. Steine. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Also hier hoch kommen sie anscheinend nicht. Oder nur begrenzt. Sagen wir es nur so. So Leder. Hier können wir wieder rein. Da drüben können wir auch nochmal rein. Nice. Also wieder runter. Ich will also. Okay. Das war nicht so gut. Ich wollte gerade noch sagen. So von Ratten aufgefressen zu werden. Ist mal anders. Scheiße. Los. Kletter hoch. Natürlich. Aber. Ja. Gut. Gehen wir erstmal hier wieder hoch. Weil hier haben wir ja noch die Steinchen. Haben wir hier noch irgendwo anderen Loot gehabt? Nee ne? Nee. Hier hatten wir noch was schönes. Da war natürlich alles mit. Also wir werden hier nichts verschwenden. So. Dann machen wir hier den hier wieder mit Roklaro. Gut. Wir gehen gleichzeitig. Diesmal stellen wir uns nicht so dämlich an. Und stellen uns dann irgendwie in den Schatten. Ich gehe zuerst. Macht dir keinen Sinn. So. Wir warten jetzt einmal ab. Ne? Es schwingt hier. Schwinglinge Ding. So. Jetzt können wir hier hinrennen. Sie sind zu laut. Viel zu laut. Ugo. Verruhige dich. Okay. Wir sind erstmal hoffentlich in Sicherheit. So ein bisschen. Was ist das? Hilft das gegen die Ratten? Nein. Das riecht nach Bier. Sie müssen es hier gebraut haben. Boah. Das gute. Das gute Priesterbier. Kann ich hier eigentlich jetzt auch was herstellen? Also. Wäre das eine Option? Oder brauche ich dafür wirklich eine Werkbank? Jedes Mal. Ich brauche wirklich eine Werkbank jedes Mal. Weil ich habe hier unten dieses Werkzeug nicht. Das ist gar nicht so toll. So. Jetzt schwingen wir mal hier mit. Und gehen jetzt hier rüber rein. Oh. Ganz schnell. Sehr gut. Hier ist eine Werkbank. Ich kann nichts herstellen. Warum kann ich denn nichts herstellen? Ey. Ist es jetzt ernsthaft? Was ist das denn? Toll. Nelken werden als Gottesblumen bezeichnet. Manche führen diesen Namen auf ihre Schönheit zurück. Andere beziehen sie sich auf Legenden. Laut derer sie aus dem Blut von Christus, Wundmalen oder den Tränen der Jungfrau Maria entstanden sein sollen. Sie gelten daher als Symbol für Liebe, Leidenschaft und Hingabe. Ihre Blütenblätter wird eine fiebersenkende Wirkung nachgesagt. Und in Essig eingelegt soll man damit Pestbollen reinigen können. Was ebenfalls zu ihrem guten Ruf beitrug. In Klöstern, die ein Ort der Stille und des Gebets sind, kann man wahre Handwerkskultur beobachten. Ob im kulinarischen, Textilien oder künstlerischen Bereich. Lange Zeit war es, allein den Mönchen durch Erlass Karls des Großen höchstpersönlich vorbehaltenen Bier zu brauen. Diesem Getränk verdanken offenbar auch mehrere Dörfer ihre Rettung, da es durch das Erhitzen bei seiner Herstellung keimfrei gemacht wurde. Hinter dir ist noch Loot. Loot! Oh, sehr gut. Noch mehr Loot? Aber jetzt habe ich ja... Jetzt, jetzt... Jetzt hätten wir Möglichkeiten. Sehr gut. So. Wir könnten... Entweder die Tasche aufwerten. Bietet Platz für bis zu zwölf Materialien einer Art. Oder... Rennen und Ausweichen machen weniger Lärm. Aminika entfernt das Holz ihrer Schuhsohlen und wickelt ihre Unterschenkel in dicken Stoff ein, was ihre Bewegungsgeräusche erheblich dämpft. Ha! So. Achso, das wäre dann... Ah, okay. Ich sehe dann quasi auch... Sehe ich das? Ne, sehe ich. Sehe ich nicht. Schade. Ähm... Chat, worauf habt ihr Bock? Also ich glaube, ich würde die Tasche nehmen, wegen dem Loot. Aminika verstellt die Dicke ihrer Tasche für Materialien und macht sie robuster. Bietet Platz für bis zu zwölf Materialien einer Art. Weil der Lärm, bin ich der Meinung, ist jetzt... Noch... Wirklich noch... Äh... Gar nicht so... Äh... Schlimm. Oh, hier fehlt mir. Hier fehlt mir. Warte mal, wir können ja... Wir können ja nochmal kurz gucken. Vielleicht finden wir ja hier noch was in dem... In dem Vorraum an Loot. Keine Ratten. Nein! Lass mich! Lass mich! Ich sehe hier keine Fackeln. Wie... Was sollen wir tun? Wir gehen wieder zurück und machen jetzt erstmal die Tasche ready. Das sollte mir die Sache erleichtern. Okay. Rohstoff, Schleuder, Ausrüstung. Rohstoff, Tasche, Schleuder, Ausrüstung. Äh... War ich ja gar nicht so verkehrt. Nee. Gar nicht so verkehrt. Die Ratten, sie... Sie fressen das Fleisch. Das könnte funktionieren. Ach so. So meint ihr. Ey, 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 Freunde. Hier nicht... Nicht so. Gut. Das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Okay. Komm mit. So, ich will mal ganz kurz gucken. Weil wenn die abgelenkt sind, kann ich ja hier nochmal ganz, ganz gemütlich looten, oder? So halbwegs. Oh Gott. Da, die drei Heiligen. Was? Schau mal, hier sind noch Muttsachen. Fast übersehen. Okay. Nun gut. Wir müssen vorsichtig sein. Ey, überall sind diese Drecksviecher. Das ist ja gar nicht gut. So. Gibt's hier... Kann ich dich mitnehmen? So als Lichtquelle? Ach, ich kann hier auf dem Tisch rumbalancieren. Nein, 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 das machen wir nicht. Warte, hier war noch was. Na gut, kann ich mitnehmen. Ist hier noch irgendwie Loot? Ne. Äh. Achso. Da. Aber einmal ihn schicken. Jetzt müssten wir hier noch irgendwo ein Schinken finden. Oder können wir jetzt einfach hier hin? Wie geht das? Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Was muss ich denn drücken? Wiederholt E drücken. Na nun. Hüpf doch runter. Ich kann nicht die ganze Zeit E drücken. Es ist anstrengend. Hüpf doch runter. Bitte. Ich hab doch gedrückt. Geht's dir gut? Ja. Bleib wo du bist. Der Boden ist total morsch. Amicia, wie... Wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg. Keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Ja. Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Bereit. Bereit. Gut, dann los. Langsam. Sehr gut. Ach du Scheiße. Das ist aber ganz schön nah. Oh Gott, hier ist dunkel. Dino, da ist dein Loch. Willst du die Fackel haben? Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Na, dann gib mal her. Wie soll ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Wer sagt denn das? Da hängt da keine Ratten sind. Wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. Jetzt lasse ich die Fackel wieder hier. Na, ist klar. Jetzt hatten wir schon mal eine Fackel und jetzt lassen wir die wieder da. Ich bin da. Ich bin da. Oh Gott. Das wird nichts bringen, Scheiß. Wo ist er denn? Hey, 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 Freunde. Ähm. Ähm. Warte. Nee, kann ich nicht. Was? Was muss da hin? Also, äh. Vielleicht. Nehmen wir einfach mal diesen Stöckerhaufen und gehen mal ganz kurz hier erstmal rein. Verpissung, Freunde. Und sammeln hier erstmal den ganzen Loot ein. Wenn es hier so schönes gibt. Sehr gut. Wisst euch. So, dann nehmen wir uns hier noch einen Stock. Ja, er. Nimm nochmal einen Stock. So, jetzt gehen wir nämlich hier rein. Tschüss. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, ich hab eine Leiter in meinem Amazon. Damit kann ich dieses Land genug am Abstand halten. Was denn? Perfekt, danke. Okay, dann holen wir uns erstmal hier hinten wieder ein Stöckchen. Dann rennen wir hier vor. Gibt es eigentlich noch Loot? Warum kann ich denn auch mit so einem Stock nicht so wirklich schnell laufen? So, jetzt hier anzünden. Gut, du kannst jetzt runterkommen. Tut mir leid. Ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Äh, okay. Warte mal. Macht das überhaupt Sinn? Hätten wir jetzt, sollte ich jetzt, sollte ich vielleicht nochmal hier hochgehen? Warte mal, wie war das? Kann ich das nicht droppen? Ich werde es droppen. Es gab doch irgendeine Taste dafür. Bleib hier, es dauert nicht lange. Nein, 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 nein. Du kannst jetzt kommen. Na gut. Komm, hoch mit dir. Ja. Ich will nochmal ganz kurz oben gucken, ob wir hier oben Loot finden. Weil, wir wissen, wir brauchen auf jeden Fall solche Materialien. Hier sowas wie sowas. Das habe ich schon mal gesehen. Ein Wappenrock der Kreuzfahrer. Was? Der Kreuzfahrer? Da nennt ich gerade was von Kreuzrittern? Ja, wir können wieder bauen. Hör wir? Verringert die benötigte Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Mhm, mhm, mhm. Was brauche ich denn hierfür? Mehr Seil. Munitionstasche. Bietet Platz für bis zu 10 Geschosse einer Art. Hm. Hm. Habe ich denn schon irgendwie Mangel, dass ich irgendwas nicht mitnehmen kann, darf? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Also bis jetzt geht's noch. Ich würde noch warten. Ich würde noch warten, um zu gucken, ob ich noch irgendwie ein Seil finde oder sonstiges, um die Schleuder, äh, abzudaten. Vor allem habe ich da vorne, warte, doch, warte mal, irgendwas kann ich schon nicht mitnehmen, so wie es aussieht. Ah, da bin ich schon voll. Na gut. So, hier haben wir jetzt alles soweit durch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da hinten durch, deswegen, genau. Dann machen wir uns einen neuen Stock. Zündigen den jetzt hier schön an. Und durch geht's, durch die Ratten. Das sind aber auch eklige Viecher. Okay, okay, okay. Wir haben's geschafft, Shit. Wir haben's geschafft. Und weiter geht's. Was ist die Krypta? Gott sei Dank. Jetzt können wir hier raus. Ja, weit, weit weg von hier. Ja. Und wie wir sehen, könnten wir doch jetzt... Uns fehlen noch drei Seile. Ich will doch... Wird ein Gegner am Kopf getroffen, ist er sofort tot. Verringert die Zeit, die am Ende der Schleuder, er vorhört und lädt. Ah. Was hat Dave nochmal geschrieben? Rohstofftasche, Schleuder, Ausrüstung. Die Rohstofftasche, was bräuchte ich denn hierfür? Uah. Ein bisschen viel. Munitionstasche. Bisher hatte ich noch keinen Munitionsmangel. Muss aber nicht dafür heißen, dass wir nicht irgendwann dazu kommen. Ringe hat die benötige Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Ach, scheiß drauf. Komm, wir machen Munition, weil manchmal bin ich ja blind. Das sieht schon viel besser aus. Ja. Huch, welche Tasse? Jut. Alter, was aussieht dahinter? Ich werde dir helfen. Munitionstasche fände ich reizvoll. Da kannst du mehr Steine mitnehmen. Genau. Und ich kenne mich. Am Ende wird es an der Munition hapern. Was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja. Wir sind soweit gekommen. Es wird schon gut gehen. Bleib in meiner Nähe. Was ist das da an den Wänden? Ich, ich weiß es nicht. Also, das sieht nicht gesund aus. Das sieht gar nicht gut aus. Was an den Wänden ist. Und ich hoffe, wir kommen noch bevor. Komm, komm. Wie waren das? Glaubst du wirklich? Ja, wir sind in ihrem List. Dann werden sie gern schön wütend sein. Ähm. Jetzt ist die große Frage. Also, okay. Ich wollte gerade sagen, wo sind denn hier Stöcker? Ich brauche Stöcker. Ich wollte mich gerade schon zurücklaufen und dachte mir so, müssen wir zurücklaufen? Okay, hier geht's raus. Wir sind ganz schnell raus hier. Ganz schnell. Das ist so eklig. Das ist wirklich eklig. Geschafft. Oh Gott. Geschafft. Geschafft. Aber wo ist denn jetzt unsere... Lululului. Wo wir hin sollen. Ich will zu Mama. Ja, Mama ist nicht mehr. So blöd wie es klingt. Sie soll nicht mehr tot sein. Ugo. Sie soll zurückkommen. Oh Mann. Versuch das mal deinem kleinen Bruder, das zu erklären. Gar nicht gut. Der Lehrling. Amicia. Werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein. Das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich hab Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Lorenzius sind wir sicher. Komm. Der Lehrling. Erreiche Lorenzius Hof. So. Ja. Lass uns doch mal zu Lorenzius Hof. Ich muss sagen... Da oben. Eine Windmühle. Ist das der Hof von Lorenzius? Das hoffe ich. Ich hab noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Also ich weiß nicht, ob die noch heil ist und überhaupt funktionsfähig. So wie die aussieht, würde ich sagen... Nope. Aber... Hey. Amicia, da. Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Oh no. Das heißt, wir müssen wieder sneaky-mäßig unterwegs sein. So sneaky-ninja-mäßig. Oh ha. Da bin ich immer so gut. Nicht drin. Wie haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Ach du Scheiß. Was? Verwende Metallobjekte in der Umgebung, um Gegend abzulenken. Halte Tabulator gedrückt, um ein Geschoss auszuwählen und dann Steuerung, um mit der Hand zu ziehen. Ja gut, wir haben nur Steine. Das heißt, wir versuchen den jetzt mal hier abzulenken. Was für ein komisches Geräusch. Wir müssen da mal, äh, durchgehen. Ah, da ist nix. Was ist hier passiert? Nein, nichts. Gar nichts. Ja, dann geh ich wieder an den Posten zurück. Tschüss. Ach so, ich kann da gar nicht durch. Scheiße. Ich dachte, ich kann da auch noch durch das andere Gebüsch durch. Aber nix. Amicia, guck mal. Diese Brücke, da führt zum Bauernhof. Mhm, mhm. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Ja, äh. Also ich will, dass du nach da gehst. Guck dir mal den Baum an. Ach so, scheiße. Ich sollte vielleicht auch werfen. Was soll der Lärm? Ja, was soll der Lärm? Wo kommt der her? Jetzt müssen wir doch mal gucken gehen. Auf Wiedersehen. Stevie ist auch mit dabei. Hello, Steve. Was? Was macht der? Oh. Ach du Scheiße. Na, das wird jetzt, also das könnte jetzt tricky werden. Freunde. Geh mal da hin. Das Geräusch. Dieses Geräusch. Wo kommt der schon wieder hin? Ja, dann seh ich's dir mal besser an. Schnell da hin. Na gut. Und öffne mir das Fenster. Geht das? Innerhalb von einem Step? Oder hätte ich das in zwei? Scheiße, ich hätte das in zwei Minuten sollen. Da ist nichts. Schon wieder. Ja, schon wieder. Jetzt will ich's genau wissen. Jetzt will ich's genau wissen. Das muss aufstehen. Da ist jemand. Hier ist niemand. No, no. Hier ist keiner. Oh Gott, scheiße. Hier ist jemand. Oh Gott. Wir sind tot. Das war gar nicht so gut. Wir sitzen fest. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster will nicht werfen. Ja, wir machen es in zwei Stufen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Stufe eins wird sein... Äh... ...dass ich den Stein nehme und dagegen werfen. Ist das eine Option? Was soll dieser ganze Lärm? Ja, was soll das? Ganz schlimm. So, jetzt gehst du da hin. Das wäre gut. Geh da hin. Bleib ruhig. Sehr gut. Nichts. Ja, jetzt ich. Zum zweiten Mal. Ja, zum zweiten Mal. Verdammte Axt. Also, ich verstehe das nicht. Ich habe mich auch dahinter verstecken können. Ich bin da dämlich. Naja, so ist es halt, ne? Machen wir es halt so. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Ja, das weiß ich. Nochmal überlässtet ihr mich nicht. Ja, hä? Wie überlässt'n? Also, wait. Kann ich hier durchwerfen? Wäre das eine Option? Ich hab da drüben was gehört. Ja, du hast da drüben was gehört. Da musst du doch mal grad glatt gucken gehen. Auf Wiedersehen. Jetzt sind da noch mehr. Sie haben den Weg zum Hof versperrt. Sag Senior Nikolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem fünfjährigen Jungen. Hugo de Rune. Braunes Haar, blaue Augen. Rennen die von mir? Warum? Kann ich hier jetzt einfach durch? Ihr seid dämlich. Ihr seid einfach dämlich. Blind und dämlich. Find ich gut. Ist ne gute Kombination für mich. Vorsicht, da ist eine Wache. Wo? Wo? Ah, da. Äh. Da sind ja zwei Wachen. Das ist ja gar nicht so gut. Äh. Ja. Äh. Äh. Wie mach ich jetzt weiter? Du läufst jetzt hier nicht wieder zurück. Äh, läuft zurück. Warum läufst du denn zurück? Bleib doch da stehen. Okay, er läuft zurück. Er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Nein, du siehst uns nicht. Nein, nein, nein. Nein, da hier ist nix. Da ist gar nix. Gar nix ist hier. Lauf doch wieder zurück. Okay. Ist er dämlich genug und dass er mich nicht sieht hier unten? Ja, er ist blinkt. Ich find das gut, dass er blinkt ist. So. Jetzt müssen wir mehr gucken. Ruhig. Leise. Er ist über uns. Äh, wie mach ich das jetzt? So ne Scheiße. Läuft er wieder zurück? Ja, er läuft zurück. Okay. Schnell hier wechseln. Darauf. Ja, ja, ja. Jetzt schnell ihm sagen hier, äh, guck mal, äh, da ist was hingeflogen. Wo kam das Geräusch? Ja, wo kam das? Also, ich versteh's auch nicht. Und jetzt ganz schnell raus hier. Vorsicht bei der Landung. Ja. Ja, ja. Ganz schnell. Oh, tschüss. Alter, falter. Es war gar nicht so gut, aber, äh, wir haben's geschafft. Ja, es war falsch. Das ist auch geiler. Es war falsch. Gut. Äh, wir können nur noch Ausrüstung, äh, machen. Also machen wir Ausrüstung. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ja, das, äh, seh ich genauso. So, äh, können wir hier so, ja. Wobei, ich glaub, wir sind jetzt sicher. Amicia, was? Was hab ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Also ich weiß auch nicht, warum er gesucht hat. Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Boah, das ist auf jeden Fall selbstbewusst, ne? Das ist schön. Okay. Warum ist er jetzt, warum, warum wird er los? Ugo, wo bist du? Wo ist er jetzt denn? Ugo, das ist nicht lustig. Ey, wir, 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 wir spielen hier nicht verstecken. Die Inquisition ist hier, Ugo. Sollen sie dich schnappen? Mach das bloß nie wieder. Oh Gott, da drüben sind ja wach. Na schön. Ähm. Wir gehen mal woanders lang. Hey, 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 hey. Wir gehen mal hier lang. Äh, oder auch nicht. Scheiße. Sie sind hier. Mal hier bei den Schweinen einfach rein? Na wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch? Ja, ja. Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Können wir hier durch? Ja, wir können euch. Sehr gut. Oh, was haben wir hier? Oh. Noch mehr Loot. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Verstecken wir uns schön im Schild. Oh, sie sind überall. Ja, das sehe ich auch gerade. Das gefällt mir gar nicht. Drei Leute. Und einer von denen läuft rum. Das ist gar nicht mal so gut. Ah, okay. So. Wir nehmen mal das Töpfchen. Was ist denn ein Krach? Da musst du mal gucken gehen. So, der eine, der läuft hier so rum. Das heißt, ich kann wahrscheinlich hier so durchsneaken. Sehr geil. Da vorne ist noch eine Kiste. Die würde ich eigentlich gerne lupen. Eigentlich. Das Problem ist, ich habe... Oh, doch, warte mal. Ich könnte die sogar looten. Im richtigen Timing. Chat, komm, wir probieren was aus. So, wir lassen den jetzt... hier rumlaufen. Ne, weil der läuft ja immer im Christ. Ich bin nicht verrückt. Ich habe was gehört. Ja, ja. Du hast was gehört. Das ist richtig. Nichts zu berichten. Das war knapp. Oh, wir haben den Loot. Okay, 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 okay. So, er steht wieder dämlich. Oh Gott. Ey, der sieht uns jetzt, ne? Ey, der ist gar nicht gut. Dass er gar nicht mal... Was war's? Das war die falsche Taste. Ah, nichts. Okay, wir müssen leider noch ne Runde warten. Bis, äh... Der Runden-Typ seine Runde da gemacht hat. Ich darf nur nicht die Taste die falsche drücken. Das ist gar nicht schlimm. Ja, ja, komm mal. Jetzt komm mal. So. Wenn der jetzt gleich so ein bisschen weiter rechts ist, dann schmeißen wir ein Steinchen, damit er wieder sagt, oh, was war das? Nee, schon zum zweiten Mal. Okay. Ich seh mir das mal an. Augen offen halten. Ja, ja. Haltet mal beide eure Augen offen. Das besser wär's. Besser ist. Äh, ich mein, ich... Ne, okay. Das machen wir jetzt nicht. Wollte grad sagen. Ich mein, ich könnte jetzt an ihm hinten so vorbeischleichen. Ich mach's aber nicht. Ja, ich hab Angst. Bin schesser. Jetzt läuft der ECG gleich seinen Kreis wieder. Okay. Auf Wiedersehen. Oh, hier sind noch mehr? Jetzt ernsthaft? Was? Und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Äh, dann... Lassen wir ihn wohl besser da liegen. Was mit der falschen Taste ist mir ständig passiert. Ja, das kann ich nachvollziehen. Was war das für ein Geräusch? Ja, was war das bloß? Jetzt müsst ihr beide mal gucken gehen. Und ich sage auf Wiedersehen. Wunderbar. So. Jetzt haben wir hier wieder... Haben wir hier wieder so ein... Ja. Rufen Sie uns endlich zurück ins Lager. Scheiße, es wird langsam dunkel. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Cool, cool. Cool, 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 cool. Okay. Also er macht Kalk. Also er, da oben. Der, da... Hier über mir. Der andere läuft einfach nur vor und zurück. Und der da hinten steht einfach nur blöd rum. Das ist gut. Das heißt, wenn er jetzt gleich wieder nach da geht, also um Kalk zu holen, und Johnny hier wieder in die andere Richtung rennt, so wie jetzt, laufen wir hier ganz gemütlich an der Mauer entlang und holen uns hier so ein kleines Dingchen. Oh, warte mal. Ich kann doch jetzt einfach, wenn er da ist... Der sieht mich doch nicht, oder? Der auch nicht. Das ist gar nicht mal so schlecht. So vor den Löchern habe ich ein bisschen Angst, weil ich glaube, dass da die Ratten rauskommen. Das ist nicht so schön. So, jetzt ist die Frage, sieht der uns? Jetzt, jetzt spätestens sieht er uns nicht mehr. Also gehen wir weiter. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Das ist hier hinten im Gelände. Ich werde dir helfen. Na gut. So. Rückzug, was ist da los? Was, wie, Rückzug? Warum? Also, die ziehen sich doch nicht freiwillig zurück. Wir können nicht anhalten. Nicht hier. Was ist denn, was hat der denn jetzt... Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, Ugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Okay. Kann ich jetzt auch rennen? Nein, natürlich kann ich nicht rennen. Also ich würde wirklich gerne wissen, was mit dem kleinen Jungen ist. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Aber warum? Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Zu wenig Vitamin D? Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Ach nichts. Okay. Also sie hat ihre Mutter selten gesehen, dafür eher sehr oft. Und ja. Man muss ja auch überlegen, ne? Die beiden kennen sich ja untereinander anscheinend ja auch nicht. So wie wir ganz am Anfang rausgehört haben. Ich glaube, er hat nicht nur einen Vitamin-D-Mangel. Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut. Hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Ach, das sind Tiere. Ich habe das gar nicht erkannt als Tiere. Komm lieber wieder runter, Ugo. Du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Äh, es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, aber anders wären wir jetzt hier nicht hier durchgekommen. Aber wir wissen auf jeden Fall, wir sind stark lang. Nein, ich bin eine raus, ey. Die Kackel, die Kackel rüber. Schnell. Nein, ich bin eine raus, ey. Jetzt kommt sie raus. Ach, du Scheiße. Ja, wir brauchen Feuer. Warte, da oben. Wir haben Feuer da oben. Du kommst schon, schneller. Ach, du Heilige. Ich helfe dir. Du kommst hier dann her. Als ob die alle so runterhören, das Leben. Das war knapp. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Äh. Äh, was können wir denn jetzt machen? Ich hab ja, äh, wir haben ja keine Fackel. Gibt es hier noch Holz? Holz? Holzstöcke? Stöcke? Stöcke? Gibt es hier? Okay. Stöcke? Kann ich das hier mitnehmen? Nein. Oh, warte. Oh, mein Gott. Sind sie wirklich hier? Alles tote Tiere? Alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaub, ihr wird schlecht. Ratatouille? Nee, Sibi. Also, irgendwie nicht so. Also, nicht die gute Art von Ratatouille. Okay. Jetzt ist die Frage... Nee, warte mal. Wir machen erstmal die Kiste auf. Kiste ist wichtig, weil... Blut. So, wo müssen wir denn danach lang? Ah, ich seh schon, wo wir lang müssen. Das ist ja mal gar nicht so toll. Gehen wir. Ja. Geh weg. Hm, komm schnell. Mach doch das Feuer auf. Jawohl. Neuer Stock, neues Glück. Los, nochmal. Ich weiß nur nicht, wo ist das nächste Feuer. Ey, diese Stöcke, die verbrennen aber auch superschnell. So, jetzt sind wir erstmal hier. Gut. Nicht vergessen. Okay, und jetzt können wir den Wagen nehmen. Ah, das ist natürlich jetzt gemütlich, ne? Also, mit dem Wägelchen. Kann ich den auch lenken? Also, geht... Oh, ja, kann ich sogar. Ganz viele Remis. Hm. Oh, das ist natürlich... Das ist eine gute Theorie. Das ist... So schwer ich... Ich... Nicht... Ey, jetzt aber nicht aufgeben auf den letzten Metern. Komm, zieh durch. Kleiner Mann. Komm. Du schaffst es. Okay, wir haben es geschafft. Nice. So, sind wir hier auch safe, oder? Hallo, Lorenzius. Sch, Hugo. Aber... Was ist, wenn es nicht Lorenzius ist? Hm? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Verschlossen. Hier kommen wir nicht rein. Wir müssen da irgendwie rein. Was haben wir denn hier noch so? Okay, aber hier sieht es aus, als ob wir erstmal sicher sind. Äh, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Hier haben wir noch eine kleine Lootbox. Die nehmen wir natürlich mit. Äh, können wir hier rüber? Oh no! Ach du Scheiße. Okay. Sieht ja gar nicht so toll aus. Ah! Okay, hier geht's hoch. Lass mal hier nochmal ganz kurz gucken. Haben wir hier noch irgendwas, was wir eventuell mitnehmen könnten? Mann, nein. Kletter hoch. Mhm. Und du hinterher? Alter, oben gibt's bestimmt noch schöne Sachen. So wie Stoff. Oder Alkohol. Oder was auch immer. Oh, hier komm ich raus. Hier, hier gab's gar nichts. Gibt's da noch auf der anderen Seite was? Jetzt denkt man, man sollte vielleicht erstmal den kürzeren Weg gehen, bevor man den langen geht. Ja, natürlich ist hier, natürlich ist hier wieder was gewesen. Steine. Aber, ja. So, was haben wir hier? Aha. Hier sind wir einfach nur... Können wir von hier eigentlich noch hier runterhüpfen? Geht das? Nein. Nein. Das heißt, wir müssen also die Leiter wieder runter. Okay. Na gut. Dann gehen wir die Leiter wieder runter. Oh, was ist denn das hier? Was ist, was ist das? Ist das ein Geheimgang? Was ist, was ist diese Tür? Können wir diese öffnen? Da unten geht's auf jeden Fall noch weiter. Ah, da kommen wir bestimmt später noch hin. Das war nur für die schöne Aussicht. So. Gut, die Aussicht ist natürlich... Vor allem hier, das zerstörte... Siehste, können wir mal gucken gehen. Die zerstörte Windmühle. Was machst du denn? Es ist zu dunkel. Vielleicht ist da unten ein Monster. Ja, dann wollen wir doch da lieber nicht gucken gehen. Ist das eine Windmühle? Was von hier übrig ist. Wie schön. Okay. Wollen wir eigentlich schon mal was wieder herstellen? Nein. Okay, okay, okay. So, da drüben haben wir noch eine Hütte. Hier kommen wir nicht rein. Aber wahrscheinlich müssen wir hier rein. Aber schauen wir mal. Oh, ein Pferdchen. Oh, du lebst hier noch. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein. Was? Ein rote Hü. Und ein kleines Schweinchen. Können wir hier rein? Nein. Okay, das heißt, wir müssen schauen, dass wir in dieses Haus hier kommen. Ich gehe mal davon aus, dass die Tür auch verschlossen ist. Aber wir haben hier ein Fenster. Schloss Ugo, kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut. Uh, ne Werkbank. Äh, es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Ja, der hört sich aber nicht so gesund an. Äh, äh. Alter. Er sollte nicht so viel rauchen. Okay, der ist hier oben, hm? Junge, Junge, Junge. Oder auch nicht? Okay, wir gucken, welche Tür gucken wir uns zuerst an? Ich, ich, ich sag mal die hier. Hallo? Was soll das sein? Was soll das sein? Okay, den können wir nicht mehr mitnehmen, den Steinhaufen. Hm. Dann gehen wir mal hier gucken. Wer seid ihr? Na, die Frau Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Ugo. Ugo? Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Aber warum? Ein Übel. Ein altes Übel. Fließt in den Adern eurer Familie. In ihrem Blut. Okay. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einheit zu gebieten. Aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amisir. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe. Aber nicht gleich so aggressiv. Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition. Jedoch... Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Aumrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Egnifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Egnifer. Es schützt uns vor den Ratten. Was? Was ist denn jetzt ein Egnifer? Komm, Ugo. Ich will, dass du mitkommst. Ja, so wie du ihn jetzt gerade behandelt hast, wundert dich das, dass der jetzt so reagiert. Also, hallo? Ich... Das Zeug ist in der Scheune. Los! Ja, gleich. Oh nein. Ich muss hier nochmal kurz was gucken. Was sollen wir jetzt tun? Äh... Ich glaub, der redet nicht mehr mit uns. Leider. Sie sind hineingelassen, um den Einwings abzulegen. Ja gut, da finden wir auf jeden Fall was. Aber sie fürchten sich voll im Wissen. Die Laterne. Schön in Ordnung. Los! So. Tut mir leid. Keine Sorge. Das war's. Ugo, nimm meine Hand. Nein! Na schön. Jetzt ist er bissig. Aber bleib in meiner Nähe. Ist für euch alles in Ordnung? Ja, ich würde sagen nein. Wir haben eine lange Reise hinter uns. Und einen dezenten Streit. Oh nein. Da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Igne vergehen. Wie sollen wir... Hm. Das ist eine gute Frage. Darüber hüpfen bringt nichts. Hier oben haben wir nichts. Können wir eventuell... Wir brauchen Fleisch. Tod oder lebendig. Nee, 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 Freunde. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Ich würde sagen nein. Nein. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das Schweinchen weiß jetzt nicht, was ihm blüht. Ah, ist gar nicht mal so schön. Und jetzt? So ist es gut. Und gut kam, wenn du kommst zu Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Ja, und weiter? Was machen wir jetzt? Äh, müssen wir jetzt einfach raus? Oder was ist los? Als ob das ausreichen sollte. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Ugo? Ugo. Hört zu. Schmoll ruhig. Aber bleib in meiner Nähe. Oh, warte mal. Hier ist Loot. Welcher Freunde? Was ist zu übersehen hier? Tja. Hallo? Ja, nicht gut. Du zuerst. Warum haben wir nicht gleich die Leiter genommen? Achso, nee. Wir müssen doch wieder runter. Hey, scheiße. Das heißt, wir haben jetzt das Schweinchen geopfert? Ah, das Licht. Ja. Ugo. Sieh lieber nicht hin. Warum? Oh nein. Oh nein. Okay. Das war jetzt gerade noch mal gar nicht so gut. Hörst du mal auf, wenn wir in die Latichte hier zu fliehen? Nein, Amicia, was machst du da? Es geht nicht anders. Entweder das Schweinchen oder wir... Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Ugo. Es gab keinen anderen Weg. Ich hätte es auch gerne anders gehabt, aber... Es... Geht halt nicht anders. Aha! Ja. Alter, ja. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister, vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Lukas! Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Hab ich. Wir müssen hier irgendwo sein. Hab ich. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Ähm, na schön. Hab ich doch... Alkohol und Schwefel. Hab ich doch ein Inventar. Alkohol, Schwefel, das ist alles. Hier, Lukas. Gut. Jetzt musst du sie vermischen. Langsam. Es ist nicht gefährlich. Na gut. Du kannst das jetzt irgendwie herstellen. Taborator gedrückt halten, um die Auswahl aufzurufen. Nachzurufen. Okay. So. Es ist... Oh nein. Nein. Wir sind ein Piss. Nein. Das ist die Gefahr, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Oh, geil. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia? Kannst du vorausgehen? Ja, na klar. Ja, kein Problem. Ratten! Zurück! Das Ekliffer! Wirf es in die Glut! Wir schicken die Flammen nicht ins Gesicht. Wollen wir denn noch irgendwo Glut? Nee. Wir brauchen ja nur die Leiter. Kletter hoch! Aber wenn wir andere Geschosse herstellen können... Können wir auch so explosiv Geschosse herstellen? Das wäre geil. So für die Gegner. Ja, moin. Tönen viele. Laurentius. Ich bahne uns einen Weg. Guck mal. War doch gut gemacht. In Ordnung. Los, komm! Lass mich... Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass... Es mir... Nein! Amicia! Die Liefer geht auf! Nein! Die Meister! Lukas, warte! Der ist die Liefer! Vorsicht! Ach du Scheiße! Fuh doch was! Wir müssen weg! Jetzt! Meister! Hey! Halt! Wir brauchen dich! Seht! Das Pferd! Wir müssen hier weg! Wir go! Lukas! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Lukas! Ich bin hier! Ja, dann komm! Wohin führt dieser Weg? Lukas! Wohin führt er uns? Zu uns zum Fluss! Oh Gott! Was ist mit dem Pferd passiert? Wohin geht's? Wohin? Da! Da bringt mir sein Boot gleich hinter der Mühle! Na dann los! Ja, jetzt müssen wir aber warten, bis das hier die Mühle... Ne? Hmhm! Geht's! Hier ist kein Licht! Hier hätten wir... Hier haben wir richtig Probleme! Das ist... Das ist nicht gut! Oh Gott, ist das laut! Und keine Ahnung! Haha! Irgendwas Wasser könnt ihr nix... Nix machen könnt ihr! Oh Mann! Die Beute der Raben! Der Spiel ist immer wieder so gespannt, ja! Aber wir haben jetzt auch schon wieder einen Verlust! Was ist mit... Mit dem... Er ist jetzt weggebrannt! Ist doch gar nicht gut! Aber dafür haben wir einen neuen Kumpel! Lukas! lukas ja was hat er muss doch mal loslassen es gibt eine uralte geschichte sie handelt von der prima makula die alchemisten sagen sie sei das erste übel und dass sie verborgen im blut mancher familien lauert doch etwas geschah das große erwachen und die makula regte sich in ugos blut aber was wird sie mit ihm tun für die makula gibt es weder gut noch böse sie entwickelt sich mit ihrem wird und sie verändert dinge die welt weißt du deine mutter und laurentius wollten deinem bruder helfen sie haben versagt nein ihnen blieb nur nicht genügend zeit wir sind da komik ab hier laufen wir dann wird dir wieder warm wenn wir dem aquädukt folgen sollten wir vor sonnenuntergang beim chateau d'ombranche sein was ist das für ein geräusch ich verstehe die ganze chateau am arsch scheint ihm besser zu gehen hoffentlich bleibt das auch so folgen dem aquädukt na gut ja nun rennt doch nicht so weit vor ist dir nicht kalt ja ein bisschen schon wie wohl scheint es nichts auszumachen wenigstens wird ihm so nicht kalt ja aber er sollte näher bei uns bleiben ja auf jeden fall aber er rennt natürlich wieder vorne weg so wie die kinder sind so wegen frosch wo willst du hin warum ist er denn jetzt auf einmal so flott unterwegs bleibt nicht hier natürlich er rennt einfach los ein englischer schild wo hast du den herr hört zu ego legt ihn weg das ist nichts für kinder spielverderberin los weiter riechst du das wie das stinkt ja fürchterlich ja aber wenn da so ein schild war dann weiß ich nicht ist glaube ich so sicher hier oder so vielleicht mal ganz kurz hier oben gucken scheiße der kleine warum rennt er denn so weit weg ich will doch einfach noch mal ein bisschen hier kunden und so ja wir gucken woanders kurz weil eine umgebung und so aus checken und blut verpasst uns hier gut blut jetzt ist wenigstens wieder bei uns so wie auch hoch gekonnt weil das wieder so eine kiste gefunden haben mit pfeilen macht mich auch so ein bisschen ist auch nicht so schön aber gut wir ignorieren das mal was ist das schwefel das stinkt es kommt von da drüben was wo ist er denn jetzt schon wieder hin gerade die war noch bei uns an der hand was ist denn hier passiert gott sind sie alle wir können nicht weiter wir müssen dem aquädukt folgen überquere das schlachtfeld klang das ist auch gar nicht unangenehm oh mein gott amicia alter wie viel ja ugo wir haben keine wahl oh gott das ist ja mal gar nicht so toll ob wir ihnen wehtun geh einfach weiter übo glaubt nicht mehr aber er ist auch nicht so schön ich würde gerne mal hier so gucken gehen aber ich weiß nicht das ist irgendwie seltsam nicht hinsehen konzentrier dich auf das aquädukt oh gott hier noch loot schätzt ihr noch loot ich werde jetzt nicht unbedingt hier überall äh gucken oh ich wette ich habe hier so oh gott ich ich oh gott ist das einfach einfach nicht hübsch also das pferd lukas ich ich weiß es nicht können wir das können wir das hier so umgehen also oh nein die ratten bleibt weg von ihnen amicia sie sind überall hunderte von ihnen äh scheiße äh nimm doch ok kannst du nicht ähm ja warte warte wir können doch können wir was können wir herstellen geht das ne warte falsche test so war das ok also jetzt haben wir wieder ratten am start nein ne fresse ähm hallo wir können aber hier nochmal kurz den loot einsammeln sehr gut sehr gut so hier liegt auch nochmal ein bisschen was äh was war jetzt ich wollte gerade sagen warum kann ich das jetzt nicht auswählen los lauf ok ok da drüben sind leute das sind keine soldaten was haben sie da gemacht das waren plünderer sie wollen sachen stehen aber warum wahrscheinlich um zu überleben genau wie wir seit ihnen kann ich nicht schießen das ist gar nicht so gut aber ich kann bis hierhin schießen ich kann wieder nichts aufnehmen nochmal kann ich noch was anderes herstellen geht das äh ja 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 finde zum au nein warum steht denn da finde zum aufwerten ne werkbank du Heinrich habt ihr hier ne werkbank zufällig mitgebracht kannst du mir helfen kannst du mir helfen in Ordnung ich weiß nicht ich hab keine Ahnung was wir jetzt hier machen ich hätte nicht gedacht du hast nur noch viel Irgendein ja was warum soll ich jetzt Q drücken Ugo hör zu du musst das erledigen aber ich kann nicht da sind überall Ratten wir müssen uns einen Weg hindurch bahnen ja aber lass doch kurz los ok ne warte mal ist ja falsch wie kann ich das jetzt abbrechen ok so äh shit weil das kann ich nicht entzünden das ist ja Holz aber das da kann ich entzünden also manchmal bin ich aber auch manchmal bin ich aber auch richtig äh so jetzt nochmal kannst du bitte mit Hand anlegen gut so jetzt kann Ugo da hin und so ein Holzding holen alles ist gut geh jetzt ja ja sei vorsichtig ja ich hab's geschafft er nimmt gleich zwei drei mit jetzt komm zurück ok er nimmt nur einen mit hier bitte au meine Arme sie sind wie gelähmt äh gib mal her gut gemacht ihr beiden äh scheiße das ist gar nicht so einfach jetzt aber gut wir machen's jetzt ich weiß nicht ob das jetzt richtig war was war das wer ist da dr hinsgras schnell er darf uns nicht sehen Amicia seine Laterne ich alles klar er kommt die Laterne der Gegner können mit einem gezielten Schuss deiner Schleuder gelöscht werden was den Gegner den Ratten ausliefert hehehehe tschüss oh Gott das ist furchtbar aber es hat funktioniert es war ja ganz gut da kannst du sagen was du willst effektiv zu viele Ratten wir sitzen fest na da drüben haben wir einen Wagen den machen wir jetzt hier erstmal startklar komm trotzdem noch nicht rüber das ist äh nicht gut in den Turm da ist Licht hm ok oh fuck wenn das nicht die verdammten Langfinger sind ok wiedersehen ja äh sieht nicht so gut für dich aus, hä? oh ne Werkbank ich kann meine Schleuder verbessern jawohl hm nicht schlecht gar nicht schlecht gar nicht schlecht gar nicht schlecht seh ich auch so so Holz ok scheiße kann ich das Holz wieder ablegen? leg's doch ab! Dave Hilfe wie kann ich das Holz ablegen? welche Taste war das? I don't know war das R T F G H äh J 5 7 8 vorhin hat er doch irgendwas erzählt mit ich kann mit irgendeiner Taste kann ich warte mit irgendeiner Taste kann ich doch Sachen ablegen lassen äh ducken, interagieren, aufheben eh springen, ketten, aus welchen Richtungen jajaja fallen lassen wenn du was in der Hand hältst ok linke Maustaste cool kletter hoch unverzüglich unverzüglich so wir wollen nämlich nochmal hier oben gucken weil hier oben gibt's Stoff oder Stoff wie gut ja wir gehen doch jetzt mit dem Stock gehen wir jetzt doch gleich da durch nun beruhigt euch wir haben noch wir haben noch einen Plan wir wissen doch wo wir hin wollen Lukas nun hab dich mal nicht so so wo wir was wir zünden hier an gehen hier durch ganz in Ruhe slow und steady und dann können wir mit diesem Wegechen hier gleich äh so wir müssen schieben ich helfe mit pass auf verbrenn dich nicht wir machen zu viel Lärm sie werden uns entdecken achso warte kann ich hier kurz raus was war das was war das auf Wiedersehen ja gewiss also da hab ich wirklich keine Scheu vor ne also da ist die sind ja auch nicht lieb zu uns also müssen wir ja auch nicht lieb zu denen sein die Räder stecken im Schlamm fest wir müssen ihn stehen lassen er ist ja auch ok ist ja widerlich komm schon ich will bloß an seine Zähne ran schon klar aber die Ratten fressen den doch sowieso was ist denn mit ihm verkehrt ja hast wohl recht wir müssen unter dem Aquädukt durch Amicia aber die Ratten sind überall shhhh wir finden eine Lösung Mist bewegt sich kein Stück da drüben eine Fackel wenn ich alleine gehe habe ich vielleicht eine Chance versuch doch mal bei einem anderen die liegen hier überall rum ok bleibt hier kein Problem diese verfluchten Drecksviecher und ihr habt nichts besseres zu tun als euch auf die nächste Leiche zu stürzen ne kann ich nicht ne scheiße ist ja gar nicht mal so gut ich hätte hinter dem Typen herlaufen sollen ist ja gar nicht mal so einfach gewesen ok wir warten kurz so laufen wir vor ach ich folg dir Dankeschön Dankeschön ja äh ja weiß ich auch nicht los los ich folge dir ok wir haben eine Fackel wir sind safe wir gehen jetzt hier durch vor allen Dingen das schöne ist bei dieser Fackel also auch wenn wir uns jetzt hier die ganzen Popnasen sehen könnten ja wir haben sie aber nicht lang wie ich gerade sehe ach das ist ja ein Träumchen wir legen sie ja hier schon wieder ab na gut warum wir die nicht mitnehmen ich verstehe es nicht ich die haben ja Stöcke im Bauch sieh nicht hin versuch alles um dich herum zu ignorieren Ugo die ist ja der Turn ja wir können hier nicht bleiben ne ne machen wir auch nicht wir gehen wir sind weg das zünden wir jetzt mal nicht an Leute helft mir los rein da schnell so Freunde wir haben hier ne Fackel die ist oben hier Amicia er sitzt in der Falle shhhh wir müssen weiter das wurde noch Zeit können wir die Ratten zu ihm einfach durch hinjagen hey was treibt ihr da schulder aber wir müssen hier raus Amicia lasst mich hin es tut mir ein bisschen leid aber nicht so richtig warum hat er denn die jetzt fein gelassen hmmm es ist toll oh ein Soldat ich sehe keinen anderen Ausweg verdammt wir haben keine Wahl wir müssen ihn überrumpeln hier nimm das was soll ich mit dem Zeug machen Songnum du wirst schon sehen du musst es vermischen etwa so perfekt jetzt musst du ihm das ganze ins Gesicht schmettern ist das dein Ernst Lukas gut ich hoffe du weißt was du tust gut bis gleich Songnum lässt Gegner endgültig einschlafen nähere dich unbemerkt einem Gegner von hinten und drücke E sobald das Symbol angezeigt wird um es zu verwenden schläft er? ja für eine Weile danke das wird uns das Leben retten ok 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 er schläft noch eine Maschine die sieht ein wenig anders aus ok was können wir jetzt hier machen warte ich will hier noch kurz das hier mitnehmen ne kann ich nicht ok was du kannst dir bestimmt noch weglöschen sehr gerne wenn du Kuh soweit angezeigt wird lässt sich das bewegen? ich versuch's was was wird denn jetzt ok ja ich lasse los ach so ich 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 hilf uns wir hilf uns lieber oh Gott das war aber gerade ok denkst du du kriegst das hin? ich kann nicht Amicia ja weißt du scheiße ja hat er recht äh äh kacke oh warte so jetzt oder? schaffst du das? wie viel hab ich denn eigentlich noch? oh gar nicht mehr so viel ich glaub ich stell mal noch ein paar hin ja ok ok kukuku kukuku cool angemacht und durchgelaufen ne warte mal das war jetzt eigentlich dämlich von mir hört mir gerade mal auf das war dämlich warte kurz mach du nochmal warum mach ich denn das Holzstück jetzt schon an also wir müssen also naja egal ah ok also weil wir brauchen das Holzstück nicht jetzt sondern erst da hinten ne weil wir ihm jetzt hier sagen mach mal dann können wir nämlich hier wieder rüber ok lass mal nochmal schwingen lass mal nochmal schwingen lass mal nochmal schwingen sehr gut so weil wir brauchen das Holz hier eyy gehen wir also wer würde was passiert jetzt wir gehen jetzt aber nicht da unten durch oder? also ich wär jetzt da nicht so der Freund von aber ok cool kukuku kukuku why not so kann ich jetzt hier noch irgendwas herstellen? haben wir hier noch irgendwo anderen Loot? herstellen? geht was? nope nix nix geht Wasser Wasser so ja sonst können wir den ja können wir ja warte macht euch bereit wir müssen im Licht bleiben los los wir halten ihn nicht auf nein wir laufen schön hier hinterher das gefällt mir ja nicht aber es funktioniert doch na gut es hat funktioniert sozusagen ok wir haben jetzt uns zwar um den Soldaten gekümmert aber wir kommen hier nicht weiter ja da auf dem Turm sind das etwa ja oh tote aber sie sie verrennen sie nicht hin geht aber wir kommen trotzdem nicht weiter scheiße was machen wir denn jetzt? Lukas, Lukas kommt doch zurück Du bist ja fast draufgegangen Junge Nee, warte Ist mir Okay Sollen wir hier noch irgendwas ans Dach? Nope Ey, 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 ey Wir kleinen, fiesen, 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 fieser Okay Vielleicht sind wir bis hierhin gekommen Und das Holzstück ist gleich wieder alle Okay, aber hier haben wir wieder ein neues Holz Ich würde sagen, das war dämlich Warte mal, kann ich, kann ich das so und kann ich das Holz dann mitnehmen? Wenn wir hier rüberhüben? Nee, natürlich nicht Ich kann nicht So, jetzt hüpft rüber Wir sind viel zu wenige Lass uns hier wegrennen Okay, das lief mal nicht so schön Ich glaube, ich müsste hier auch bald einen Kill-Counter einsetzen War ja gar nicht so gut Das sind aber ganz schön viele Wir haben keine andere Wahl Ich weiß, ich weiß, ihr seid müde Ich weiß, wir sind viel zu wenige Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen Jetzt ist mal die große Frage Könnte ich den, 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 den Kack stelzen? Das war leider nicht so clever Wir rennen zurück Ja, ist okay Ich wollte mal was ausprobieren Ich hätte gedacht, ich kann diesen Laberköppen da irgendwie, ne, und so Mit Kopfschuss irgendwie so weghauen Aber, nee Das funktioniert nicht Gut, dann müssen wir sneaky vorgehen Das sind aber ganz schön viele Wir haben keine andere Wahl Du kannst nicht wegrennen Ich weiß, ihr seid müde Ich weiß, wir sind viel zu wenige Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen Das ist sehr, sehr schade Aber das sind unsere Jungs Sie gaben ihr Leben für England Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht Ja, oder nicht Dann los jetzt Gaieren gehört uns Das ist die Frage Bleibt er da? Bleibt er nicht da? Darf er weiter? Lässt das sein? Okay, lässt es sein Er bleibt da Gut, kann ich hier? Nee, natürlich nicht Warte Steine Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem Weil er dreht sich ja um Zu uns Richtig? Warte mal Kann ich? Geht das? Kann ich euch beide hier lassen? Pst Gut Sei vorsichtig Ja, ich denke schon Die Luft ist rein Kein Ton Hab verstanden So, jetzt ist er erstmal beschäftigt Ja Es ist ganz schön seltsam Und wir sind weg So, können wir jetzt hier eigentlich hier rüber hüpfen? Also Siehst du Da sind schon wieder Bäume Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt Na endlich Nice Was? Ja Achtung Sag schon, Drecksack Das ist meine Schwester Bastard Jetzt lasst uns gehen Ihr werdet uns auch nie wiedersehen Versprochen Hey Und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey Jetzt Was? Folgen wir ihnen? Ja Ganz schnell hinterher Da Da Sie fliehen Oh nein Ich dachte, mich kann ich wegrennen Hup Hull die Schleuder raus Amicia Lass mich los Diese kleine Wix-Rette Beschädigte Güter Sind wir jetzt echt gefangen Und won Hey Kleine Aufwachen Hier Ist was Hast Glück gehabt Der gemeine Leichenfledderer Kriegt ein Schwert in den Bauch Ohne viele Fragen Aber ich Hab ein Auge Auf den hübschen Schwuck geworfen Glücklicherweise mag ich Gold Mehr als Blut Lady the Rune Wo ist mein Bruder? Halt's Maul Je besser du aussiehst Desto höher das Lösegeld Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen Du bist nicht mehr im Chateau Also Schnauze kleine Reutiger Köter Ja also ich würd sagen Du hast dir Ein Steinchen verdient Mit meiner Schleuder Gegen deinen Kopf Junge Gegen deinen Kopf Wird's passieren Oh ist einfach offen Achso Ich dachte sie macht's gerade auf Wer seid ihr denn? Es ist ein Scree-Style Geil Einen schönen guten Abend Fieser Wicht Hello What? Das ist ihr Bruder? Nein das ist nicht ihr Bruder Also glaube ich Okay Wir sind Wer seid ihr? Melly Und das ist Arthur Das ist alles eure Schuld Wo ist mein Bruder? Hey Sei leise Okay Wir sind leise Die Schweine haben eine Schleuder Die brauchst du nicht Wie Warum brauche ich die nicht? Ich fühle mich auch mal mit der Sicherer Ist halt ne Waffe Die Wache Arthur wird sich um sie kümmern Was? Wie? Er lenkt sie ab Wir müssen ihm nur sagen Wann und wo Also halt die Augen offen Jetzt ist die Frage Wo wollen wir lang? Ich würde sagen da Nein Dann versperrt er uns den Weg Also ich hätte gedacht Wir gehen da vorbei Anstelle von da Weil da sind ja noch mehr Wachen Aber gut Wofür? Komm mit Er ist also dein Bruder Na los Na los Okay Wie viele Tote es auf unserer Seite gab Schwer zu sagen Sicher tausende Aber wenn ich gar nicht kann man nur schassen So von hinten Tank Ja von hinten Sie werden ihm nichts tun Du verstehst das nicht Wenn er Angst bekommt Du musst geduldig sein Warte 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 Sei mal kurz geduldig Ich hab hier noch ein bisschen Loot Lass mich mal ganz kurz Ganz so Okay Jetzt Jetzt kommen wir weiter Was Was Wofür denn Das hat er gut gemacht Sehr gut Oh guck mal her Okay 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 Oh warte mal Was ist hier noch Hier ist Loot Warte Warte Ja okay Okay, vielleicht war ich ein bisschen zu gierig mit dem Blut, wer weiß, vielleicht sollte ich das sein lassen. Aber eigentlich war ich irgendwie nicht. Ich müsste gleich mal mein T-Shirt draus holen. Hab ich hier das Blut schon eingesammelt? Sieht so aus. Melly, was wie, was wie? Janka ist auch da, hey. Aha, Melly. Achso, weil die Figur Melly heißt, glaube ich, oder? Ansonsten verstehe ich das nicht. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Quaselei. Und machen dich doch irre. Was ist das? Beruhig dich da hinten. Nichts. Du hast gar nichts gesehen. Gar nichts, mein Freund. Scheiße, das war jetzt gerade sehr knapp. Okay, sind jetzt... Gott, da ist ja auch noch einer. Wo kommst du denn hier? Boah, Junge. Okay. Ich wollte euch mal so ein paar... Todessequenzen zeigen. Wie das so aussieht. Da ist Loot, ich will den Loot haben. So, die drehen sich nicht um, ne? Die sind, die sind easy peasy. So, du, du gehst jetzt einfach weg. War ich gut? Ich will den Loot! Gib mir den Loot! Und den Loot. Den will ich auch noch. Okay, hier ist nix. Wo ist die jetzt hin? Wo ist die jetzt hin? Ohohohohoho! Das war fast knapp. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer... Die hängen da wirklich Leichen auf, um Schießübungen zu machen? Was ist denn mit den... Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Guillen gehört endlich wieder zu England! Ach ja? Dann sieh dich draußen mal um, Guillen gehört jetzt den Verfluchten... Die Pieke! Da! Nein! Ach, wir müssen da drüben lang! Dann nehmen wir doch das Ding da! Da, der Topf! Ja! Ja! Gut gesehen! Der Topf! Ah! 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 Ah, links! Seid los, vorsichtig! Ich bin auf dem Weg nach links! Was? Lebend? Da war nichts! Was für ein Gefangener bringt so eine hohe Belohnung! Kinder von Palua! Der Sohn und die Tochter von Ritter Robert Beru! Der Ritter vom Baum! Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär! Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp! Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam! Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach! Oh nein! Keine Sorge! Das musste ja passieren! Mhm! Warum ist die im Schleichmodus so schnell? Und ich so labere langsam! Mal sehen! Das! Und das! Gar nicht mal übel! Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit! So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus! Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen! Pulver! Wahrscheinlich für Alchemie! Nutzlos! Nicht für mich! Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll! Ja dann knack sie doch! Wärst du so freundlich? Die kann... Die kann... Die kann Kisten knacken? Ist ne gute Freundin! Hier! Viel Spaß damit! Ja danke, danke, danke! Dann weiter! Ich komme schon! Ich kann davon nix mitnehmen! Warte mal, kann ich irgendwas... Ich kann auch nix herstellen! Das ist doch scheiße! Hallo? Das geht nicht weiter! So, ich bin doch jetzt da! Hallo? Leise! Nicht da lang! Da sind zu viele von ihnen! Pssst! Leise! Ach du Kacke! Keine Flaschen umschmeißen! Da ist noch Alkohol! Bald haben wir weder Brot noch Wein! Das kann ich nicht mitnehmen! To ne Scheiße! Da sind noch Lappen! Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben! Die Hälfte der Vorräte... Ach du bist verrückt! Was denn? Wir haben's doch geschafft, oder nicht? Gerade so! Ach das war aber ganz schön knapp! Was ist das hier? Kampfgeschrei? Übung? Oh guck mal, Halt! Boah das wäre ja ein Paradies wie für Stevie ey! So handwerklich! Boah, könnte der hier... Mein Bruder! Sieht ganz so aus! Schnell! Bald bist du weit, weit weg von hier! Amicia? Wo ist sie? Diese Dreckskerne! Diese Dreckskerne! Ruhige dich! Nein! Nein! Bitte nicht! Die Kleine! Die Kleine! Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit! Die Kleine ist entkommen! Ihr Käfig steht offen! Alle suchen nach ihr! Scheiße! Verzeiht euch! Achtet auf die Türen! Und bleibt wachsam! So ein Käfig öffnet sich nicht von allein! Was? Da stecken sicher die Valois dahinter! Das ist unsere Chance! Ja! Was können wir jetzt machen? Ich habe ja keine Schleuder! Nichts! Wo bist du hin? Ich will zu meinem Bruder! Die Zelte! Durchsucht die Zelte! Ugo! Ich bin hier! Amicia! Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein! Hol mich bitte hier raus! Wir müssen den Käfig unterholen! Gut, Ugo! Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Tour da gesteckt! Gut! In die Tour? Ja, okay! Dein Einsatz, Melly! Ja, Melly! Mach mal dein... Hier, komm! Mach mal! Uh! Uh! Werkbank! Danke! Endlich! Jetzt, Ugo! Ich muss den Käfig herunterbekommen! So, jetzt bin ich nicht mehr nackisch! Aber jetzt gehen wir erstmal hier kurz an die Werkbank! So viel Zeit muss sein! So, wir hätten jetzt noch die Munitions-Tasche... Tasche... Oder den Beutel... Nee! Ich sollte Ugo mit meiner Schleuder befreien können! Ja, 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 ja! Das ist mir bewusst! Nimm ich Munition? Was ist denn mit der Tasche? Da brauche ich noch einen Stoff... Nee, denn, denn gehe ich... Denn, 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 denn... Dann warte ich noch ab! Bestimmt! Ohohoho! Ein paar Männer rüber zum Ostwald! Zum Glück sind sie beschäftigt! Ja! Zum Glück sind sie das... Melli, das Schloss! Beutel! Nice! Das war Tobias Meister! Kiefer... Sie sagt, dass mich jemand holen würde! Schon gut, Ugo! Wir befreien dich! Warum macht sie denn, wenn sie... Warum machst du nicht gleich die Tür auf? Sag mal... Ist das mit dir verkehrt? Du knackst das Schloss und lässt sie... Ist sie drinne? Sie sagten, sie würden mich wegbringen! Und dass ich dich nie wiedersehe! Wie du siehst, stimmt das nicht! Ich bin hier! Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich! Natürlich! Und Melli kommt auch mit! Sie ist hier, um uns zu helfen! Sie ist die Diebin! Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat! Nicht wahr, Melli? Ja! Ich bin ein böses Mädchen! Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Ugo! Lass uns gehen! Ja! Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang! Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen! Mhm! Was ist hier los? So ein böses Mädchen! Ja, es ist ein sehr böses, böses Mädchen! Und danke, Bianca, für den Random Sound! Laufen wir jetzt eigentlich richtig? Also, I don't know! Was? Okay! What can we do? Ich könnte ihn mit meiner Schleuder ins Gesicht schießen! Aber ich glaube, dass denn dadurch ein paar andere Leute da wach werden! Wir probieren es trotzdem! Bist du dir sicher? Absolut! Ich bin's leid, wegzulaufen! Äh, 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 am anderen Ende? Also nicht da, wo wir hergekommen sind? Ähm... Scheiße, der hat einen Helm auf! Aber sicher bin ich mir nicht! Oh, shit! Okay, jetzt haben wir ein Problem! Jetzt gehen wir doch in die andere Richtung! Ähm... Jetzt ist, äh... Jojo, wir probieren's aus! Wir gehen einfach... Da lag! Weil da hinten ist zu viel los! Scheiße, das darf doch nicht wahr sein! Wir sind erledigt! Also, ich... äh, gebe mein Bestes! Aber ich gebe die Hoffnung gerade leicht auf! Wir gucken mal! Die Zelte! Durchsucht die Zelte! Ja, 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 durchsucht die Zeitalter! Kommen wir hier durch? Hä, schade, nein! Soldaten! Bericht! Ein paar Männer rüber zum Ostwald! Nicht zu sehen! Ha! Okay! Ähm... Ja... Also, es gibt jetzt... ...zwei Möglichkeiten... Möglichkeit Nummer eins ist... Ciao, Kakao! Dann los! Okay, das hat sogar geklappt! Können wir hier im hohen Gras... ...einfach chillen? Geht das? Das geht sogar! So, dann! Ciao, Kakao! Ey, fieser Wich! Mach doch nicht sowas! Und... Äh... Eistee Cat! Hi! Herzlich willkommen bei unserem... ...kleinem... ...Spiel! Und schön, dass du eingeschaltet hast! Okay, wir haben jetzt die beiden... Ist das... Oh Gott! Okay, warte mal! Kann ich den jetzt einfach auch so? Lasst uns in Frieden! Das war... Unglaublich! Ja, das war... Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Ich weiß es nicht... Ist es einer mit Helm? Nee, ist es nicht. Okay. Na dann können wir auf jeden Fall den Krieg hier... ...gewinnen. Angriff ist doch die beste Verteidigung! Da seid ihr ja! Heizt's Maut! Okay, er konnte keinen Alarm schlagen. Also, ich muss sagen, diese Position sieht nicht sehr gut aus für dich. Muss ich jetzt hier jeden Einzelnen umbringen? Also... Warte mal, kann ich die nicht? Also... Wir müssen es wahrscheinlich nicht. Also, wir können ja auch mal gucken, dass wir hier so... Oh, was ist das denn hier? Die Kriegserklärung der Engländer. Was? War wohl doch nichts. Oh, es war nichts. Nein. Oh Gott! Hey! Du wolltest nicht bleiben! Oh Gott, das war gar nicht gut. Ich weiß, dass ihr hier seid. Hä? Hä? Oh, shit. Komm, schnell! Ah! Oh Gott! Amicia! Amicia! Ja! Ich hab gedacht, wir... Es ist unglaublich. Wir sind schon wieder am Anfang. Wir sind wirklich am Anfang? Ja, wir sind wirklich am Anfang. Jetzt euer Ernst? Okay. Aber wir können ja auch mal die andere Seite gehen. Also, wir können ja erstmal hier ein paar Steine wieder mitnehmen. Wir gehen jetzt einfach mal die andere Seite lang. Warum nicht? Gut. Das haben wir voll. Vielleicht können wir ja auch einfach hier hinten lang laufen. Wer weiß? Soldaten! Bericht! Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aussperren! Teilt euch auf! Und achtet auf die Zelte! Ja. Okay. Cool. Cool. Geh diesmal gleich in die richtige Richtung, Benni. Ja, ich, ich, ich geb mein Bestes. Kommen wir hier... Nee, kommen wir nicht. Okay. Da hast du ne Kiste. Oh, da ist jemand. Ist hier immer noch einer? Nee, ne? Was? Was war das? Ich seh mal nach. Ja, seh mal nach. Bist du dir sicher? Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Mhm. Das war aber auch nicht... Also, das wollte ich eigentlich nicht. So, kann der uns da hinten sehen? Also, oder ist der... Nee, okay. Was war das? Ich seh mal nach. Hier! Was soll der uns sehen? Dann los! Mh! Hey! Hör doch auf, mich hier zu sehen! Also, warum sehen die mich andauernd? Ja, da ist nichts gewesen. Alles cool. Bin ich jetzt hier draußen? Warte mal, dich muss ich noch umlegen. Ja, kein Bock auf dich. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Warum liegst du hier rum? Das ist auch ein geller Spruch. Warum liegst du hier rum? Wer war das? Lasst uns in Frieden! Das war unglaublich. Ja, ja. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Im schlimmsten Fall? Ja. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Nein! Ey, können wir jetzt hier raus? Geht das? Oh nein! Das lief ja mal gar nicht so gut. Ich wollte mich grad schon feiern. Ich zahle Lösegeld für die Tyrun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umringen. Manny! No! Okay. Wir sind weg. Wir sind weg. Wir haben nichts getan. Wir wollen wie Go. Wir lassen es abhauen. Hier geht's raus. Schnell. Weiter laufen, Wie Go. Folge Manny. Nimm doch die Leiter. Wir kriegen den Licht. Hör auf, wenn sie laufen. Gib uns die Go. Ich rufe ja. Äh, wo geht's denn? Hier lang? Es bleibt die Zeit davon. Schnell. Was ist was? Scheiße. Ich mach die Tür auf. Alles klar. Okay. Was? Was hab ich da gerade gesehen? Es ist mir scheißig, aber was du da gerade gesehen hast. Ich bin weg, mein Freund. Oder auch nicht. Ich dachte, wir sind jetzt am Rennen und nicht am Sneaken. Okay. Hier sind wir anscheinend wieder am Sneaken. Okay. Erstmal. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab jetzt nicht getroffen. Na, na, komm mal hier hoch. I'm waiting for you. Alles klar. Weiter. Die Luke da. Das könnte unser Weg nach draußen sein. Da ist deine Kette. Nelly. Komm schon, komm schon. Lecht die Tür auf. Vorwärts. Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Oh Gott. Das war gar nicht gut. Halte deinen Mund. Lasst uns ins Riechen. Das war jetzt knapp. Oh Gott. Ja, jetzt kommen die mit Pfeil und Bogen an. Amicia. Arthur. Das war Arthur. Vereilen wir uns. Jetzt rüben. Los. Oh, ich sauge durch. Was? Die Kriegserklärung liegt beim Schubo-Schmiedruppen? Ja, die habe ich jetzt vergessen mitzunehmen. Der fahrt vor uns. Es ist ja hier aufregend. Also ist ja schlimm. Wo ist denn jetzt Lukas? Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen, wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Okay. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Oh, was ist mit ihm los? Spat ihr deinen Atem, Hugo? Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Was hat er denn am Hals? Das sieht ja gar nicht so gut aus. Hey, kleiner Mann. Sag mal, warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey. Oh ja. Wer liebt dich bloß nicht in ihn? Er bricht dir sonst ein kleines Herz. Ähm. Hey. Was? Nein. Hey, eine Mühle. Ja. Wir nutzen sie zur Überquerung. A little bit romance? Vor allem, sie hat ihren Bruder ja eigentlich nur maskiert gesehen. Hey, langsam. Also. Verschlossen. Ich mach das. Dafür haben wir Melly. Unsere kleine Schlossknackerin. Offen. Offen. Oh, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Noch ein bisschen Stuff mitnehmen. Mann weiß ich ja nie. Wird das noch mehr so? Ja, hier. Guck mal, wie wir. Worum denn? Achso. Okay, wait. Na dann. Hey, warte. Dann machen wir so. Ja. Ja. Bremsen. Ja. Melly, übernimmst du? Achso. Na schön, dann Schläuse und Bremse. Und zwar gleich. Äh. Das überlasse ich dir, Ugo. Ja. Was macht die letzte kleine? Also, hä? Ich fülle hier einfach irgendwelche Befehle aus. Ich habe keine Ahnung, ob hier was richtig ist. Äh, okay. Kann ich jetzt ihr sagen, lass los? Halt! Verstanden. Und ihr sagen da? Dein Einsatz, Melly. Ist das richtig, was ich hier mache? Die Zugbrücke wäre unten. Versucht nicht ins Wasser zu fahren. Äh, okay. Nice! Na bitte, siehst du ein Kinderspiel? Wir haben die Mühle besiegt. Wenn es die Inquisition bis hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. Okay, aber wir haben hier auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Loot-Stuff. Den tun wir erstmal mit. So. Dave hat gesagt. Tasche vor Schleuder vor Ausrüstung. Das heißt, ich würde zuerst die Tasche. Dann kann ich nicht mehr Loot mitnehmen. Loot ist gut. Das sollte mir die Sache erleichtern. So. Jetzt könnte ich noch den Beutel machen. Oder die Munitionstasche. Chat. Munitionstasche oder Beutel. Oder. Wir gucken ganz kurz. Weil wir können ja jetzt wieder ein paar Sachen wieder mitnehmen. Weil gerade nun konnten wir ja nicht alles mitnehmen. Okay, ich konnte eine Sache mitnehmen. Sehr gut. Aber Chat, was würdet ihr sagen? Was habe ich gesagt? Beutel oder Munitionstasche? Genau. Beutel oder Munitionstasche? Also Munitionstasche ist natürlich, ne, mit 14 Geschossen. Wäre schon nice. Da Blackboard Snake nicht da ist, sag ich mal, für ihn Kneipe. Stevie, es ist immer eine Freude, dich in den Chat zu lesen und richtig produktiven Stuff mir zu teilen. Danke dafür. Aber ich weiß, was hast du für Blackboard Snake gemacht? Kneipe. Wobei, Beutel haben wir noch gar nicht gemacht. Was macht nun mal der Beutel? Verringert die benötige Zeit, um mit der Rezession zu schießen. Ich würde den Beutel ausbessern. Genau. Also Beutel, glaube ich, ist auch gar nicht so verkehrt. Weil wir haben noch gar nichts vom Beutel gemacht. Wir haben gerade gesehen, das Anvisieren dauert doch ein bisschen lang. Also machen wir Beutel. Das ist, was die Hojo sagen. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Das sieht gut aus. So. Wenn ich sowas da sehe, dann gehe ich mir, ich kann dagegen schießen. Gut gesehen. Danke. Das heißt, wir können jetzt hier rein. Komm, Benni, wir versuchen hochzuklettern. Also schön. Und was ist mit mir? Wir sind bald zurück, versprochen. Na gut. Puh. Hier ist nicht viel. Doch. Ein Hufeisen. Ein Hufeisen. Toll. Wir sind reich. Das macht uns zwar nicht reich, aber Glück können wir gut gebrauchen. Okay. Wenn sich das Glück unter Pferde bieten können, wir wären gut schmieden, den Herken der Welt. Ey, haben oder nicht haben? Kann ich jetzt hier noch was mitnehmen? Ja, kann ich. Wäre gut. Wir können hier durch. Na los. Versuchst du mich zu beeindrucken? Äh, nein. Gut, kommt mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Das Ackerdorf. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleich gemacht. Ach du heilige. Die Gegend hier soll verflucht sein. Okay, aber daher müssen wir uns erstmal mal ein bisschen umschauen. Ja, natürlich. Seid wahnsinnig. Oh, hier haben also Leute gelebt? Huch, hier guck mal. Blümchen. Ja. Hallo? Nimmst du? Machst du? Kennst du die vielleicht? Weißdorn, glaube ich. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein bandendes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. Vielleicht. Weißdorn. Guckst du sonst noch was Schönes? Ja, hier haben wir noch was Tolles gefunden. Schnur. Wir müssen gucken. Hallo? Nachher verpassen wir hier was Gutes. Wie zum Beispiel sowas. Schöne, gute Leder. Für dich vielleicht unwichtig. Für uns. Interessant. Weil können wir gebrauchen. Ich will hier rüber. Ich kann nicht rüber. Okay, wir gehen weiter. Das ist ja... Ihm geht es nicht besser. Also die Sachen hier mit dieser... Das Ding jetzt bei uns am Hals ist schon nicht so nice. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist... Als ob etwas in mir wächst. Meine Beine. Sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, komm. Der Arme. Und wir haben für ihn keine Medizin. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist. Was ist dann mit dir? Mir geht es gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Ja. Miesia. Ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Ach, endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Okay. Aufgehen. Was ist das denn? Ehrlich, kein Versteck. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken. Nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an. Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln. Also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Miesia. Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthos Stromatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Also man muss aber wirklich sagen, die waren oder sind schon adelig. Also die waren schon eher eine gehobenere Klasse. Also das könnte ich schon mal so zugeben. So, siehst du was? Nein, nichts. Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauch Hilfe! Ich brauch Hilfe! Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertraue mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte Leben länger. Ach, du Scheinweißer. Mist! Runter! Er trägt einen Helm. Ha! Devorantis! Was? Devorantis! Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Was? Das haut jedem den Helm vom Kopf. Machen wir mal was davon fertig. Gut. Mein neuer Lieblingsstoff. Los! Ziel auf den Helm. Ja, auf jeden Fall. Auf Wiedersehen, mein Freund. Stahl da ihm einen Stein an den Kopf. Los! Ach so, jetzt ist auch noch ein Stein hinterher. Das geschieht ihm recht. Das ist laut. Ich wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung. Ihr könnt damit die Helme kaputt machen? Wie nice ist das denn? So voll nichts halber, ne? Man weiß ja nie. Oh, was? Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was du tun hast. Ja. Ihr kommt, wenn ich die erwische. Weißt du, wo die Schleifsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Halt's Maul. Kurz und schmerzlos gefällt mir. Wenn zwei von denen unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Ackerduck. Ich weiß. Wo ist das Chateau d'Ombrache? Hier und lachen. Folgt mir. Es tut mir leid, so ein Chateau d'Ombrache. Das hört sich für mich leider immer an wie Chateau am Arsch. Oh nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Wir brauchen mehr davon. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hört zu. Bonicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Algo, halt die Augen offen. Und sei leise. Ist gut. Verstanden. Und töte die anderen. Sofort! Die suchen immer noch nach mir. Ach du Scheiße. Ähm. Das war jetzt nicht so geplant, Freunde. Also, ähm. Äh. Äh. Okay. Ähm. Musst du jetzt hier so hingucken? Warte mal. Dich krieg ich. Okay. Harte. Falsch ausgewählt. So, Nummer 1 ausgeschaltet. Dumm, dumm, dumm. So, jetzt nehmen wir uns den hier vor. Äh. Dreh dich mal um. Ich mag den neuen Stoff. Der gefällt mir richtig gut. Hast du einen Helm auf? Nee, ne? Du hast keinen Helm auf. Du bist Helm los. Wiedersehen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Also, ich mag dieses... Dieses neue... So, ganz schön frisch heute. Was? Der ist frisch. Was? Oh. Oh, warte. Warte für dich. Ja, warte. Was ist das? Was ist das? Halt, Drehge. Halt, Drehge. Halt, Dreh. Halt, 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 Halt. Dich hab ich ja gar nicht gesehen. Dann war jetzt... Oh Gott, da kommt der nächste. Und den interessiert es überhaupt nicht. Okay. Der Vater. Namen Benni, Namen Chat. Benni, ist du braun? Ja, ich bin... Gleichgebräunt. Oh, warte. Gleichgebräunt bin ich, der Vater. Hallo Urlaub. Und... Feinersonne. So, jetzt haben wir hier erstmal die ersten erledigt. Hätten wir bestimmt auch sneaky machen können. Bis zum gewissen Teil. Aber warum? Warum, wenn wir es auch anders machen können? Ah. Jetzt ist die Frage. Chat, ihr entscheidet. Den zweiten Abschnitt. Weil wir müssen ja anscheinend... Warte mal, wo müssen wir hin? Dahin. So, wir haben jetzt noch... Wir haben ein paar Gegner. Ich gehe nochmal aufs Klo. Ihr entscheidet... Chat. Machen wir es sneaky? Oder... Wollen wir es alle platt machen? Wie soll Benni vorgehen? Alle platt machen. Platt machen. Zwei... Nein, einen platt machen. Zwei kill them all. Okay. Okay. Chat, wir machen alle platt. Habe ich auch Bock drauf. Äh, so. Dann fangen wir mal mit dem Typen da drüben an. Stimmt, du warst ja da. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So, eine Explosion. Wir bringen uns jetzt doch vor. Wir haben den Alonso erwischt. Ein junger Sie. Wenn es ist, hat es geholfen. Wann wir kurz mal gucken? Da kann er sich glücklich hätten. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort für Frischlein bearbeitet. Mit wem quatscht er? Egal. Egal. Sind wir auch ein Helm auf? Oh Gott, shit. Jetzt, jetzt wird es aber... Jetzt wird es fremzlich. Jetzt wird es aber irgendwie... Oh Gott, es war knapp. Aber wir haben es geschafft. Ist da noch einer? Ach nee, da ist Melly. Jetzt nehmen wir erstmal hier wieder ein bisschen Loot mit. Oh! Noch mehr Loot? Aber ich finde das mit der Säure geil. Eine Karte von Frankreich. Was haben die Dreckskerle nur vor? Eine Karte von Frankreich. Oh. Und die Partie, sie die. Was ist er denn? Oh, warte mal. Da sind noch zwei. Nein, die wollen wir uns natürlich auch noch holen. Also wenn denn, sagen wir hier alle platt machen. Was ist da jetzt los? Ja, Vater! Hier mein Prime Loot. Yes. Danke dir für den Prime Loot, der Vater. So, warte mal. Da drüben sind aber noch... Oh. Hier, Prime Loot. Stimmt, habe ich aktiviert. Was ist das? Was? Was? Was war das? Wo geht es? Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber du wirst gleich sehen, was es ist. Tschüss. Tschüss. Und jetzt kriegt ihr beide noch einen. Tschüss. Oh. War nicht gut. Das war... Das war jetzt sehr knapp. Aber... Geschafft ist geschafft, ne? Knapp oder nicht? Ist ja gut so. Okay, aber die haben keinen Loot mehr. Da ist auch kein Loot. Und werden jetzt alle erledigt? Ich muss sagen, ja. Auftrag erfüllt. Und gar nicht mal so schlecht. Sind fast da. Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Oh, okay. Da. Dann nichts wie raus hier. Weiter. Los. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Was ist dein Problem? Also, hallo? Ja, ist egal. Stadt Matthias. Ich. Bin ich mal um? Ich bin so froh, euch wiederzusehen. Wer war das? Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom. Dann sind wir zu Mellys Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Ähm, könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Also, ich mochte Mellie bis zu einem gewissen Punkt. Na, dann los. Haba. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Die ist, ähm... Wie Sausit habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Ja, das ist, äh... Es war ein Unfall. Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Oh, die gerade fast übersehen. Oh, Amicia. Ich hab etwas für dich. Ich hab Ignen Verweiter entwickelt. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Also, ganz ehrlich, die Namen haben so ein bisschen was von Harry Potter. Ich wollte es nochmal sagen. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Wirf es auf die Ratten. Äh. Einfach so? Luminosa. Das brennt in den Augen. Luminosa. Das hat sie pulverisiert. Kann ich hier rein? Was? Oh, hier gibt's wieder Lut. Lutelblut. Der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Oh. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht was vor... Ja, okay. Wir können jetzt nur noch den Beutel machen. Aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Dann würde ich sagen, machen wir den Beutel. Oder? Ja, komm. Endlich. Das wird nützlich sein. Ja. Wingardium Luminosa. So sieht's aus. Aber das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Also jetzt so und so... So ein... Ab Feuerball? Schon schön. Gehen wir das Ackerduct drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh. Ah. 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 In Ordnung. Äh. Nie, warte. So, jetzt. Gut gesehen. Ja. Ich hab die Adler oben. Komm, hoch mit dir. Also eigentlich nicht, aber... Ja, gut. Nicht mal schon. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas. Lukas. Sag nicht, dass das alles umsonst war. Hä? Nein. 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 Laurenzius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Hm. Wie wär's mit... Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Wer geht zuerst? Ich. Gut gemacht. Ähm, Amicia. Los. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Das ist mein Mädchen? Blau, wo sind... What? Wo sind wir denn hier? Dankeschön. Überquere den See. Einten ist Loot. Müssen wir erstmal nochmal ab... Up-Grabbeln. Ich find's auch cool, dass, äh, natürlich der Loot wieder so schön hervorsticht. Dass ich das von Weitem schon sehen kann. Das, äh, find ich sehr schön. Okay. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Äh, okay. Melli, ich brauche deine Hilfe. Lukas, schlaf nicht, sondern hilf nicht. Ähm, ja, ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Den muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Leute dabei zu haben. Das war so kalt, ich muss doch heulen. Um, dass die die Arbeit machen. Da hätte ich auch heulen müssen. Finde ich angenehm. Euer Boot wartet. Ja, danke. Und jetzt lasst uns bitte auf die andere Seite. Ihr fang mir jetzt bitte nicht ins Wasser, ey. Hey, hey, hey. Wo, wo, wo. Gehst du da weg? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Wie lange kannst du heute den Stream-Banny? Na, noch eine Stunde ungefähr. Noch eine Stunde geht. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Achso, und hier haben wir nur eine Kurbel, das, damit ich, achso, okay. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Sind jetzt wirklich die anderen dran, oder gehen wir erstmal den Loot holen? Wir gehen erstmal den Loot holen. Nicht, dass die denn hier uns was wegnehmen wollen. Okay, hier ist alles cool. Aber kann ich noch was machen? Also das da ist auf jeden Fall immer gut zu wissen. Oh, ich habe keinen Alkohol mehr. Nein! Ich brauche so viel Alkohol. No. Okay. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Achso. Hallo? Ihr seid dran! Wir kommen! Äh, und jetzt? Äh. Ihr könnt loslassen! Natürlich! Ja, wie denn? Komm mit! Komm mal! Äh. Was war's? Ich hab'n jetzt? Komm mit mir zu tun! Ich mag nur Wasser nicht so besonders. Das ist alles. Ich wollte dich nicht anlösen. Ich dachte, Amicia und Ugo sterben vielleicht. Und... Ich hatte Angst. Ich... Vergess es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt. Abgemacht? Na gut. Also ich würde es auch cool finden, wenn sie uns das mal zeigt, wie wir das machen könnten, dass wir nicht mehr auf sie angewiesen sind, um Schlösser zu knacken. Wäre auch ganz toll. Nein, das kann nicht sein. Das hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Mach mal langsam. Okay. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm Lukas, lass uns mal nachsehen. Wir können das jetzt hier... Wer hat das gebaut? Vielleicht, ähm, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. In den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Ja, das ist doch nicht. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Und bei den Gedanken kriege ich Gänsehaut. Okay, also es ist jetzt richtig, dass wir jetzt hier... Komm, ich hebe dich hoch. Äh, alleine hochgehen? Ohne unseren Bruder? Also ohne Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Oh? Okay. Also anscheinend ja. Aber gut. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Sehr gut, sehr gut. Dann kann ich nochmal gucken wegen Loot. Nein, los. Kommt rüber, ihr faulen Felste. Äh, achso, da hinten ist Alkohol. Alkohol. Kannst du so... Nee, kannst du nicht, ne? Schade. Ich wollte gerade fragen, ob er so freundlich sein könnte, um das da anzuzünden. Aber... Gut, dann kümmere ich mich drum. Mach dir keinen Stress. So, jetzt. Dann ab mit euch in die Grube. Heinz muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effektiv. So, dann kann man mit. Jetzt gehen wir nämlich wieder beide. Kann ich erinnern, ob das hier ist alles gut. Folge mir. Natürlich. Weiter geht's. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Ja, das wäre... Wäre schon schön. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Krass schon. So lange habe ich genug von alten Türen. Sieht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Wow. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber... Das ist die Art von Alchemisten-Legende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Ja. Weil irgendwie werden wir da ganz viel Lutz da finden, hoffentlich. Oh, was ist denn hier oben noch? Ist hier oben noch was Schönes? Mach mal auf. Melly, übernimmst du? Aha. Ist erledigt. Dankeschön. Lass mich doch durch. Weg da. Soll das die Wundermedizin sein, von der sie gesprochen haben? Äh, riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Da hast du nicht Unrecht. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Ratten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie. Oh, hast du das gesehen? Der Blitz. Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Ist das euer Ernst? Als ernsthaft? Okay. Oh Gott, das ist ja wirklich... ...wild. Nie wieder. Ein Gebäude. Unglaublich. Hier haben wir Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge. Oh ne, warte mal, das wird nichts. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Lass mich dir helfen. Ja, wir warten trotzdem den letzten Blitz ab. Also es war mir jetzt gerade alles ein bisschen zu knapp. Ja, also das wäre jetzt... Das wäre auf jeden Fall schief gegangen. Wäre ich jetzt einfach da so johle reingerannt? Yes, na los, na los! So, jetzt warten wir hier. Ich wollte gerade sagen, warum ist es denn immer dunkler geworden? Los, wir werden uns scheiße, scheiße! Ich werde dir helfen. Oh Gott! Ich habe bald keine SOS Flakos mehr. Ach ne, äh, falsches Spiel. Wirklich? Geschafft! Wir sind da! Seht euch das an! Chateau d'Ombrage! Oh, von hier aus ist es sogar noch größer! Gehen wir rein, los! Mit dem Namen, das ist ganz schlimm für mich. Oh! Ha, unglaublich! In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns umgekehrt. Oh! Eine Rattenfalle! Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Ja, kann ich springen? Also, es gibt so die Möglichkeit zu springen? Wahrscheinlich nicht. Kann hier irgendwer... Ach so. Kannst du das übernehmen? Na schön. Das Schloss ist ganz schön alt. Äh! Da hat sich was bewegt. Ist offen. Hm, solange es keine Ratten waren, ist alles gut. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Ugo, bleib aus dem Regen raus. Warte, 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 bleib mal hier. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los. Die Belagerung des Chateau d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Sieh nur, sie bewegen sich. Okay. Aber wie geht's von da aus weiter? Hm. Hm. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Das sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Ich habe hier mehr Stöcke. Okay. Jetzt tu es. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Einmal anzünden. Jetzt kommen wir hier hoch. Okay, okay. So weit, so weit so gut. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. Warum ist sie denn nicht mitgekommen? Will die mich verarschen? Hey, seht mal. Ich wollte gerade sagen, ey, sind wir so rum. Kommst du jetzt? Warte mal, kann ich dich eigentlich alle da rüber treiben? Geht das? Alle da so runter? Oh, nice. Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Ich kann kaum erwarten, da oben zu sein. Danke. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Der ist doch okay, oder? Okay. Warum kommt sie denn nicht? Variona? Hello? Aber warum kam der mit? Okay, okay. Ja, warte, warte, warte. Wir sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut. Ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Ich habe nicht mehr so viel Pensil dafür für solche Sachen. Leider. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Ja, dann hau los. Mach. Mach. Mädel, mach. Gut. Schaffst du das? Verstanden. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Ach so, ich kann hier hochklettern? Lol. Wir werden nicht schatten. Wir werden nicht schatten. Ugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Hey, ich kann hier nicht hochklettern. Was erzählt sie denn? Äh. Also ich könnte es noch anzünden, aber was bringt mir das? Aber geht das nicht? Kann ich hier nicht? Ist nicht das Laken dafür da, zu sagen, hier kannst du hoch? Oder so? Äh, nee. Warte mal, kann ich... Kannst du da hinten nochmal? Nee, geht nicht. Äh, scheiße. Was mach ich denn jetzt? Jetzt sind wir das an. Okay. Kann ich nicht, weil ich muss davon erstmal was wieder bauen. Ach so, und jetzt habe ich hier hoch. Ah, ich verstehe. Okay, okay, okay. Kann man ein paar Steigchen mitnehmen? Melli, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnack. Ja, also ich bin ja auch hier draußen im Regen. Ist ja jetzt nicht so, dass ich einen Regenschirm dabei hätte, Fräulein. So, kannst du jetzt denn anfangen, sie denn da reinzutreiben? Also... Geht das? Ach so. Hübsch. Vorher machen wir hier die Kiste auf. Sehr gut. Äh, gut. Dann... Da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Also gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja. Alles klar, Ugo? Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge. Der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ja. Viel Glück. Okay. Viel Glück. So, jetzt haben wir hier wieder Feuer. Kann ich irgendwie... Adventure-Map-technisch... hier weitermachen? Das ist schon besser. Achso, nee, warte mal. Ich kann doch jetzt bestimmt mit ihr zusammen... Siehe hoch. Ja, safe, safe, safe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sollten sie besser runterlassen. Äh, spring doch hoch. Nein, 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 lass los. Wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wald. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Was? Äh, muss ich jetzt wieder runter? Achso, ja, muss ich. Okay. Äh, was war das? Nicht nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Ja. Sehr witzig. Okay. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Oh. Das war... Das war gut. Das war gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt sind wir hier oben. Achso, jetzt kann ich das hier... Okay, verstehe. Jetzt können wir das hier nach da verschieben. Dann kann Melly loslassen. Und die Ratten... Gehen woanders hin? So. Und jetzt kann ich ihr sagen... Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut. Dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Oh nee, ist das... Sag bloß, wir müssen jetzt nochmal komplett... Wo sind die meine... Da. Wo sind die meine Leiter? Jetzt müssen wir nochmal das komplett mit dem... Mit dem anderen Dings machen. So, du bist auf der anderen Seite schon. Sehr gut. Das heißt, ich... Gehe jetzt hier wieder hoch. Ich gehe hier wieder hoch. Ich will da hoch. Ja, 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 ja. Beruhig dich. Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein High. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut. Ich verstehe. So. Ready. Hey, also da drinnen willst du aber auch nicht landen, also ist ja... Geschafft. Wir haben sie zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Was? Ja. Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern? Ja? Natürlich. Auf zum Turm. Aaron, äh, eins, zwei, drei, drei. Vielen Dank für den Vorder. Herzlich willkommen bei uns. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Ey, das muss so kalt da drinnen sein, weil du so eine Sachen kriegst, die doch nie warm. Also selbst mit dem Kamin quasi davor ist es zwar warm, aber... Holy! Alle anderen Räume sind doch arschkalt. Unser Zuhause. Du hast schlecht geträumt. Kann ich gerade sagen. Schlechte Träume? Ähm, du bist... Du bist schon wach? Ja, ich hab ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Auch, äh, danke dir für dein Follow. Los! W3DO. Was ist das für ein Geräusch? Das ist Lukas. Komm bitte, dann wirst du es sehen. Gut. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. So, erstmal hier wieder Loot abgreifen. Loot! Ah ja. Die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Das ist hier unsere Base? Oh. Das ist unser Stuff. Wir müssen diese Strommatratzen zusammenflicken. Gehört alles uns? Wir haben eine Werkbank. Warte. Können wir was wieder verbessern? Nein. Leider nicht. Schade. Ich wusste gar nicht, dass das in dem Game so eine Art... Äh... Ja, wie nennt man das? Ich sollte bei Ugo bleiben. Äh, Homebase-Gip mäßig? Wo ist er denn jetzt hin? Ach, der ist hinten. Ja, aber wir wollen doch noch den Loot mitnehmen. Weil Loot, wissen wir doch alle, ist immer gut. Cool wäre, wenn wir natürlich auch hier unsere Base irgendwie ausbauen könnten. Also noch so... Bisschen hübsch machen und so. Warte, hier ist auch noch was. Okay, also wir bleiben jetzt bei unserem Bruder. Bei Gigio. Super, hier ist Dach hier drinnen. Warte gekommen, aber hat mich inspiriert. Ich hab das große Werk fast vollbracht und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. Äh, in Ordnung. Was? Und ich und ich? Was kann ich tun? Wir haben Archimisten gelebt. Ugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. Das muss es sein. Was braut er da schon wieder zusammen? Also ich hoffe, dass natürlich wieder ein neuer Staff ist für uns. Ja, den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das seinen Pfad erleuchtet. Was zum Essen? Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Hier. Gut. Dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Die Engelsträne? Ugo. Wow, das große Werk. Ähm, das war eigentlich nicht geplant. Äh. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Ugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Ui, ui, auf den Wall. Okay. Also unser kleiner Bruder zeigt uns jetzt die ganze Burg. Verstehe ich das richtig? Also da oben können wir pennen. Da unten ist Lukas und macht sein Alchemiekram. Ähm, vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Äh, Meli ist ja jetzt nicht abgehauen, oder? Er ist gesagt, hallo? Oh. Dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Hallo. Hallo. Komm mal, Mischa, mach mit. Ah. Na, habt ihr beiden Spaß? Ruptour. Die Inquisition sicher auch. Meli, wir dachten, du bist weg. Komm. Wir müssen reden. Hm. Worum geht's jetzt? Bezahlung? Ihren Bruder? Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Ami. Aber wir können doch helfen. Und wegen Hugo. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia. Das glaub ich dir. Was für Symbole? Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte. Ja, Hugo. Ja, gleich. Warte doch kurz. Warte kurz. Ich hab hier noch was gesehen. Hier ist doch noch... Handbuch der Vogelsprache. Lyrik vielleicht? Handbuch der Vogelsprache. Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir. Ja, komm mit. Ich folge dir. Was sieht er denn alles? Das ist ja unglaublich. Der hat ja eine Sehkraft vom Pfalz. Den Tegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Wo ist er hin? Äh. Das sind dieselben Symbole. Ja. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Ey, der hüpft aber auch von Thema zu Thema. Komm zurück. Wo gehst du hin? Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja. Ja. Ach, deswegen der Baum. Weil es ist unser Familienwappen ist. Amicia? 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 Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Der Hals. Es wird immer schlimmer bei ihm. Hör zu, wir finden ein Heilmittel für dich. Und jetzt haben wir auch Lukas und Melli. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt. Und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Das ist sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixir gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinus Itinerar. Mit dem Buch? Könntest du also... Leider nicht. Das Sanguinus Itinerar ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt, in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut. Ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Es heißt also, wir gehen mit Mellie zusammen ihren Bruder holen und das Buch. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut. Ich bin bald zurück. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Und Hugo bleibt hier. In Sicherheit. Was ist das? Warte. Vater, Mutter, ihr werdet immer bei uns sein. Ja. Es ist nicht so einfach alles. Alles nicht so einfach. So, wir gehen jetzt aber nochmal kurz ein bisschen auf Looterkundung. Ein ganz schönes Stück Arbeit. Ähm. Weil wir werden bestimmt noch ein, zwei Sachen übersehen haben. So, das können wir nicht mitnehmen. Dann werden wir nämlich auch nochmal gleich nochmal gucken. An der Bergbank. Ob wir noch was Schönes herstellen können. Irgendwie was. Irgendwie die, die wie Flitsche irgendwie besser machen können. Oder. Beutelich in Munition. Who knows. Ne. Da schauen wir jetzt gleich mal rein. Warte mal. Kann ich hier raus? Geht das? Nein. Gut. Dann gehen wir nämlich nochmal runter. Kurz nochmal zu Lukas. Kann ich hier? Warte mal. Hier liegt da noch was. Ein grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Hoffentlich keine Prophezeiung. Und da müssen wir uns natürlich auch noch, äh, gleich nochmal die Sachen angucken, die... Wo sind wir denn hier eigentlich hin? Wo sind wir hier? Oh. Ein Grab. Ah. Sollten wir hier sein? Sollten wir es sein lassen? Äh, ich geh mal wieder weg. Äh, ist ein bisschen mir unheimlich. Ist, äh, nö. Nö, muss nicht sein. Ist, äh, einfach nö. Gut, gehen wir zu Lukas. Sei vorsichtig in der Stadt. Dort ist es bestimmt chaotisch als hier. Keine Sorge, wir Mädels können auf uns selbst aufpassen. Davon bin ich überzeugt. Trotzdem viel Glück. Ja. Also, Davon bin ich auch überzeugt, dass die beiden zusammen, glaube ich, echt ein gutes Demon bilden. Okay, okay, okay. Also, hier gibt es kein Loot-Stuff. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zur Werkbank. Und schauen, ob wir da irgendwas Schönes wiederherstellen können. Wir haben ja ein bisschen, ein bisschen Stuff haben wir ja gefunden gehabt. Und wir könnten Ausrüstung noch weiterherstellen. Amiga braucht keine Werkstatt mehr, um ihre Ausrüstung aufzuwerten. Das ist gar nicht mal so kacke. Das ist sogar richtig gut. Das machen wir, Chad. Das machen wir. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, Amiga braucht kein Werkzeug mehr, um ihre Ausrüstung. Geil, dann fällt der Punkt hier unten weg. Das ist natürlich auch richtig nice. Okay, cool. Cool, cool, cool. Achso, wir wollten ja nochmal ins... Ach, du Scheibenkleister, wir haben ja noch so viel zu lesen. So, wir machen jetzt eine kleine Lesestunde, Freunde. Und wir gucken uns jetzt erstmal hier den Kodex an. Weißdorn. Dieser dornige Busch wurde zur Grenzmarkierung von Gärten und Grundstücken verwendet und wurde so zu Symbol vorsichtiger Hoffnung. Um ihn ranken sich viele Legenden. Die bekanntesten unter ihnen erzählt, dass Christus Dornenkrone aus Weißdorn geflochten wurde. Heiß aufgebrüht reguliert diese Pflanze den Herzschlag und lindert Atembeschwerden. Interessant. Knöchelchen. Diese kleinen Schafsknochen sind sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen als Spielzeug beliebt. Sowohl bei Adligen als auch im einfachen Volk. Erwachsene nutzen sie gerne für Glücksspiele. Poliert und graviert kommen sie so als Würfel zum Einsatz. Da sie leicht zu transportieren sind, haben sie ihren Weg bis in die kirchliche... Kirchliche... ...bis in kirchliche Zirkel gefunden, wo sie mit dem Teufel in Zusammenhang gebracht werden. Das ist alles Teufelswerk, Hexenwerk. Vier Räuber-Essig. Eine bekannte Legende erzählt von vier Dieben, die einen Weg gefunden hatten, verseuchte Gebäude zu plündern, ohne selbst infiziert zu werden. Als man sie schließlich gefangen nahm, versprach man ihnen, sie nicht auf den Scheiterhofen zu verbringen, sollten sie ihr Geheimnis preisgeben. Sie willigten ein und verrieten ihre geheime Rezeptur, um anschließend an Ort und Stelle gehängt zu werden. Die Wirksamkeit dieser Mixtur bleibt jedoch äußerst fragwürdig. Ja, wenn die jetzt mal die Wahrheit erzählt hätten, würde mich jetzt wundern. Alchemistischer Schmelztiegel. Das wichtigste Werkzeug eines jeden Alchemisten, dieser steinerne Behälter, widersteht auch den härtesten Bedingungen, extrem hohe Temperaturen, Säuren, ohne Schaden zu nehmen. Während des gesamten alchemistischen Prozesses ist er ein zuverlässiger Begleiter bei der angestrebten Vollendung des großen Werks. Kreuzritter, Tappert, 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 ja, ne, Tappert. Der letzte große Kreuzzug liegt schon ein Jahrhundert zurück und die Kirche sieht sich neuen Gefahren ausgesetzt. Krankheit, Hungersnöte, Krieg, das Elend treibt die Menschen in die Arme des Glaubens. Dieser Bedarf an Spirulalität... Warte, ich muss mal kurz was trinken. Meine Güte. So, jetzt besser. Dieser Bedarf an Spirulalität, der den vielen Toten zuzuschreiben ist, zwingt den Klerus dazu, in aller Eile neue Priester auszubilden. Aber einige Leute suchen und suchen auch weiterhin ihr Heil im Heidentum, Aberglauben und bei Andersdenkenden Ordnungsvereinigung. Ja, ist doch jeden so wie er will. Vitriol. Die Abkürzung des lateinischen Formel, Visita interiora terrae retificando in venius occultum lapidem. Ich hatte keinen Latein, ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen war. Ich sage mal nein. Was so viel bedeutet wie, betrachte, was im Inneren der Erde liegt, indem du das dort vorgefundene Leuchterst, wirst du einen verborgenen Stein erhalten. Diese Maxime fasst die alchemistische Philosophie zusammen, die auf das Studium der fundamentalen Natur, der uns umgebenden Elemente und ihrer Umwandlung beruht. Mit diesen Initialen wird außerdem die Schwefesäure bezeichnet, mit der Materie bearbeitet wird. Kriegserklärung. Der Zarsos Belli dient als offizielle Rechtfertigung für einen Konflikt zwischen Herrschern, obwohl seine Legitimität oftmals fragwürdig ist. Manchmal geht es auch vorrangig um wirtschaftliche Interessen. Der 100-jährige Krieg etwa gab dem französischen König Philipp VI. einen Vorwand, sein Volk höher zu besteuern und so die Schatzkammern des Königreiches zu füllen, während der König Edward III. so den englischen Adel zufriedenstellen konnte, dessen Einkünfte aus Landverpachtungen drastisch zurückgegangen waren. Also wirklich, sag das zehnmal hintereinander. Was? Gar kein Fall. Das Lateinische? No way, Stevie. No, 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 no. Hufeisen. Mit steigender Lebensqualität wächst auch die Bevölkerung schneller, als Nahrungsmittel produziert werden können. Nach zahlreichen Plagen, die ganzen Ernten vernichteten, nahmen die Hungersnot bedrohliche Ausmaße an und trieb Arm und Reich immer weiter, dem aber Glauben in die Arme. Hufeisen gelten als Glücksbringer, sind aber teurer Schmiedearbeit, die für den Ackerbau unerlässlich sind. Ein Bauer, der es einsetzt, um Glück anzuziehen, bringt so ein unermächtliches, großes Opfer. Ja, das ist wohl wahr. Also, ich kann mir vorstellen, dass gerade sowas in der Schmiedekunst scheiße teuer war. Damals. Also, ernsthaft. Oh, oh, guck mal. Oh, Frankreich. Frankreich. Spanien. England. Äh, soll das Irland sein? Ganz schön groß. Na, egal. Karten sind adeligen und gelehrten Kreisen weit verbreitet. Äh, sie sind selten teuer, was? Sie sind selten teuer und leider auch ziemlich ungenau. Daher werden an Werk, Werk, Wegkreuzungen, Werk, genau. Daher werden an Wegkreuzungen vermehrt praktische und kostengünstige Wegweiser aufgestellt. Dörfer, die teilweise einen mehrtägigen Fußmarsch voneinander entfernt liegen, werden von Hunger, Krieg und Krankheit heimgesucht. Über dieselben Straßen verbreitet sich auch die, äh, auch die Pest und folgt den fliehenden Bevölkerung wie ein Unheil voller Schatten, die sich in ihrer Verzweiflung an einen einzigen Gedanken klammert. Flieh, solange du kannst. Laufe weit, weit und kehre später zurück. Was ist da denn? Okay. Ikonografie. Ikonografie, ja. Die Alchemie fasziniert Wissenschaftler und inspiriert Künstler. Das wiederkehrende Symbol des Löwen, der die Sonne verschlingt, ist als Anspielung auf alchemische Auflösung zu deuten. Durch den Einsatz dieses Verfahrens bei dem Vitirol-Schwefel zersetzt, sollen grobe Substanzen von edlen Substanzen getrennt werden. Ja, ja, mhm. Handbuch der Vogelsprache. Da ihre Arbeit von der Mehrheit als finster und gefährlich angesehen wird, geben sich Alchemisten große Mühe, ihre Werke zu verschlüsseln. Seit der Antike machen sie sich daher dieser Vogelsprache zunutze, die auf Meta-, Metafern, Wortspielen und Klängen sowie einer mystischen Buchstabensymbolik beruht. Ihre wahre Bedeutung gebe diese Texte nur eingeweihten Preis. Ja, also halt quasi Geheimsprache. Wollen wir hier sonst noch was? Nö, das ist das. Das sind die Mixtun. Die können wir nicht herstellen. Die... Da fehlt uns Leder. Okay. Okay, cool. So, dann würde ich mal sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg. Oder was? Oder wie? Oh, warte mal. Wir können hier noch ein bisschen was einsammeln. Aber wir kackeln sie mal hier kurz an. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hört zu. Eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei überseht mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. Mit Rosen. In Ordnung. Werden wir. Im Schatten des Walz. Erste Regel zum Überleben. Tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Tsch. Da ist die Stadtmauer. Da ist die Stadtmauer. Ja, dann lass uns doch mal, äh, uns ankündigen. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten. Der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Okay. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass Sie Arthur so einen Stock verpassen. Los. Gehen wir. Äh. Lass uns hier rein. Dein Einsatzmärk. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung. Okay. Aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt. Nicht zu übersehen. Glaubst du? Genau am anderen Ende. Willst du uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Hm. Ich tue was ich kann. Na bitte. Mach schon. Hab mit dir. Hm. Viel Glück. Dir auch. Wie? Jetzt lässt du mich alleine? Ähm. Das finde ich jetzt nicht so gut. Leute. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hierbleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, bewegt dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge. Wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Aha. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Ich hab keine Ahnung. Äh. Wir machen mal ganz kurz Bestandsaufnahme. Was haben wir denn an Munition? Also ich würde gerne sowas hier bauen. Kann ich nicht, weil da fehlt mir Leder. Gut. Dann machen wir hier den hier nochmal ein bisschen fertig. Irgendwie. Der wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Können wir jetzt hier wieder was aufnehmen? Jo. Nice. Weil die Säure finde ich schon wichtig. Also sollten wir schon auf jeden Fall so ein bisschen was auf Vorrat haben. Weil man weiß ja nie. Steine sowieso. Grundsätzlich. Und falls Ratten kommen, ne, hier so zum Anzünden. Zumindest diese Anzünder. Okay, hier geht's nicht weiter. Wow. Da drüben. Das muss die Universität sein. Ja, moin. Ich muss ja wirklich einmal komplett durch die Stadt. Also, wenn ich jetzt wie Assassin's Creed mäßig einfach so über die Dächer laufen könnte. Gar kein Problem dann. Ich geh nicht von aus, dass ich das kann. Sondern, dass ich denn da unten irgendwie... Da so lang muss. Leider. Waren wir hier unten irgendwas? No. Gut. Es ist ganz schön weit. Ja. Aber ich schaffe das. Also los. Weil wir müssen ja... Also wir müssen doch leise sein, oder? Oder machen wir jetzt... Also... Also... Oder mach ich jetzt YOLO? Also YOLO wär so... Hey, ihr da drin! Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Okay, wir machen nicht YOLO. Wir machen nur ein paar Schatten. Hä? Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rufen. Hä? Hä? Verdammte Bonjour-Asi! Vergiss es! Okay. Okay. Er hat nix gesehen. Oh Gott. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Gut. Kommen wir jetzt hier runter. Okay. Okay, also wir probieren's im ersten Anlauf. Äh... Sneaky. Das ist zumindest der Versuch. Ich glaub nicht, dass es hinhaut. Ich glaub nicht, dass wir es hinbekommen. Aber... Man darf ja nie, nie sagen. Oder man soll ja nie, nie sagen. So, bleibst du da? Oder... Ihr bleibt beide da, ne? Kann da jetzt hier hinten gucken gehen, oder nicht? Oder? Achso. Sieht gut aus. Will ich hier rein? Nein. Schade. Hm. Na gut. Gehen wir einfach mal weiter. Letzter Aufruf. Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Mhm. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Mhm. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Also, warte. Mach mal kurz anders. Oh Gott, der jetzt kommt ja wieder. Ich dachte, der ist nur ganz kurz da. Okay, damit hab ich nicht gerechnet. Nichts zu berichten. Hm. 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 Das will ich's genau wissen. Ja, ich auch. Leider. Scheiße. Das wollte ich nicht. Aber ist jetzt passiert. Was soll ich sagen? Ich wollt's sneaky, aber... Ja, es ähm... Hat nicht so gut geklappt. Lass mich in Frieden! Haut aus! Scheiße! Wie soll man bei all den Fakten hier in Ruhe die Sache... Hehehehe. 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 Scheiße. So werde ich ganz sicher nicht enden. Nee, du endest anders, mein Freund. Und auf Wiedersehen. Ja, sorry. Nee, den musste ich jetzt leider machen, Chat. Also, äh... Das ging jetzt grad nicht anders. Uh... Stöckchen. Wobei, eigentlich brauche ich gar kein Stöckchen, weil die sind so geil auf dieses Fleisch da. Sehr gut. Aber ich brauche gefühlt Ewigkeiten, wenn ich so... Ich sag jetzt mal so sneaky versuche weiterzulaufen. Bis zur Bibliothek da hinten hin. Was? Was für ein Gerümpel? Äh, was? Ist das überall so? Kann ich hier runter ohne Probleme? Oder habe ich gleich ein Problem? Es sieht aus, als ob ich hier runter könnte. Okay. Okay. Äh... Äh... Gut, 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 gut. Gut, gut. Gut, gut. Ich weiß zwar nicht, wo ich bin. Ja? Aber immerhin lebe ich noch. Achso. Ja nicht mehr. Weiß nicht. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein! Das ist mein Mann! Das war dein Mann! Für den ist es aus, also verzieh dich! Nicht allein! Ich kann doch nicht ohne ihn gehen! Halt's Maul! Wenn du jetzt dein Schwert ziehst, mein Freund, dann... Oh mein Gott! Ich bin ansteckend! Ich bin ansteckend! Geh fort von dir! Hör! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ach du Scheiß! Was haben die denn gemacht? Tut mir leid! Oh ja! Genau du kommst richtig mit der Lampe! Tschüss! Hehehehe! Dankeschön! Dann kann ich nichts mitnehmen! Das ist gar nicht gut! So wie sieht's hier oben aus? Ah, hier oben kann ich schon ein paar Sachen mitnehmen, das find ich gut! Oh! Man nimmt das endlich ein Ende! Ach du! Ach du! Ach du! Okay! Ähm! Ja ist gar nicht so schön! Alles! Sie wurden alle hingerichtet! Alter! Also normalerweise müsste ich euch alle... Also... Für die Aktion... Alter, Freunde... Verschlossen! Das nennt man Disziplin? Was ist... Was stört? Okay... Sowieso alle in der Hölle! Aber da sind zu viele Ratten! Ich muss die ablenken, wenn ich da durch will! Ja das ist richtig! Ich... Ich frag mich grad nur wie! Ich... Will die eigentlich nicht... Also... Muss ich die jetzt da runter schießen? Ich hoffe nicht! Also das wäre ja... Grausam! Kann ich hier rüberspringen? Ne! Ähm... Ja wie geht's jetzt hier weiter? Oh ja! Ich muss die runter schießen! Oh nein! Zumindest ein! Also... Ein oder zwei! Weil ich seh das gerade da an der Seite! Ich will das aber eigentlich nicht! Ja das Spiel ist grausam! Ja... Gut! Ganz ruhig! Denk an Dego! Du machst das für ihn! Ja aber doch... Also... Dass die denn auf einmal da so anfängt... Kacke zu machen! Warte mal! Kann ich den hier rüber locken? Indem ich ihn einfach mal kurz mit Säure... Besprühe? Ne warte mal! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Jetzt habe ich ein Problem! Genug hier! Es ist vorbei! Das war gar nicht sooo gut! Ich hätte nicht gedacht, dass der um die Ecke kommt! Ich bin der Meinung, ich müsste glaube ich mit einem Topf... Sag mal, er hat einen Helm! Kann ich ihn? Kann ich ihn? Hä? Okay! Ist jetzt die Frage, war das clever oder war das nicht so clever? Weil hier sind ja überall Ratten! Wobei wir haben ja jetzt auch so ein Ding gemacht! Warte mal, kann ich hier wieder aufstehen? Ja! Wobei, hier kann ich ja rüber! Ist ja gar kein Problem! Gar kein Problem! Achso, guck mal hier! Hier könnte ich doch nochmal die Glut entfachen lassen! Zack! Machen wir uns mal ein bisschen Licht! Ah, sehr gut! Ich muss erst wieder reinkommen, Chat! Es ist... Zwei Wochen her, es ist gar nicht so einfach! Ach... So, du hast nichts fallen lassen, ne? Nee! So... Und wie Julia schon gesagt hat, sind wir ja auf dem Weg... Ähm... ...das Buch zu finden! Warte mal, da müssen wir nicht lang! Wo muss ich denn lang? Wo muss ich denn lang? Äh... Okay, okay! Also, wir zünden mal hier das Feuer an! Weil hier macht's eigentlich gar keinen Sinn! Oder? Nee, macht's keinen Sinn! Warte mal, wir gehen nochmal zurück und holen uns einen neuen Stock! Und ich glaub, wir müssen nämlich denn da durch! Ja, 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 ja! Wir müssen nämlich, glaub ich, da durch, damit wir da hinkommen! Das ist so meine... meine Theorie! Was ist da unter... Ach, du Scheiße! Äh, ja, das ist gar nicht mal so lecker! Was? Blaue Pässe? Äh, wie war das? Wie kann ich was wegschmeißen? So... Okay! Steht nur einer da! Oder? Ja! Das heißt, wir machen erst mal hier wieder Feuerchen an! Ich hab da drüben was gehört! Er hat da drüben was gehört! Was könnte es gewesen sein? Ja, nimm mal deinen Helm ab! Okay! Da hat war jetzt aber schon... Gar nicht mal so schön für ihn! Aber gut, ey, 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 ey! Selbstverteidigung und so, ne? Ist, äh, alles cool! Was haben wir hier noch? Okay, davon können wir nichts weiter mitnehmen! So, hier sind wir doch jetzt richtig! Ja! Oh, geschafft! Oh, aber den Gestand werd ich nie vergessen! Jetzt ist die Frage... Wo ist die Bibliothek? Oder das Buch, was wir suchen? Hast du für Loot übersehen? Hast du Loot übersehen? Was, ich hab Loot übersehen? Niemals! Achso, Wendy, nur als Tipp! Teilweise wächst der Loot auch nach! Also, ich hab gestern öfter an der gleichen Stelle looten können... ...nach einer Aktion! Aha! Das ist auch gut zu wissen! Weil manchmal ist ja dann für Hersteller... Universität! Na bitte! Weiter! Ach, da hinten? Ja, stimmt! Wir müssen zur Universität! Ja, 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 ja! Der Friedhof! Er liegt auf dem Weg! Willst du wirklich da lang, Amicia? Ja, das frag ich mich auch gerade! Wollen wir da wirklich lang? Also, eigentlich... ...nicht so, aber ich geh von aus, wir müssen! Ich muss die Inquisition hier aufgestellt haben! Sieht aus, als könnte man sie drehen! Ach, nicht schlecht! Der große Inquisitor macht eben keine halben Sachen! Äh, wie komm ich hier wieder raus? Ah, okay! Ja, was ist denn hier los? Noch mehr Loot! Und genau, die Werkbank! Bei der Werkbank können wir immer mal wieder... ...schöne neue Sachen... ...wieder herstellen! Aber wir können gerade nichts aufwerten! Das ist der Kodex! Ja, wir könnten hier jetzt noch... ...ja, hier fehlen uns die Mixturen! Haha, wir haben drei von denen und drei von denen! Machen wir mal so! Äh, wie komm ich hier wieder raus? Zurück! Komm schon, Kumpel! Nur ein paar Münzen! Ach, nein! Was? Was, was, was? Du hast doch irgendwas dabei! Was wertvolles! Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze! Los, Amicia! Tu was! Los! Was soll ich hier machen? Achso, warte mal! Kann ich jetzt einfach... Die Schätze! Was zum Teufel! Was zum Teufel! Das wird dich lehren! Das war ein bisschen knapp, würde ich sagen! Das war gar nicht mal so gut! So! Du Scheiße! Wobei, war das jetzt eigentlich richtig, dass ich das da gemacht hatte? Hätte ich da vielleicht... Na ja wohl! Warte mal, hat der hier noch was? Die kommen jetzt hier nicht durch, ne? Ne, ne? Die sind jetzt hier... Okay, gut! Ein Fenster! Perfekt! Ja! Ein Fenster! Perfekt! Ein Fenster! Perfekt! Ja! Warum... Haben die da hinten keine Angst? Okay! Egal! Wir gehen durchs Fenster! Ja, hatte ich auch gedacht, Herr Junge! Das Licht weglegen! Magister! Das Episanguis! Mal sehen! 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 Perfekt! Darf ich fragen? Wir wissen, dass es von den Ratten kommt! Doch wozu dient es? Das nennen wir Odas! Was? Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Pah! Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll! Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es, hm... Bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion! Das ist genug für heute! Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hinternpatrouille laufen! Hehehehe! Okay! Episanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen! Alter, was ist das denn hier? Warum sind denn hier so viele... äh... Leichen! Also, klar, Pest und so, aber... Meine Güte! Sie sind weg, dann los! Es ist nur ein Friedhof! Mhhh... Ach! Noch mehr Tote! Ach, du Bescheid! Oh, das ist gar nicht sooo nett! Okay! Machen wir doch mal das Feuer da hinten an, würde ich sagen! Sieh mal einer an! Warum seid ihr so aufgeregt? Ha! Okay! Okay, okay, okay! Also, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin! Um... Uns... Wie komme ich denn aber wieder zurück? Weil hier werde ich wahrscheinlich nicht hochklettern können! Was ist das? Das sind diese Kristalle, von denen die erzählt haben? Oh, da ist auch noch Loot! Warte mal, da ist auch nochmal Loot! Nehmen wir natürlich erstmal mit! Oh, geh ich jetzt da runter? Ey, Dave! Na, Abend! Äh... Also, alleine weil da Loot ist und da auch, würde ich fast behaupten, ja! Komm, scheiß auf, wir gehen hier runter! Also, das ist Episangus! Gut! Episangus und Schwefel! Jetzt muss ich das nur noch vermahlen! Dann probieren wir es mal aus! Okay! Das... Das hier ist für dich! Einfach da hin, oder was? Ja, wie die ausrasten! Es klappt! Das wird mir das Leben retten! Ich muss mehr davon finden! Denk dran! Die Wirkung hält nicht sehr lange an! Eil! Okay! Okay, ich verstehe! Äh, warte mal! Wir stellen mal... Noch einmal, okay! Werfen wir das mal da hin? Sehr nice! Da drüben scheint der Ausgang zu sein! Los! Es ist nicht mehr weit! Nee, warte mal! Ja, das ist falsch! Das ist die Lichtquelle! Scheinkleise! War bis eben mit einem Nachbarn in einer Wohnung eingesperrt! Schloss im Eimer! Eben im Eimer Schüssel links gekommen! What?! Du erlebst aber auch Sachen, ey! Äh, ist schon... Ist schon witzig! Äh, ja, wie mach ich denn das jetzt? Also klar, ich könnte jetzt mit diesem... Kann ich einfach hier durch? Geht das? Verschlossen! Natürlich nicht! Na gut, okay! Dann werden wir hier nochmal... Wobei macht nicht auch das Ding hier Sinn? Die Ratten eliminiert! Vielleicht nicht! Also nicht komplett! So, geht mal da drüber! Der Boden ist weggebrochen! Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann! So! Warte mal, haben wir hier... Kann ich hier noch irgendwas einsacken? Nee, schade! Oder hier! Fast noch was übersehen! Ähm, okay! Oh, Glück! Glück im Unglück, dass da eine Lampe ist! Für mich! Oh, da ist noch weiterer Loot! Warte mal! Müssen wir nochmal ganz kurz hier... Wir sind... Wir sind ja... Also ich vor allen Dingen! Dann... Wenn ich ihn da runterhole... Könnte ich daran hochklettern! Ja, warte! Wir müssen erstmal kurz dahin! Lass mich noch Loot! Nee, wir müssen doch nicht... Oh shit! Wie mache ich denn das? Scheiße! 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 Oh, hier ist ja auch nochmal was! So, ist jetzt die Frage... Wenn ich jetzt hier lang gehe... Rutsche ich da runter? Oder ist... Boah, das ist so viel! Ich kann mich nicht entscheiden! Davor Polizei und Notdienst eine Nachbarin abgeholt... Ist immer lustig... Äh... Ein Problem... Scheiße Dave, ey! Das ist... Äh! 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 Hallo! Das war jetzt nicht so schön! Ja, wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Okay, warte! Also holen wir jetzt erstmal den Wagen? Ja, das Problem ist... Die Lichtquelle ist zu wenig! Scheiße! Ich habe keine Idee! Hm... Hm... Okay, okay, okay... Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Hm... Hm... Ich meine, ich kann sie jetzt alle in eine Ecke locken... Dann könnte ich ja ganz schnell hinrennen... Aber es ist ja nur von... Ne? Von einer gewissen Zeit! Und wenn ich den Wagen da drüben holen soll... Um... Ich weiß ja auch noch nicht mal, wo ich den hintransportieren soll... Also pass auf! Wir probieren erstmal hier nach unten zu kommen... Um den Loot uns zu grabbeln! Also ich hoffe das funktioniert, was ich da so vorhabe... Warte mal... Mach mal das lieber von hier aus... Das kann ich doch hier runter... Okay... Blut haben wir... So... Jetzt kann ich doch bestimmt wieder mehr herstellen... Oh... Fuck... Hey... 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 Ho... 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 Ihr kleinen Mistviecher... Warte mal... Für die Aktion, Freunde... Auch wenn es eigentlich ne Verschwendung ist... Ich kann nichts machen! Schade... Ich hab gedacht... Ich hab noch einen! Aber kann ich nicht? Okay, kann ich nicht... Fuck... Okay, kann ich die da hinlocken alle sonst? Ja, wie denn? Warte... Gut... Hoffentlich bewegt sich das Ding noch... Ey, wir werden so sterben, Chad... Wir werden so sterben... Ich glaub nicht, dass das zielführend ist... Lass das doch! Ah... Ah... Mir dräuch, du sollst eine neue Waffe einsetzen, um die Ratten abzulenken... Ja... Scheiße... Das war gar nicht mal so clever, was ich gemacht habe... Ein Karren! Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern! Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern... Also, wir müssen ja anscheinend... Ja... Muss ich den Karren überhaupt hierher bringen? Ist jetzt die große Frage... Oder muss ich... Oh, jetzt ist der ganze Loot da unten noch... So, warte mal... Hier ist alles safe... Ich muss ihn hier hinbringen, oder was? Damit ich hier hochklettern kann? Ist das... Oh, ist das euer Ernst? Scheiße... Oh... Da wollte ich nicht hin... Okay, 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 okay... Also, wir machen erstmal... Erstmal... Wollen wir unseren Loot... So, mehr hatten wir hier nicht, ne? Juhu, ganz schnell wieder nach oben! So, hier hatten wir noch Loot... Nein! Lass los! Also, du kannst die vielleicht alle in eine Ecke locken, wo noch der Loot ist... Und dann mit der Lampe so eine Schranke machen... Und dann gehen die nicht drüber und werden im Eck eingesperrt... Weiß nicht mehr, wie ich es damals gemacht habe... Das ist aber eine sehr gute Idee... Du meinst quasi hier in die Ecke, aber da komme ich an den Loot nicht mehr ran... Was aber auch nicht so wild ist, ne? Das ist jetzt... Ich mein, um an den Loot ranzukommen, könnte ich ja alle erstmal nach da schicken... Ne? Könnte ja so kackendreich sein... Das Odorous wird sie nicht lange zurückhalten! Ja, ja, ja... Ich muss sie ein für alle mal festnageln! So, jetzt lasse ich sie hier kommen... Und schicke sie jetzt... Quasi hier hin... So, dann nehme ich jetzt das Lämpchen... Jojo, du hast genau die geile Idee! Sehr, sehr nice! Sehr gut! Sehr gut! Danke, Chat! Danke, Jojo! Goldener Tipp! Warte mal! Warum kann ich hier rüber klettern? Vor allen Dingen komme ich ja auch hier wieder zurück anscheinend! Ja! Gibt's hier etwa noch Loot? Oh, das war... Das wollte ich eigentlich nicht, aber... Okay! Ach... Als wäre der Ort hier nicht schon düster genug! Äh... Was ist das? Stück einer Grabplastik! Der Transi ist eine besondere Form der Grabplastik! Eine Art Steingrab ohne Überreste! Das normalerweise mit einer friedlichen, ruhenden Liegefigur verziert ist! Unter der Grabfigur kommt es ein... Eine weitere realistische Darstellung des Verstorbenen zum Vorschein, die ihnen eingefallen oder bereits verwesend zeigt! Auf städtischen Friedhöfen, wo immer mehr Infizierte begraben werden und für die Ausbreitung der... des großen Bösen sorgen, werden sie immer häufiger! Versäuchte Leichen werden allerdings in Massengräbern außerhalb von Siedlungen deponiert! Die Transi selbst sind heilige Orten vorbehalten! Okay! Aber cool! Haben wir hier auch noch mal ein bisschen... ein bisschen was dazugekommen! Das klingt super smart, ja! Gut! Hoffentlich bewegt sich das Ding noch! So, jetzt müssen... Warte mal! Aber wo müssen wir jetzt damit hin? Also doch da runter, wo ich das grad eben noch gesagt hatte! Ja, ne? Das macht ja Sinn! Dann kann ich da hoch... Ja, stimmt! Muss ich auch! So, jetzt hier einmal um die Ecke! Oh nein! Ja, ist ja gar kein Problem! Gar kein Problem! Das war äußerst diskret! Gut, nur noch etwas weiter! Äußerst diskret! Find ich auch gut! So, jetzt hier hoch! Hoppidi hopp! Sehr gut! Na bitte! Es geht doch! Du schaffst das! Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber... war okay! War okay! So, was haben wir hier? Kein weiterer Loot! War ein bisschen Loot! Ja, ja, ja! Loot, loot, loot! Okay! Hier gibt's nix! Hier gibt's gar nix zu sehen! Oh mein Gott! Was ist hier passiert? Ach du Scheiße! Der arme Hund! Ach so! Aber der arme Hund! Ich bin fast da! Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas! Ja, das... Wir werden das schon... Da wird schon... Wir werden doch schon was finden! Oh Gott! Die Kranken! Sie haben sie abgeschlachtet! Also, das ist aber auch super unangenehm! Die Ratten! Sie haben... Die Ratten! Ratten losgelassen! Helf! Ich... Ich kann nichts tun! Ach du Fuck! Kaum zu glauben! Sie haben die Ratten... Auf die Kranken gehetzt! Du Scheiße! Also, die Leute... So, warte mal! Wir machen uns jetzt hier erstmal nochmal so ein paar so ne Dinger! Äh... Die sind voll... Das werden wir uns nochmal ein bisschen herstellen! So... Jetzt können wir nämlich auch wieder Steinen mitnehmen! So... Und hier ist gerade ne Wache patrouilliert! Riesenbiester! Verdammtes Rumgequieke! Verdammtes Rumgequieke! Was habt ihr euch so wichtig gegründet? Das Brutus! Ich könnte es versuchen! Sobald ihr drüben in der Bastion seid... Könnt ich eigentlich jetzt einfach damit abschmeißen? Oh! 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 Was hat funktioniert?! What?! Oh! Oh! Was ist denn mit ihm nicht richtig? Was ist dein beschissenes Problem, Junge? So, also bei dir habe ich ja nun am allerwenigsten Mitleid, aber dich kriege ich nicht da hin. Warte mal. Aber, ey, den müssen wir jetzt leiden lassen, ne? Also wer hier so kackendreist ist. Dieses Geräusch. Ja, dieses Geräusch. Geht mal kontrollieren. So, den wirst du jetzt gleich von Ratten gefressen, mein Freund. Also so eine Aktion kann ich ja nun gar nicht gutheißen. Warte mal. Warte mal, hier drüben ist ja auch nochmal Loot. Weil ich glaube, jetzt bin ich zu gierig. Warum sind sie noch hier? Okay. Das Ibi-Sango ist die Käfige. Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wenn wir weiter hierbleiben, wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich deinen Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Also, machen wir erstmal den hier. So eine Waffe, gleich wieder da. Auf Wiedersehen. Hätte ich jetzt noch anders lösen können? Aber wollte ich nicht. So. Wieder Loot einsammeln. Loot, Loot, Loot. Okay. Was gibt es hier vorne Schönes zu finden? Ah, okay, okay. Hier hätte ich ihn hinlocken können. Verstehe. Verstehe. Was mache ich jetzt mit den Ratten? Ich muss wahrscheinlich da drüben hin. Äh, okay. Wait a sec. Aber das wird nicht funktionieren. So. Kann ich jetzt sagen... A la Jojo mäßig. Geht immer alle... Warte. Geht immer alle... Dahin. Ich nenn's die Jojo-Taktik. Finde ich gut, die Taktik. Es brennt in mir drin. Was soll ich tun? Äh, ich weiß nicht. Was weiß ich? Äh. Aber nimm nicht das da. Nein, trink das nicht. Nicht das... Nein, nein. Das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Du Scheiß. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Gar nicht gut. Ja, das... Ach, fuck, ey. Warum trinkt er denn auch das? Was? Der große Inquisitor. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Äh. Wait. 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 Das tut mir also gar nicht leid. Warte mal. Kann ich hier von hier aus? Geht das? Was war das? Ein Steinchen? Ha. Das war dein letzter Fehler. Hast du gehört? Was? Der weiß ja gar nicht, wo ich bin. Oder weiß der jetzt, wo ich bin. Wir wählen mal vorsichtshalber den hier aus. Okay, er weiß, wo ich bin. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Okay, er weiß jetzt noch nicht mehr, wo ich bin. Er hat es eigentlich sehr gut. Macht ihr mal noch so einen Schlaftrank oder was das ist? Das rettet dir manchmal das Leben. Oh ja, stimmt. Da hast du recht. Das ist das hier, ne? Ja, 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 ja. Warum wird der jetzt nicht von den Ratten, äh, geercht? Sie sind bestimmt weg. Ja. Ich muss mich hier nicht verausgaben. Nö. Also. Nö. Warum läuft der denn jetzt auf einmal wieder zurück? Na dann. Na dann. Geh da woanders hin. Ich dachte, der läuft jetzt nach da. Also. Da hinten hin. Und ich kann da hin. Aber nein, da kann ich nicht hin. So. Wie mache ich das jetzt am tippsten? Also da unten war noch Loot. So, der steht jetzt erstmal da. Hat aber keine Lampe mehr. Weil die Ratten greifen ihn trotzdem nicht an. Schade. Da hätte ich ihn gerne gesehen. Du kannst die Ratten ja trotzdem in seine Richtung locken. Ja, ja, ja. Die werden mal gleich hier ein bisschen... Schon mal auswählen? Das Richtige? Äh, tschüss. Also manchmal bin ich aber auch fies, ne. Muss ich mal ganz klar sagen. Manchmal. So, wie geht's hier weiter? Hier nicht. Ich gehe mal von aus, dass da hinten eventuell auch noch mal ein bisschen... Oh, was hier. Hast du Loot übersehen? Gar nicht gut. Ich gehe mal von aus, dass wir da hinten auch noch mal ein bisschen Loot haben. Deswegen müssen wir da auch noch mal gucken gehen. Ja, ich sehe, da guck mal da hinten. Da blitzt es doch schon auf. Ihr wisst, ich kann an Loot nicht vorbeirennen. Also nicht, wenn ich weiß, dass da Loot ist. Jawohl. Warte, kann ich mir ein bisschen was herstellen? Oder sowas? Oder sowas? Ja. Ja. Wonderful. It's very wonderful. So, was mach ich mit dir, mein kleiner? Wenn das auch nochmal Loot. Du siehst mich nicht, ne? Oh, warte. Wir können ja mal was ausprobieren. Wir können ihn ja mal... ähm... ...da hinlocken. Na was, aber ein komisches Geräusch. Und dann ist er ja außerhalb des Lichts. Das ist gar nicht was bewegen, glaube ich. Tschüss. Ist, äh, gar nicht traurig um dich. Also ich find das, 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 das Ratten-Unlock-Ding, find ich, find ich schon, das ist schon, das ist schon schön. So. Jetzt will ich mir das Einstein wieder nehmen. So, ihn werde ich wahrscheinlich... Ja, kann ich ihn einfach rumlaufen, eigentlich? Sag mal. Ja, könnte ich. Ja, komm. Überraschung, Überraschung. Ja, endlich. Den lass ich leben, weil... Weil der macht ja nichts. Was zum Teufel machen die da? Was? Ich dachte wirklich, ich hau einem der Eichemisten eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Ah, scheiße, dann sind wir zwei. Übrigens, einer von denen sagte, dass es vital ist, nicht sonderlich gut. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Ah, scheiße, da ist Loot. Da will ich hin. Ah, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht so gut. So, kann ich an denen hier eigentlich... Also, sehen die mich? Nee, ne? Die hier sind... Die sehen mich nicht. Dann gehen wir nämlich erstmal hier hin. Gucken, ob wir hier nämlich was Schönes noch finden. Bestimmt. Hier ist nichts. Hier ist wirklich gar nichts. Vielleicht auf den Karren? Nein. Okay, da ist nix. Gar nix. Der sieht mich nicht, ne? Wenn ich jetzt hier lang laufe. Die sind aber wirklich... Ein bisschen blind sind sie schon, ne? Also, muss man mal sagen. Also, ich stehe ja schon fast wirklich... Also, naja, gut. Okay, sie sind nicht ganz so blind, wie ich dachte. Sie sind nur halb blind. Okay. Und dann... Gut. Machen wir das denn andersrum. Dann machen wir zuerst... Die zwei da in der Ecke. Und dann die zwei da vorne. Oder muss ich die überhaupt machen, ist die Frage? Ja, scheiß auf. Weil der guckt jetzt hier nicht hin, ne? Die gucken beide nicht hin. Nee. Muss ich die denn überhaupt machen? Also, wahrscheinlich für den Loot wär's cool. Aber ist es zwingend erforderlich? Ja, okay. Der ist Loot, ne? Also, es ist jetzt... Ja, komm, scheiß auf. Der ist Loot. Und da wird nicht lange gefragt. So. Ja. Ich spiel aber mit Steinchens. Loot. Deswegen sag ich, für Loot, ne? Machen wir eine Menge. Warte. Kann ich hier wieder was herstellen? Inventar voll. Inventar voll. No. Okay, warte. Machen wir hier nochmal so? Jetzt kann ich den wieder mitnehmen. Für den Loot. Sie sind nur kurzsichtig. Ja, aber das... Ja, sorry. Ich hab ja eigentlich... Eigentlich nicht. Ne? Also, eigentlich wollte ich ja nicht drüber nachdenken. Jetzt Chat für euch die Frage. Ne? Ihr dürft jetzt entscheiden. Lassen wir die zwei, die da vorne stehen und kurzsichtig sind? Lassen wir die jetzt in Ruhe oder... Sagen wir... Ende im Gelände. Also, ne? Wir können... Wir können die kaputt machen. Okay. Der Junge hat eine ganz klare Meinung. Finde ich aber gut. Ich hab sie stehen lassen, weil ich beim Versuch ständig gestorben bin. Echt? Wait. Und kommen sie? Ah, ich verstehe, was du meinst. Okay, warte. Okay, warte, warte. Ja, die sind aber nicht so schnell unterwegs. Ich weiß aber, was du meinst. Aber dann machen wir jetzt einfach mal Bäumchen wechsel, die Spielchen. Lebst du noch, ist auch die geile Frage. Oh, der war gar nicht so gut. Na gut. Wait. Laufen wir ihn wieder? Aber lebst du noch, finde ich eine coole Frage von ihm. Nicht. So. Aber das mit den Schildern ist, äh, tricky. Tü, 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 tricky. So, jetzt brauche ich aber bald wieder Steine. Ich bin aber auch etwas ziemlich beim Sacken. Nee, Jojo, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, das ist jetzt hier... Das ist schon mit dem Schild, war schon gar nicht so einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, das war schon eine fiese Sache. Also, ich fand es jetzt erstmal cool, dass ich ja einfach um den Wagen rumlaufen konnte. Und die das gar nicht interessiert hat. Aber ich habe jetzt so wenig Steine. Na, das ist jetzt so eher mein großes Problem. Ich habe jetzt da ganz schön ein bisschen was verschwendet. Haben wir hier noch irgendwie... Hallo? Kiste? Hier haben wir nichts mehr, ne? Nee. Scheibenkleister. Scheibenkleister. So, dann lass uns doch mal durch die... Komm, wir gehen einfach kacken. Dreist, wie wir sind, gehen wir hier durch die Haupteingangstür. Obwohl das, glaube ich, nicht so gut ist. Aber egal. Kapitel 10. Der Weg der Rosen. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Rosen? Der Weg ist übersät mit Rosen. Das wird jetzt interessant. Die Rosen-Banner. Ah. Okay. Es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Da, die Banner. Blumen. Ja, da sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, 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 ja. Also wir wissen, okay, wir müssen eventuell in die Richtung. Aber was ist hier? Gibt's hier Blut? Ja, es gibt Blut. Dann müssen wir leider den, den... Wir müssen leider alles erkunden. Oh ja, hier. Schau mal. Stoff. Days Gone würde das heißen. Lappen. So schön wie der Stevie immer dann sagt. Wollen wir hier noch was liegen? Nein. Lass mich raten. Von hier wären wir normalerweise reingekommen, wenn wir den Seiteneingang genommen hätten. Das ist jetzt eine Vermutung. So, die Tür kann ich eventuell... Und jetzt hätte ich mir schon verlaufen. Verschlossen. Nee. Huch. Habe ich mich gerade kurz erschrocken. So, warte, 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 warte. Noch mehr Loot. Kann ich noch was herstellen? Nein. Schade. Verschlossen. Und? Verschlossen. Gut. Also, hier ist ja auch noch eine Tür. Und? Ich hatte die Hoffnung, dass die Tür offen ist. Zumindest eine davon. Aber nein. Aber hier komme ich jetzt auch nicht rein, ne? Also, ich kann die jetzt von hier aus nicht aufschließen, oder so. Was? Was? Ah. Okay. Wir sind mit ihm alleine. Das ist machbar. Steinkens. Sehr gut. Keine Ratten. Ja, sehr gut. Das ist merkwürdig. Wobei, hat sie eigentlich recht. Weil so hell ist es jetzt hier nun auch nicht, dass das heißen könnte, dass wir hier gar keine Ratten finden. Ist der ein Helm auf? Nee, oder? Der ist helmlos. Ja, okay. Der ist helmlos. Das ist aber auch, also, also, manchmal tun die mir aber auch wirklich leid. So ein bisschen. Dankeschön. Okay, wir haben hier ein Wegelchen, womit wir wahrscheinlich irgendwie wieder nach oben kommen können. Aber erstmal müssen wir noch ein bisschen Loot sammeln. Ich kann immer noch nichts herstellen, so nicht. Also, sehr unglaublich. Ah, gut. Wir gucken erstmal, hier hinten war, glaube ich, noch was. Oder auch nicht. Nee. Gut. Dann nehmen wir mal den Wagen. Hier war wirklich nichts, ne? Ey, hier ist wirklich gar nichts. Also, ich würde den Wagen jetzt hier hinstellen, damit wir da hochklettern und dann müssen wir da hochkommen. Ja, 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 ja. Setz the way. So. Auf jetzt. Watsch. Ja. Jetzt hier. Einmal hoch. Nochmal hoch. Ja, sehr gut. Oh, das war jetzt gerade ein bisschen schnell gedreht. Okay, hier können wir wahrscheinlich gleich durch. Aber ich will hier nochmal kurz lang gehen. Oh, hier ist eine Kiste. Warte mal, es gab doch die Möglichkeit. Scheiße, wir haben das. Äh, ich konnte doch mittlerweile On the Fly herstellen. Was ist das denn hier? W-äh, wait, what? Oh, was? Wie? Verlängert die Wirkung von Odirus und Luma-Luminosa. Kleine flache Holzteile trennen die verschiedenen Komponenten im Behälter, sodass sie länger unvermischt bleiben und eine höhere Wirkung entfalten. Oh. Was ist das? Ignifer-Munition lenkt Gegner in der Nähe ab. Mit besseren Werkzeugen kann Amicia wirksame Ignifer herstellen. Dank der verbesserten Mixtur ist es durchschlagskräftiger und knistert stark beim Brennen. Oh, okay, wait. Also hier brauche ich 7, 2, 2, 1, 1. Hier brauche ich 9. Sind 16. Aber ich könnte beides machen. So, Munitionstasche wäre... So viel, shit. Amicia experimentiert mit neuen... Was? Amicia experimentiert mit neuen Erbungstechniken, verbessert die Elastizität in ihrer Tasche und somit auch die Kapazität. Also einerseits mehr Loot zum Einsammeln. Andererseits längere Wirkung von Odorils und Luminosa. Und... Hm, chat. Habt ihr eine Präferenz? Sagt ihr eher Munitionstasche? Oder Alchemie? Behälter oder Werkzeuge? Also mich selbst persönlich, klar, reizt die Munitionstasche. Weil kann ich wieder mehr Loot mitnehmen, logischerweise. Aber mich würde auch der Behälter extrem reizen. Das Werkzeug gar nicht mal so sehr. Muni. Ja? Also Munitionstasche... Wobei, warte mal. Munitionstasche kann ich doch... Wenn ich Behälter mache... Wenn ich... Wenn ich Munitionstasche mache... Oh, 5 von 5. Oha. Dann brauche ich wieder Leder. Ja, der braucht wirklich alles. Klingt alles nice, aber ich glaube, es würde die Tasche machen. Ja gut, okay, komm, dann machen wir die Tasche. Weil ich bin eigentlich auch dann für die Tasche. Weil umso mehr kann ich denn mit mir tragen. Das sollte mir die Sache erleichtern. Weil wenn ich jetzt hier wieder rausgehe... Dann kann ich doch hier... Aber ich habe kein Leder mehr. Aber ich kann vielleicht nochmal nach da unten gehen. Jetzt muss ich leider nochmal runter, Jet. Also jetzt ist... Wenn ich schon die Tasche auch verbessert habe... Muss ich hier nochmal kurz runter... Und muss nochmal kurz hier... Den Loot nochmal mitnehmen. Mit, 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 nehmen. Den ich nicht mitnehmen kann. Kann ich noch irgendwas herstellen? Ja! Weil ich kann ja jetzt auch wieder mehr von dem anderen Stuff tragen. Ja! Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Ich sollte mir vielleicht ein paar Steine aufheben. Oh, einfach... Vorsichtshalber. Dass ich auch immer wirklich dann fast bis zum Ende durchziehe... Und... Dann auf einmal keine Steine mehr habe. Weil irgendwas... Mit irgendwas muss ich die ja dann... Finischen. Finischen. Und ohne Stein... Ist schlecht. Ist denn nicht so gut? Ich kann die wieder nicht mitnehmen. So ein Rotz. Na gut. Du kannst jetzt nicht nur 10 Mal Sachen herstellen... Sondern 14 Mal. Das ist natürlich richtig geil. Kann ich hier noch 14 Steine mitnehmen? Das wäre natürlich auch cool. Okay. Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch. Ah fuck, das sind ja drei. Das war ein Traumgewissen recht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter! Und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das Buch... Das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Okay. Gut. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Also, ich würde mal von hier oben... Scheiße, ich habe nur zwei Steine. Fuck. Shit. Das war jetzt gar nicht so clever. Fuck. Ich habe nur zwei Steine. Ich brauche Steine. Ich brauche Munizierung. Ich kann ja nicht drei Leute mit zwei Steinen kaputt machen. Das geht ja nicht. Hier unten sind ja auch keine Ratten. So, bei dem kann ich den Helm wegschießen. So, das kann ich schon wieder mal nicht mitnehmen. Scheiße. Kann ich die umlaufen? Er bewegt sich hier gar nicht weg. Das ist ja schon mal gut. Der läuft immer nur von A nach B. Das ist ja auch okay. Aber wenn der jetzt nämlich gleich wieder nach da geht, kann ich hier lang. Jo. Umlaufe ich ihn einfach mal? Da ist doch ein rotes Buch mit einem Einband. Oder sehe ich das falsch? Ist ja... Ist ja einfach nur... Oh, egal. Brauche ich jetzt weiter? Wenigstens kommen die verfluchten... Da sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, wir haben wieder ein bisschen Munizierung. Scheiße. Ah, da sind sie ja. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir. Die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Bleibst du jetzt da oder nicht? Ich hab das Gefühl, dass du gleich wieder irgendwo langläufst. Scheiße. Das war dämlich. Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Das ist gar kein Problem, Freunde. Und ich weiß auch schon wie. Ja, 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 ja. Na los, haut schon ab. Verschwindet. Oh, nicht auf mich. Nicht auf mich. Hallo, mein Prinz. Du kriegst auch noch was ab. So. Kann ich jetzt hier einfach rein eigentlich? Muss ich da rein? Nochmal so. Ich bin in der Hoffnung, dass ich hier rein muss. Ein Gänseblümchen. Du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Ein Gänseblümchen. Wir tun das für Ugo. Oh, schüttel. Oh, schüttel. So, weiter. Wir haben hier noch... Ah, wieder so ein... Hä, ich kann hier wieder nichts mitnehmen. Okay, wait. Jetzt packen wir das Ganze wieder nach da. Äh, schießen jetzt die Ratten hier wieder rein? Äh, richtig? Richtig? Warte mal. Ist das falsch? Ich muss doch hier durch. Nein, ich will... Nein! Ich will keinen Topf. Schade. War schön gedacht, aber... Falsch gemacht. Hä? Ist es jetzt ein Wack, dass sie jetzt da bleiben? Oder... Achso, wenn nicht, machen wir hier, äh... Nee, entzündet gut nicht. Machen wir das hier? Geht ja auch nicht. Das kann ich ja wieder nur im Notfall verwenden. Nein! Kann ich hier rüber? Nein! Ja, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Das hier auch wieder... Hinschicken, oder? Also, das hat gerade nicht funktioniert. Also, vielleicht muss ich die Step by Step hier wieder nach vorne ziehen? Warte mal. Haben wir einen Wagen? Also, kann ich... Gibt's... Warte mal. Kann ich hier einfach... Kann ich hier hochklettern? Geht das? Natürlich nicht. Dann hast du ja nicht gesagt, ich kletter hier hoch und lauf dann hier rüber und dropp... Und dropp quasi da runter. Er ist doch Scheibenkleister. Okay, wait. Wir nehmen einfach diese Fackel. Wir nehmen einfach diese Fackel. Fertig. Wird es am Ende alles bedecken? Dem, 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 dem. Warum lässt du denn jetzt... Lass doch nicht die Fackel fallen. Nimm sie doch mit. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Tja. Vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Okay. Also ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, hier brauche ich ein paar Versuche. Wobei. Vielleicht auch nicht. Nee. Hohoho. Ich dachte, ich habe etwas gehört. Jetzt komme ich gleich wieder. Sei vorsichtig. Ja, sei vorsichtig. Nicht, dass du was gehört hättest. Tu dir nicht weh. Hier ist nichts. Beruhigt euch wieder. Beruhigt euch wieder vor allen Dingen. Ja, da ist gar nichts passiert. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, warte, warte, warte. Meine Freunde. Ich komme nicht vorbei. Ich muss die Ratten irgendwie aus dem Raum locken. Gar kein Problem. Wir machen diesen Traum wahr. Ach, scheiße. Das war jetzt natürlich nicht so clever. Mach mal so. Die Waren nebenan. Das wird die Ratten beschäftigen. Ach so, so meint ihr. Ja, okay, gut. Dann nehme ich halt. Komm, du kriegst hier auch noch einen ab. Allzu schönes. Hey, Freunde. So. Ja. Da kann ich nichts gegen sagen. Das ist passiert. So, machen wir mal hier noch so ein bisschen. Dann können wir hier nämlich wieder ein bisschen was mitnehmen. An Loot. Dann gucken wir mal, ob es... Oh Gott. Warum gehst du denn direkt durch? Nee, nee, warte mal. Wir sind doch hier richtig, oder? Ja, oder? Oh, also. Ich würde sagen, ja. Tja, dazu habe ich unglaublich viele Versuche gebraucht. Ja, aber jetzt, wie gesagt, also das mit den Ratten da, den Tipp da, das hätte ich jetzt nicht so einfach hinbekommen. Warum sehe ich hier schon wieder nichts? Okay, warte. Wir machen hier mal Pool. Okay. So, jetzt können wir hier wieder ein bisschen was mitnehmen. Wieder was mitnehmen? Sehr gut. Können wir hier jetzt hier noch was herstellen? Okay, jetzt würde ich den Behälter machen. Vorhergehende Aufwertung benötigt. Hä, was? Ich wollte gerade sagen, hä, ist doch jetzt hier. Das sieht schon viel besser aus. Jawoll! Ich hatte den Jojo-Trick da noch nicht. Ach, du Scheiß. Was machen die denn? Was? Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Über unseren Jungen, Ugo der Ruhm? Senior Nicolas ist weiterhin auf der Suche. So, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschauen wie euch fernzvoll. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich. Wieso für ihn? Oh, kann ich das da oben einfach nur abschließen und... Stell! Der Seppi ist an uns... Wie heißt du, Junge? Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Ja, was, wenn er sie nicht öffnen wird? Er geht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort. Schafft ihn fort. Das macht doch gar keinen Sinn. Der sollte ja auch mal wieder in eine Runde schwimmen gehen. Ja, der sollte, glaube ich, wirklich... Ich darf sie nicht verlieren. Äh, wie? Der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten. Scheiße. Du einfach nicht den Mund halten, was? Wie soll ich... How? How much is the fish? Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Mecher. Wie lange kann das Episandruist ein bisschen Schach halten? So lange, wie es ihm sein Glaube erlaubt. Let's maul! Und auch du! Maul! Warte mal. Gebt ihr mir noch ein paar Steine? Keine Steine. Scheiße, ich brauche Steine. I need stones! Give me some stones! Okay. Wie viele Steine habe ich? Einen. Scheiße. Das war gar nicht so gut. Äh. Äh. Oh, warte hier. Seil. Äh, verdammt. Ähm. Kacke. Was mache ich denn jetzt? Könnte ich ihm einfach hinterherlaufen? Nee. Ich kann ihn nicht befreien mit einem Stein. Da sind viel zu viele Wachen. Und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Derun kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Weil ich brauche massenweise Steine für den Typen in der Mitte. Der hat eine dicke Rüstung an. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hören wir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark. Aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden... Ich brauche Steine. Ich brauche nicht irgendwelche Flüssigkeiten. Ey, scheiß. Es gibt ihm auch nichts für mich. Nichts. Ey, jetzt sag mir nicht, dass ihr hier stehen bleibt. Oh Gott, okay. Zum Glück nicht. Hier noch Steine. I need Stouts. Für den Typen braucht der Zegelsteine. Vergiss es. Hatten wir nicht so einen gepanzerten, wo wir die Panzerung Step by Step runterschlagen mussten? Irgendwie mit den Steinen? Wir haben den Boden ruiniert. Oh, schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht. Vier Steine. Das ist doch nichts. Der Mosaik interessiert seinen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Wisst ihr, ich werde euch töten. Sobald ich mich daran erinnere, wie man diese Tür öffnet. Lass dir nicht zu viel Zeit. Meine Theorie ist ja, wir haben ja diese Säure-Dinger. Aber die sind ja eigentlich nur für Helme. Komm schon, Beeilung. Wir brauchen dieses Buch. Oh, das bringt gar nichts. Fuck. Oh, look up. Sagt die Jojo. Oh. Alter. Die hat aber jetzt mal durchgezogen. Aber danke. Geil. Oh, shit. Eine Spezialanfertigung. Das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Bleib doch ruhig. Oh. Sorry. Falsche Taste. Was? Ich werde dich ja nicht drängeln, aber sie kommen. Und anscheinend ist dein Feuer ausgebrochen. Ich habe es nicht. Mach so ein bisschen. So leicht. Komm schon, komm schon. Ich habe noch weg. Hohohohoho. Wir haben alle abgeschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Natürlich. Ich habe aber auch nicht mehr so viele Steine. Oh, fuck. Die kommen hinterher. Äh, gibt es hier noch Loot? Oh, das war ein Ladezyklus. Das war gar nicht gut. Mach die Tür zu. Mach die doch zu. Wird das, wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Wir sind im Keller. Was ist das, das ist? Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte. Ist doch kein Keller. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Oh. Hier haben wir hier unter... Hier ist eine Bibliothek? Ja, hier ist eine Bibliothek. Ach du Scheiße. Noch eine Bibliothek? Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinara hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal. Da oben. Rosen. Das muss es sein. Ich muss da hoch. Äh, okay. Warte. Können wir hier... Kannst du mir helfen? Schon gut, schon gut. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiele. Ah, okay, okay, okay. Also so ein bisschen Resident Evil Style. Finde ich gut. Okay. Du hältst es jetzt und ich kann jetzt... Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Was? Du sollst den Hebel ziehen? Roderick? Ist recht. Nein, nicht den. Lass los. Wie kann ich abbrechen? Mach doch nicht. Was? Komatsch, ist ein Fisch. Wie kriege ich denn das jetzt? Wie lässt den jetzt wieder los? Roderick, lass ruhig. Danke. So, hier. Mach mal den hier. Also los. Sofort. Ja, ja, ja. Kann ich nämlich hier die Kiste auswählen? Alles gut. So weit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Okay. Könnte ich mich jetzt einfach hier so hinstellen? Geht das? Perfekt. Und was ist das hier für ein Durchgang? Igitt. Das lasse ich lieber, wo es ist. Obelut. Und eine weitere wunderschöne kleine Geschichte. So. Bleib doch mal oben. So, im besten Fall kann ich jetzt direkt zum Buch, oder nicht? Aber ich gehe mal davon aus, ich muss den langen Weg gehen. Wäre jetzt zu einfach, wenn wir sagen... Übrigens. Ich heiße Amicia. Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Ach so, hier ist noch so ein Ding. Warte mal. Wo muss ich denn das denn hinbringen, wenn ich hier jetzt noch so ein Wegelchen habe? Warte mal, hier komme ich hoch. Was könnte er machen? So, das kann er dann runter machen. Dann geht das hoch. Dann muss ich ihm sagen, er muss loslassen. Muss er das hoch machen. Warum habe ich jetzt noch einen zweiten Wagen? Na, das werden wir gleich herausfinden. So. Wir hüpfen jetzt erstmal hier wieder hoch. Schoben wir mal noch ein Getränk. So, jetzt sag ich dir... Mach mal den da. Vielleicht gibt es noch Loot. Okay, jetzt kann ich hier rüber. Jetzt muss ich ihm sagen... Jo, los los. Kann ich hier durch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Rodrik? So, wir machen den hier. Ja. Das Problem, was ich jetzt, glaube ich, habe, ist, wenn ich hier draufstehe, kann ich ihm sagen, lass los. Weg da, Amicia, du stehst im Weg. Ja. Das habe ich mir gedacht. Er lässt nämlich nicht los. Oh. Okay, wait. Warte, warte, warte. Kann ich jetzt, wenn er das oben hält, kann ich jetzt hier runterhüpfen? Zu tief. Wir müssen etwas darunter tun, damit es nicht runterfällt. Ich finde schon etwas. Ja, okay. Damit es nicht runterfällt. Was meint er denn jetzt? Also, wir haben ja hier noch den Wagen. Komm schon, beweg dich. Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein. Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich kriege alles, alles in hier. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm... wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Wie? Also, warte mal. Wenn ich den jetzt da runter schiebe... Dann bleiben die auf derselben Höhe und ich kann da rüberklettern? Verstehe ich das richtig? Was hat so jetzt gedacht? Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Okay, wait. Checken wir aus. Aber vorher nehmen wir noch die Lootheiten mit, die wir da vorhin gesehen haben. Hier hinten, hier hinten, hier hinten. Aber ich muss noch irgendwas herstellen können, oder? Ja, okay. Ja, lass mich doch durch. Okay, lass mich nicht durch. So, du kannst schon mal hier aufmachen. Jetzt. Ist recht. Und dann dürften wir jetzt eigentlich, glaube ich... Müssten wir rüberkommen. So, jetzt haben wir fallen lassen. Was ist doch los? Warte. Ja. Und jetzt kann ich hier... Ja, wirklich. Ich muss da wirklich was darunter stellen. Okay, verstehe. Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Was? Lass uns erst mal das Buch nehmen. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Oh oh. Zurück. Das ist gar nicht gut. Ich kenne dich, Amicia Deroon. Deroon. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit. Und warten, dass die Makula den Blut deines Bruders erwacht. Also ich sag immer wieder, irgendwas hat unser Bruder in sich. Was? Wir können schwehen. Doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Äh, also wie gesagt, irgendwas muss der Bruder in sich tragen. Also ich hab immer noch die Meinung, dass der irgendwas, äh, steuern kann. Also dass der wie so eine Art Macht entwickelt. Bereit? Das wird die Hölle. Schnell ab und wie ich bereit bin. Wenn, was wird es? Wie, wie, warum? Wo, was? Nun duck dich doch. Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Wie konnten wir nur so sehr die Kontrolle... Schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Mit deinem Zeichen. Brücke Kuh... Äh... Was? Machst du das, Rodrik? Als ernsthaft? Was ist das für ein Vater? Ja, ey. Machst du das oft? Nein. Aber langsam macht mir das Spaß. Kann ich noch vollziehen? Das reicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie fahren kommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Oh, nö. Alles gut. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Wir können ihn ablenken. Stimmt. Warte mal. Blup. Steinchen. Das ist Geräusch. Was ist Geräusch? Du bist erledigt. Alter, Rodrik gefällt mir richtig gut. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Der steht nicht wieder auf. Also. Ist schon... ein dufter Tuch. Er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Okay, aber hier noch irgendwo Loot? Also da hinten, das kann ich nicht mitnehmen. Aber hier hinten noch Loot? Keine Ahnung. Ich hasse es, hier rumzustehen und nichts zu tun. Jeder übernimmt einen in Ordnung. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Na dann? Die Wache. Du wirst bezahlen. Ihr wart das. Stimme. Kommt ihr rein. Lass mich los. Okay. Alles in Ordnung? Das war jetzt... Sorry. War ein bisschen früh von mir. Passiert mir sonst nicht so oft. Sorry. Okay, das heißt, beim nächsten Mal muss ich ihn erstmal machen lassen. Okay. Gut, 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 gut. Müssen wir eigentlich jetzt noch weiter sneaken oder sind wir jetzt hier gleich im Ausgang? Bitte sagt, dass sie nach draußen führt. Äh, würde ich... Ja. Aber wir sind bestimmt noch nicht alleine. Ich versuche auch, wie ich rieche. Feuer. Was? Oh, scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Feuer breitet sich aus. Ist der große Gesichter noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach. Und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rudrik. Warte. Bei der Befragung der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, dass sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ja, gib her. Ein Versuch ist es wert. Es ist wie Harry Potter. Wie er leibt und lebt, gefühlt. Nur auf das Feuer zielen. Ich habe auf das Feuer gezielt, Chad. Und jetzt mache ich das Feuer wieder an, quasi. Also, weil... Da hinten ist Loot. Ja, das sieht jetzt gar nicht mehr so gut aus für dich. Äh... Scheiße. Warte mal. Könnt ihr bitte mal dahin gehen? Also, ihr auch? Buchenbücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja. Wir müssen hier raus. Ich muss zurück, O. Achso, hier unten ist ja auch noch einer. Oh Gott. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ich war so beschäftigt mit Loot. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Ich stehe in die Senderkriege. Ja, was dann? Was dann? Was willst du machen? Du kannst nichts machen. Äh, ja, warte mal. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Kann ich jetzt nicht einfach ihm trotzdem das Ding hier gegen den Kopf klatschen? Geht das nicht? Nee, geht nicht. Kann ich seine Fackel ausklatschen? Das tut mir jetzt aber gar nicht mal so leid. Ich kann Fackeln jetzt damit auch ausmachen. Das finde ich richtig gut. Ja, ich dachte, ich schaffe es. Das ist der Hörnel da drinnen. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Na gut. Warte einen Moment. Ich mache meine Part. Ich mache das. Ich mache das für dich. Äh, ich weiß noch nicht wie. Äh, warte. Warte, ich überlege gerade kurz. Ganz kurz. Warte kurz. Nein, warte. Können wir einfach eng da hinlocken? Geht das? Ja, geh doch mal gucken. Amicia, die Helme. Verlass dich auf mich. Verlass dich auf mich. Gute Arbeit. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Also ich mag diesen neuen Kumpel. Ich finde den klasse. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Oh, da, hier habe ich fast Blut übersehen. Wahrscheinlich kann ich dich mitnehmen. So, weil ich kann ihn jetzt hier mit dem Töpfchen. Töpfchen, da ist mein Töpfchen. Nee, falsch. Mit dem Töpfchen. Können wir ihn ja ein bisschen ablenken. Was soll der Lärm? Ja, was war das für ein komischer Lärm? Ah lol, und jetzt kann ich ihn sogar noch hier. Du bist erledigt. Ich mag den Typen. Einer weniger. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Ich finde ihn klasse. Dufter Typ. So, müssen wir jetzt hier wieder rein? Also, warum haben wir das jetzt gemacht? Wo müssen wir denn hin? So, jetzt sind wir hier für uns. Okay. So, hier waren wir vorhin. Oh nein, ich habe hier Loot übersehen. Ich will hier rein. Aber ich komme da nicht mehr rein. Ich gucke mich doch noch mal rein hier. Können wir. Sehr gut. Muss ich hier rüber? Also, muss ich hier hin? Wahrscheinlich. Da hinten ist auch noch mal Loot. War ich da schon drin? ne? Verdammt. Okay, wait. Hier, guck mal. Ach du Scheiße. Aber hier geht es auch nicht weiter, ne? Das ist jetzt eigentlich nur Stuff. Aber da ist Loot. Und ich den... Also, mich würde es schon interessieren, was da ist. Ähm... Geht mal in die Ecke da. Okay, jetzt gehen nicht alle in die Ecke. Alles schlecht. Okay, kann ich... Kann ich sagen, geht mal in die Ecke? Allesamt? Geht dat? Das war gar nicht so gut. Okay. Scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Also, ich will da... Eigentlich will ich da hin. Ich kann doch hier... Also, komm, das muss doch gehen. Nein. Das geht nicht. Ist hier irgendwo... Licht... Irgendwas, was ich entzünden kann. Nee. Na gut. Das heißt, ich lasse es echt ungerne liegen da hinten. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Aber eigentlich... Ist... Ist nicht schön. Aber man muss auch ganz ehrlich gestehen... Ich habe keinen Schimmer, wie es hier weitergeht. Wir haben jetzt hier alle erledigt. Geht's hier irgendwo noch weiter raus? Nee. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich hier rein muss. Möchten wir wirklich da rein? Okay, wir müssen doch hier rein. Scheiße. Ja, lass ich ihn verbrennen. Pass auf dein Buch auf. Kümmer dich nicht um sie. Oh Gott. Hilfe. Ich mache Hilfe. Nein, wir... Komm schon. Komm schon. Fresse mich. Mach auf. Oh Gott. Verschlossen. Dahinter brennt es. Bleib zurück. Was machst du da? Öffne sie. Odrig, wir sind dir gut. Wir sind fast da. Scheiße. Von weh. Alter, der hat aber ganz schöne... Brandnarben im Gesicht. Jetzt schon. Aber sie hat das Buch. Und die Universität brennt. Bisschen. Kapitel 11. Am Leben. Ja. Zum Glück. Und wir haben einen neuen Freund. Darf man nicht vergessen. Aber dafür haben wir unsere Freundin nicht wieder mit... Also... Wo ist sie hin? Da, sie ist zurück. Amistia. Ihr wart erfolgreich. Hier. Aber Vorsicht. Riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Roderick. Aber psst. Roderick. Das Sanguinis Etinara. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch nicht? Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Du auch. Komme. Komme. Drei Wochen später. Kriegen wir jetzt neue Waffen? Weil wir jetzt einen Schmied als Kumpel haben? Ja, natürlich auch geil. Und wie so ein Schwert. Würde ich feiern. Nein, nein, nein. Verflucht. Das ist gar nicht gut. Hey. Was ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür. Hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun. Ugo schläft. Am Leben. Bitte, Roderick, die Tür zu öffnen. Na, lass uns mal gucken. Mach mal auf. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Na also, das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Okay. Warte. Spürst du das auch? Nein, was? Das war sehr stabil. Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Was? Hm. Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Aber ich will da rein? Kann wir da nicht? Kann ich da nicht? Trotzdem? Ach, Mann. Na klar. Schauen wir mal, wo sie uns innen sieht. Oh. Der Innenhof. Eine Abkürzung. Mhm. Okay. Oh, hey. Das hätte ich beinahe vergessen. Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Was? Sieh dir das an. Noch eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht so Unrecht. Was? Also er hat auf jeden Fall viele Geschichten über Steine. Ein Fresco. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia! Komm schnell! Es geht um Hugo! Oh Gott! Ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich! Komm schon! Wie komme ich denn hin? Äh, äh, ja, äh, kann ich hier hoch? Geht das? Oh, die Musik wird gar nicht gut. Ich hoffe, unserem Brüderchen ist, äh, geht's gut. Ich bin hier, Lukas! Schnell! Hugo, bitte! Es wird immer schlimmer. Ja, du hast doch jetzt das Buch! Ich rufe schnell aus! Ich weiß, Amicia, ich tue mein Bestes. Ich, ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Lorenzius? Nein, nein! Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Äh, okay. Jetzt gehen wir wieder nach Hause? Ist okay. Na gut. Amicia! Lukas! Aber werden die da nicht auf uns warten? Also die, die uns, also die unseren Bruder wollen? Da geht doch nicht gut aus. Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly! Du hast ihn gefunden! Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir, wir sind gekommen, weil... Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren Ketzer verbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wochen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Oh nein. Was ist unsere Mama? Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können! Das war nicht leicht. Glaub mir! Du könntest... Was? Vergiss es! Ich bin ein Niemand! Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Okay. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Ugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt. Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Ugo! Ugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los! Heim zu mir! Jetzt! Ihr geht! Wir bleiben bei ihm! Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera. Oh Gott! Und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Mh... Das würde jetzt aber aufregend. Kapitel 12. Alles, was bleibt. Ich bin mit ihm alleine? Wo ist denn... Wir sind da. Der Schmied? Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur... seltsam zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Hm. Wir können dort nicht rüber. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Äh... Was? Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was zum... Was ist mit ihm los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Ja, ist ja auch... Also finde ich ja gar nicht so verkehrt. Was kann ich jetzt hier machen? Kann ich mit ihm reden? Vielleicht eine Art Paarungsritual. Einige Tiere haben merkwürdige Rituale. Es gibt einen Unterschied zwischen merkwürdig und schauerlich, Lukas. Aber wieso denn nicht? Immerhin sind es Tiere. Also ich habe da so meine Zweifel. Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Es muss einen Grund geben. Äh, Paarungsritual? Also... Naja, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein... Du Scheiße, die machen ja hier alles. Okay. Ja, dann müssen wir, glaube ich, auch... Ja, aber... Das sind schon viele. Das ist gar nicht mal so wenig. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden Sie spüren. Äh, okay. Dann, äh... Auf geht's. Okay. Vielleicht war das doch nicht so gut. Achso, jetzt... Über... Ich... Bei dem Baumstamm können wir nicht rüber... Nein, nein, nein. Wir müssen jetzt hier wieder zurück und uns jetzt hier fallen lassen. Oh, okay. So, noch mehr Ratten. Na, wunderbar. Ja, Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Äh, okay. Denn, okay, also... Wir gehen jetzt hier... Machen wir erstmal ein bisschen Feuer. Dann werden wir hier ein paar Sachen... Okay, wir können hier nichts einsammeln. Hier komme ich nicht rein. Aber ich würde gerne da rein, weil... Da ist... Ja, das weiß ich auch. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin hier. Und los, vorwärts. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich raus? Äh, weiß ich nicht. Dieses Team sollst du mir tot. Bin soweit. Verkürt mich jetzt. Ach so. Vielleicht soll ich das... Die, äh... Ne? Die Kette hier vielleicht kaputt machen. Danke. So, dann komm mal her. Äh, Lukas. Wir sind nicht allein. Wie, wir sind nicht allein? Was? Okay. Wer ist denn noch da? Er lebt noch. Er lebt noch. Irgendjemand. Hallo. Wir raten. Ja. Hey, du da. Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Tschüss. Er hat bekommen, was er verdient. Hermesia. Bist du noch da? Hey. Antworten. Da ist noch einer. Er ist nicht mehr da. Äh, er ist weg. Warte. Wir können aber bestimmt hier hinten rüber schießen. Das Problem ist, ich komm hier aber nicht, äh, weiter. Wobei, warte. Ich bin ja auch dem nicht. Ich kann ja hier sagen. Geht mal da hin. Dankeschön. So. Was? 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 Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlt. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Hast du mir noch was zu sagen? Also irgendwas Nettes? Nein? Okay. Er war doch keine Gefahr. So ist es sicherer. Namen Benni, Namen Chat. Fieser Wicht. Und die Oma fragt, wie läuft's? Äh, läuft ganz gut. Also, wir sind jetzt auf der Suche nach... ...n Labor oder Medizin bei uns zu Hause. Oh, was ist das da? Okay, warte. Falsch. Falsch. Warte mal. Kann ich hier rüber, rüberklettern? Ja, ich kann hier rüberklettern. Äh, wie komme ich jetzt da rein? Warte mal, wir machen das mal anders. Wir klettern hier nochmal kurz rüber. Gehen hier in das Licht. Komm mal rüber hier. Machen ganz kurz das Feuer da... Warte mal, kann ich davon noch herstellen? Ja, davon kann ich noch ein paar herstellen. So, machen kurz das Feuer hier aus. Wir machen kurz das Feuer hier aus. Locken alle nach... ...da. Geh doch mal weg. Luca, geh doch mal. Was? Geh... Gehst du jetzt? Wir machen jetzt hier das Feuer wieder an. Genau so macht man das. So, jetzt müssen wir ein paar Sachen wieder herstellen hier. Wie, warte? Ja, so, ne? So. Können wir ein paar Sachen wieder mitnehmen? Sehr gut. So, das gleiche mache ich jetzt mit. Ja, wir gehen erstmal... Also, wir gehen... Wir gehen erstmal looten. Das heißt, wir jagen erstmal alle hier hin. Dankeschön. So, vielleicht finden wir hier in den Kisten was Schönes. Later. Mal gut. Was übersehen? Ne. Doch hier. Da ist noch was. Hier haben wir noch eine kleine Werkbank. Das ist auch nicht so verkehrt. Wir können doch mal kurz gucken. Können wir noch irgendwas wieder verbessern? Oh ja, wir können wieder was verbessern. Ähm. Ähm. Äh, 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 äh. Ich muss mich nicht verherstellen. Der Mixtur, äh, äh, knistert stark beim Brennen. Eigentlich will ich... Also, brauche ich den? Ich finde das schon wieder viel besser. Dank des dickeren Behältens, äh, 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 äh. Kann ich ja... Minosa jetzt abfeuern, ohne dass es zerbrechen kann. Ne, was? Warum sollte ich das machen, ist die Frage. Vielleicht hebe ich mir das auch einfach noch auf. Vielleicht ist es... Noch too early. Äh, hätte ich die Jojo-Taktik nur schon früher gehabt. Ja, Jojo. Die ist gold wert. So, pass auf jetzt. Jagen wir nämlich alle nach da drüben. Geht mal alle hier. Damit ich nämlich hier zur Tür komme. Wir sind hier. Lukas. Hinter dieser Tür. Ich verstehe. Ich bin bei dir. Gehen wir. Ach doch, die Tür zu? Okay, sie geht automatisch zu. Mein Zuhause. Was ist denn hier passiert? Ist das... Ist das da drüben ein Toter? Nein. Bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein. Ich muss ihn sehen. Oh Gott, das ist ihr Vater. Das ist gar nicht gut. Oh no. Ist er dein Vater? Was ist denn hier? Okay. Oh no. Nein. Nein, nein. Was tut sie da? Was passiert hier? Oh nein, du Teufel ist das. Lukas. Ich weiß es nicht. Treib sie zurück. Das ist üblich. Schon gut, schon gut. Äh, was ist denn das? Äh, da. Auf wen denn? Auf was denn? Wohin denn? Oder? Äh, nein, nein. Lass doch... Kurz ist hier. Zack, tschüss. Lukas, kannst du hier... Kannst du mitkommen? Also, ist das eine Option, dass du mit deiner Fackel... Ist das... Ist das vorbei? Ich denke schon. Dann gib mir die Fackeln. Du hast uns erst neben gerettet. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Ja. Gib mir die Fackel. Keine Sorge. Ich gehe voraus. Danke. Okay, also wir müssen nach da oben. Scheiße. Okay. Aber die Fackel hält hier unendlich, ne? Also ist jetzt hier nicht so eine... Alter. Äh, alter. Ey, ich will die hier nicht ablegen. Diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber... Sein Körper. Ja. Die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen. Doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste. Das große Erwachen. Seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Okay. 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 Also die Ritter, die wurden gefressen und unsere Bediensteten nicht, weil wir gegebenenfalls... ein Rezept hatten gegen die Viecher. Ich fände die Melodie auch jetzt im Hintergrund ganz nice. Und was ist das hier für ein Gebilde? Also was haben die hier gebaut? Sie auch? Ja. Sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Äh? Also irgendwas müssen wir gemacht haben oder muss unsere Mutter gemacht haben, damit unsere Bediensteten... Wir sind da. Es ist dort oben. Geschützt werden. Als ob wir jetzt die Fackel hier lassen. Komm, ich lebe dich hoch. Nun denn. Ja, wir lassen die Fackel hier. Ich finde das gar nicht so gut. Ich würde sie gerne mitnehmen. Genau deswegen. Sie kommen alle hier zusammen. Sie gehen zu seinem Zimmer. Also ich habe immer noch die Theorie, dass, äh, Hugo, äh, 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 die Ratten steuern... Ich steuern könnte und konnte. Lukas, diese Gefäße? Das sind nur Infusen. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Okay, ich versuche noch ein paar Sachen herzustellen. Warte mal, was habe ich nicht noch so einen Schlaftrunk? Den habe ich vergessen noch gar nicht hergestellt. Nehmen wir nochmal hier so ein bisschen was. Soll ich hier ein bisschen Loot mitnehmen kann. Ayo hat ja auch nicht umsonst geschrieben. Stell mal lieber noch ein paar Waffen her. Ja, man weiß ja nie. Hat sie nicht Unrecht? Hat sie nicht Unrecht? Also, das ist es? Ja, das ist Ugos Zimmer. Gehen wir. Äh, ich weiß nicht, ob wir da rein wollen. Warum ist es unversehrt? Da, da sind noch mehr Gefäße. Ist komplett unberührt. Alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, nein, nein. Das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück. Jetzt sagt ihr nicht, dass wir hier umsonst hergekommen sind. Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ich wüsste. Das Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch. Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich es. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Einen Ort, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht hin. Die römischen Ruinen. Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir. Jetzt müssen wir in den Garten. Ach, guck mal. Die Ratten sind uns gefolgt. Ist ja toll. Toll. Ja. Klar. Ach, du Scheiße. Er sagt bloß, dass sie hier alle raushören. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst. Was? Hier können wir nicht bleiben. Lauf mir doch in meine Feuerrichtung, du. Los. Ja, ja. Ich komme. Geiler Typ, du. Das sind noch mehr. Ich erleuchte das Zimmer. Du bist nicht mehr. Ich bin mir raten. Der Weg ist frei, Amicia. Wir müssen weg. Ja, ich bin doch schon dabei. Ruhig dich. Das ist ja immer auch direkt in meine Schussbahn läuft. Ey, Lukas, ey. Ach, kann ich nicht mitnehmen. Warte mal, wie viel muss ich noch herstellen? Ich stelle mal lieber nochmal was her. Who knows? Kann ich aber noch nicht mitnehmen. Okay, cool. Cool, 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 cool. Oh, was ist hier? Herr im Himmel. Es ist schlimmer, als ich dachte. Alles abgestorben. Scheiße. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Wir müssen da durch. Selbstverständlich, ganz da hinten. Ich weiß. Wir schaffen das. Eine Blume. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Ugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Ja, deswegen nehmen wir sie mit. Äh, gut. Na, dann probieren wir unser Glück. Die Feuer ist ausgewählt. Komm doch mit! An, Alter. Junge, du musst ja jetzt hier nicht... Äh, okay. Okay. Schieß nicht daneben. Ich gebe mein Bestes. Wenn du mir nicht andauernd in jeder Tichte... Also, Typ! Er stellt sich aber auch wieder an, der Junge. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden. Ihn schieben und... Nein. Ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schuhgut. Laber nicht. Schieb. Aber hält deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Ich habe 14 Schuss. Die Würfel sind gefallen. Ja, die Würfel sind gefallen. Jetzt schieb. Laber nicht. Soll machen. Immer so am rumdiskutieren. Er ist richtig schwer. Los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Der Boden weht. Fühlst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Anschlag. Ja, ich bin noch dabei. Ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Wisse. Ja. Ja, kein Problem. Gar kein. Alles gut. Alles gut. Ich bin noch. Ja. Noch einen. Bring mal hin. Bring mal. Mach. Du. Drück einfach. Ja, das wäre so. Ja. Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Richtig. Richtig. Schicksal. Seit wir uns kennen, wird unser Leben. So. Und Chaos. Stimmt. Aber ich habe die Schleuder. Also ruhig. Ich schieb weiter. Genau das mache ich doch. Ja, ja, ja. Schieben, schieben, schieben. Was? Gott, da ist noch einer. Der ist genauso sportlich wie ich. So gar nicht. Wir haben es fast geschafft. Zieh durch. Ich denke, dass. Ja, ja. Das. Was, Lukas? All diese Angriffe. Jetzt wird nicht die Zeit dafür. Sie sind bestimmt. Auf der richtigen. Auf der richtigen Spur, ja. Aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Das war knapp. Gerade. Ich war gerade ein bisschen langer Osten. Nicht. Aber okay. Guck mal, wir haben es noch geschafft. Guck mal hier. Super, Lukas. Schaffst, Lukas. Wir haben es geschafft. Willst du nun? Ach da. Ich. Danke. Danke, Lukas. Siehst du? Du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber... Ich glaube... Das Problem ist, wir müssen aber auch irgendwann auch wieder zurück. Na los. Ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat. Aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los. Gehen wir. Ach du Scheiße. Okay, kann ich nicht mitnehmen. Was ist denn hier los? Lukas, hier. Hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja. Das ist der arme Lambert. Er muss nicht abgefangen haben. Sie... Sie lebt noch, aber... Aber... Sie... Ich weiß. Aber... Denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter. Mutti lebt noch? Ja, ja. Die Geschwister kamen ja wieder. Die... Die Hauptbandito-Geschwister. Und... Haben erzählt, dass... Die Mutti... Beim... Inquisator... Inqui... Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. In Gefangenheit. Es fühlt sich an wie früher. Das ist gut. Denn... Wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meint, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie? Keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein. Obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Hilf mir beim Schieben. Ja, gut. Wohin wollen wir denn schieben? Ist jetzt die Frage. Geh doch zurück. Komm doch hierher. Warum geht er denn auch nicht einfach weg? Also... Ach, Mann. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie? Keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein. Obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Okay, warte, 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 warte. Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresco. Sieht aus wie... Die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im sechsten Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im sechsten Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresco ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Die Ratten hält anscheinend... Also die Kiste hält die Ratten ab. Hier rein zu kommen. Wir müssen aber anscheinend... Da hinten hin. Jetzt ist sie Quest-Schipp. Ratten, Amicia. Ja, ja, ja. Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Was meint ihr denn damit? Also ich habe eine Theorie. Ich könnte das Licht ausmachen. Dann die da hinten irgendwie ansammeln. Und dann? Guck, wie machen wir es mal? Also wir machen erst mal das Licht aus. Dann holen wir die... Jungs und Mädels mal in die Ecke. Jetzt können wir hier... schieben. Was ist los? Hier durchrennen? Komm, Lukas. Komm, schnell, schnell, schnell. Das hat sogar geklappt. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal! Diese Skulpturen. Was? Alchemistische Tiere. Feulnis. Reinigung. Vereinigung. Und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Feulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Ja, also können wir die anderen auch entfachen. Ja, aber wie? Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Ja, aber wie? Was hier oben ist? Okay. Ah. Look at these. Das ist gar kein Problem. Let's do it. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung. Ich gehe weiter. Siehst du irgendwas? Ja. Das ist die Reinigung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Äh. Ja, scheiße. Wo geht's denn jetzt weiter? Also, wir probieren's mal. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier richtig laufe. Ich glaube vielleicht nicht. Okay, doch. Anscheinend doch. Das Symbol ist erschienen. Das ist die Sublimierung. Alle Becken sind erleuchtet. Du kannst zurückkommen. Als ob ich jetzt... Ich muss hier raus. Du bist fast da. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ähm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen, dass ich hier landen würde. Florenzius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist nochmal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nicht ein wirkliches Realität sein. Okay. Wir haben den Weg wieder rausgefunden. Ich hätte gedacht, wir finden den Weg nicht mehr raus. Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also. Versteckt unser Freund der Löwe etwas. Das habe ich nicht verstanden. Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Als ob wir jetzt hier einen Geheimgang gefunden haben. Ähm. Ich sehe nichts. Ich mache mal Licht an. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Äh. Okay. Und wie? Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien. Dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut. Gut. Sehr gut. Und ich kann das hier auch noch drehen. Oh nein. Diese Notizen. Das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation. Doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und erst mein Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da. Da ist doch was. Noch ein Fresco. Ein Kind in den Armen. Alter, jetzt hat er aber hier richtig Licht angemacht. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Makula. Aber dieses Fresco ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinara. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Warte, wir nehmen doch den ganzen Loot mit. Was für ein Phönix? Wo? Was? Oh, hier. Was ist der Loot-Haven? Auf jeden Fall. Jojo. Was ist das denn? Sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung. Blaugrüner Rand. Klare Substanz. Okay. Flup. Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Kann er es denn fertigstellen? Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Wär schon schön. Mit dem Buch und meiner Vorarbeit. Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ja, das ist nicht irgendwas kaputt gemacht, was wir brauchen, oder? Ich hätte das selbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Ja, ist richtig. Nur haben wir irgendwann ein Problem mit den Ratten. Oh nein, nicht jetzt. Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran. Vollende das Elixier. Ich halte sie zurück. Äh. Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Die Fantifackel wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element. Doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazu geben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopil. Der Alkohol mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Mit was? Mit dem Vorhang? Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, berüge deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Fahr ich jetzt überhaupt richtig rum? Ah, das ist ein Vorhang. Der Vorhang, da ist es. Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, was am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann. Okay. Lass uns mal eine Nase nehmen. Da ist ein Deckel drauf. Da können wir nichts nehmen. Das, was am meisten stinkt. Also überall sind keine Deckel drauf. Bis auf bei dem. Dann nehme ich doch das hier, oder? Das soll sie doch machen. Gar kein Problem für mich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig. Nicht zittern. Wir dürfen nichts verleuten. Sie kommt zurück. Ich bin am Start. Dann ist gar kein Problem, Freunde. Gar kein Problem. Auf zu den Destillierapparaten. Wer löscht hier was? Hier wird nichts gelöscht. Lukas, pass auf. Er zieht euch. Sie wissen, was vor sich geht. Aber sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern. Zurück an die Arbeit. Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Äh, äh, äh. Manchmal hört sich das aber nicht so an. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Nein, einfach vorsichtig. So, zu viel. Pass mal aus. Was ist hier an? Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Wissen wir Flüssigkeit im Inneren zirkulieren? Na los. Ey, das ist aber auch gar nicht stressig. Wieviel habe ich denn noch? Ich muss noch ein paar Dinge machen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor. Die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Okay. Okay. Wir bringen mich zurück. Aber dann lauf auch mit. Lukas! Oh Scheiße. Nein, nein, nein. Jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, was du fußt, aber mach schnell. Ich halte dich zurück. Du bist dein Engel, Lukas. 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 Er verkehrst vom Leben. Lukas, ich weiß nicht, ob ich nicht stoppen kann. Lukas, du musst dich vereilen. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ja, ja. Ich höre sie. Ich schaffe es nicht. Oh fuck. Aber rechts. Ich habe nichts mehr. Lukas! Was? Was geschieht hier? Was ist denn jetzt los? Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie, wir... Was passiert denn? ...dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte. Nach dir. Was ist das für ein Zauber-Elexie? Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Ugo retten. Das heißt also, Ugo hat irgendwas in sich, wie er die Ratten eventuell kontrollieren könnte. Also, wird doch immer wahrscheinlicher, oder nicht? Also... Aber auch nur dank der Mami, die die ganze Vorbeit gemacht hat. Das darf man überhaupt nicht vergessen. Ja, hallo? Und vor allen Dingen, wenn wir wahrscheinlich noch unsere Mutti befreien wollen. Ugo, du schläfst ja gar nicht. Oh Gott, er sieht nicht gut aus. Hey, sieh mal! Wir haben es! Das Elixier! Lukas, sei Dank! Hier, Ugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit! Es könnte vielleicht aber auch schon zu spät sein. Sehr gut, bin ich jetzt geheilt? Ähm, also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia! Werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Ugo. Du weißt doch... Sie... Sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein. Natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen. Ganz sicher. Okay. Okay. Eieiei, ich hab das böse Ahnung. Kapitel 13, Buße. Amicia! Amicia! Rodrik war mit der Schneider tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr. Er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Streitet ihr schon wieder? Na, wenn du dich nicht an die Regeln hättest. Du willst mir was von Regeln erzählen. Sag ich ihm auch immer. Habt ihr Ugo gesehen? Ich hab mir gedacht, Ugo ist weg. Er ist auf dem Weg zur Mama. Ugo! Hey! Wo steckst du gerade? Ugo! 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 Das geht nicht gut aus. Oh nein. Er ist... weg. Ugo! Das ist gar nicht gut. Wobei, spielen wir den jetzt? Wenn wir jetzt... Ach nee, doch nicht. Ugo! Antworte! Ugo! Ugo! Okay. Also... Mein Kopf. Sachte. Ganz langsam. Ganz langsam. Anhalten. Weiter. Ugo! Also... Jetzt ist... Kann er nur hin sein. Er will zu Mutti. Denk nach, Amicia. Denk nach. Er wird es mitbekommen haben. Also... Also ich meine... Er hat es... Gott, was ist das denn? Ein Dorf? Hier? Hey! Wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Claire, wie? Seid ihr das? Habt ihr Ugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart. Da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia. Ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür. Ich werde ihn finden. Na schön. Aber sei vorsichtig. Also ich würde jetzt mal stark behaupten... Ein bösartiger Wind kündigt sich an Amicia. Sie träumt oder so? Ich weiß es nicht. Also ist es jetzt wirklich das Dorf? Was ist das? Was geht hier vor? Amicia. Ich habe auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius? Seid ihr das wirklich? Wo ist Ugo? Er... Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich bin verwirrt. Ich habe auf ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich... Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar... Schreckliche Dinge. Er ist doch gestorben. Er ist so leicht. Aber zu lieben. Zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Okay. Ich sage ja, wir sind in so einer Traumwelt. Wir sind definitiv in irgendeiner Traumwelt. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh. Sieh selbst. Hugo, alles gut? Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig. Eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Was? Lass mich raus. Lass mich raus. Ach, Hugo. Wo bist du? Lass mich raus. Wie? Was? Lass mich raus? Was? Wieder englisch? Was? Hallo? Lass mich mehr. Wo bist du? Lass mich mehr. Das ist er. Ich will nach Hause. Hugo. Lass mich gehen. Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu prallen. Wo ist deine Schwester? Die Schnauze. Also du kriegst jetzt hier erstmal eine von links und du kriegst noch eine von rechts. Amicia! Ich bin hier. Alles wird gut, Hugo. Es ist vorbei. Kleine Arschgehegen. Geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein! Aber warum bist du davon gelaufen? Ich hab Mama gehört. Sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Ja, aber wir laufen glaube ich dafür falsch. Also Chateau geht doch in die andere Richtung, oder enttäusche ich mich? Mama? Amicia, das ist Mama. Was? Es kommt von da drüben. Wir müssen gehen. Nein, du gehst da nicht hin. Aber warum? Lass mich los. Hugo! Ich komme, Mama. Komm zurück. Hör doch auf. Bleib doch hier. Mama, wo bist du? Nein, Hugo. Da, sie ist da drin. Mama, hör auf. Das ist sie nicht. Nein, nein. Das ist doch aufweiter. Also ist das jetzt doch nochmal ein Traum, oder was? Ich komme, wo bist du? Das ist nicht Mama, Hugo. Fuck, was denn hier passiert? Haltet den Mund. Lasst mich gehen. Ich habe es für ihn getan. Und ich würde euch wieder töten. Ich würde euch alle töten. Oh nein. Nicht sie. Nein. Hugo, bist du das? Da kommt jemand. Ich bin Hugo. Ich bewege. Ich komme. Aus dem Weg. Lass mich durch. Was ist passiert hier? Das ist doch kein Ort für ein Kind. Was ist deine Schwester? Nein, Hugo. Lauf. Weg von ihm. Es ist niemand da. Komm. Geh sie. Gehen wir zu deiner Mutter. Alles klar. Lück vor. Lück vor. Nicht. Sie werden. Sie werden nicht. Komm. Komm. Die Scheiße. Was passiert? Ich bin Blutlinie. Kapitel für uns. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt. Meine Worte spielen keine Rolle. Nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Das ist ein kleiner Geheimgang. Oh, wir spielen Hugo. Juhu. Das hat mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Das hat dir wehgetan? Was können wir jetzt hier machen? Oh, mein Kopf. Hört auf. Hör. Was passiert mit uns? Okay. Okay. Okay, 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 okay. Also wir gehen jetzt auf die Suche nach... Die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Nach Mutti? Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Oh Gott, wo geht denn der jetzt hin? Der kommt ja jetzt aber nicht hier hin, oder? Scheiße, der kommt hier. Dreh dich noch da. Also nicht... Ja, genau. Genau so. Okay, das haben wir geschafft. Oh. Das war gar nicht mal so schlecht. Von mir. Oh, das ist ganz schön groß. Wo ist Mama? Ja, Arterie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Kann ich hier irgendwie abkürzen? Nein. Also muss ich ihm hinterherlaufen. Lalalala. Oh, warte. Oh, listen. Was? Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent. Die Qualität ist exzellent. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität. Ja, nun geht doch weg. Gerade geknackt im Öhrchen. Da drüben ist noch einer. Nein, verstecken! Ich kann Flaschen kaputt machen. Einfach mir neu. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier richtig alles mache. Vorsicht! Tschüss! Okay, das war glaube ich gut. Gar nicht so schlecht. Gott sei Dank musstest du nie so ein bisschen mit Hugo nicht weitergelaufen. Auch geil. Hey, da unten. Das Destillat verweckt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Ja, 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 ja. Ich hoffe, er dreht sich nicht um. Also, ne, der ist mit seiner Arbeit beschäftigt. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn... Den habe ich gar nicht gesehen. Ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fern. Scheiße, ich muss da vorbei. Das Ende des Bisses. Das wird ein Fest. Ach doch. Mit ihm muss, äh, ist Mickey unterwegs sein. Komm schon, komm schon, sei mutig. Ja, ich bin mutig. Ich bin mutig. Ich lauf ihm hinterher. Tschüss. Okay, du bist noch da. Du läufst in die andere Richtung und ich kann jetzt hier hoch und so. Okay, cool, 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 cool. Als ob die das nicht raffen, dass hier ein kleiner Junge langläuft. Dann gehen wir hier unten lang. Warte, warte. Hohohohohoho, das war gar nicht so gut. Kommt hier gleich nochmal so eine Rauchschwarte? Ich sage, ich habe dich nicht geholfen. Verfluchter Episango ist Dampf. Ich bin noch blind von dem Zeug. Ganz sicher. Oh, Dampf. Scheiße. So kann ich nicht mehr nicht mehr sein. Als ob das geklappt hat. Das ist ja... Das ist ja mehr Glück als Verstand, aber ist okay. Ich nehme... Fuck. Okay. Es reicht. Ich verlange sofort, Vitalis zu sehen. Vitalis? Ja, es ist nicht so wichtig, der Erzbischof. Es ist alles gut. Die Mission des Großinquisitors ist heilig. Ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr, ihr alle, folgt ihm auf seinem Pfad zur Hölle. Ja, ja. Hohohoho. Mein Kopf. Erschreck mich doch nicht so. Psst. Wo bist du? Wo bist du? Nein. Äh, Sneaky. 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 Okay. Okay, okay, okay. Oh. Oh nein. Nein. Er darf mich nicht sehen. Ja, das wird er nicht, wird er nicht, wird er nicht, wird er. Oh, scheiße, er wird's. Okay. Tschüss. Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und erledigen ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Ugo de Rune. Weiter. Sie sprechen über mich. Okay, okay. Okay. Okay, okay. Mach das Sinn. Mach das Sinn. Mach das alles hier Sinn. Wenn er das Land vom Bispe freit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute. Was kann es ja nicht sein, oder? Nun, dann sehen wir nach. Die Anwesenheit von Erzbischof Gautier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist besorgt. Das sollte er auch. Er hätte eingreifen sollen, als er noch die Gelegenheit dazu hatte. Oh Gott, das war so fucking knapp. Naja. Okay, okay. I get it. Ist alles klar. Gar nicht. Gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Ich bin... Oh, ein bisschen angespannt. Fuck. Das ist gar nicht gut. Warum bin ich denn hier reingegangen? Kannst du... Woanders hingehen? Also, weg von hier. Okay, warte. Dann müssen wir ein Trick 17 machen. Trick 17 ist... Wir sneaken hier rein. Warten bis... Und der Boy, der rüber geht. Jetzt. Und jetzt gehen wir hier einfach durch. Siehst du, Amesia, ich habe Mama gefunden. Was? Wo? Also, wir sind doch nicht ansatzweise am Ziel, oder? Doch. Oh. Wo sind wir hier denn? Jetzt sind wir hier unten, wo dieser Erzbischof war? Sie ist am Keller. Haben Sie gesagt? Ich muss weiter nach unten. Ja, äh... Und... Wo geht's weiter nach unten? Hier? Hallo? Oder hier? Nein. Wenn ich jetzt den falschen Weg gelaufen bin... Und ich muss wahrscheinlich in die andere Richtung, richtig? Ich muss in die andere Richtung. Benni, du machst das sehr gut. Muss ich echt sagen. Ich bin tausendmal gestorben und habe Hilfe-Videos auf YouTube geschaut und manche Passagen zu schaffen. Echt? Also... Äh... Bis... Bis dato geht's. Aber es ist komplett... Also, ich bin angespannt. Ohne Ende. Oh Gott. Hier ist einfach alles zu groß. Ja, ist es. Da sagst du was. Der Mann. Wer ist das? Ja, keine Ahnung. Ja, ich will mir den nicht angucken. Es scheint der Erzbischof zu sein oder der Inquisator-Typ. Weiß ich. Wie... Oh, was? Das sieht... Oh, okay. Groß Inquisitor. Der Erzbischof ist reingetroffen. Sehr gut. Sehr gut. Bringt ihn da rein. Vitalis. Ich finde ja gut hier. Hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub. Es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rune. Habt ihr es untersucht? Ja. Jedoch... Monseigneur, der Junge, sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch... Etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Einerei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Was? Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Äh, das wollen wir aber nicht. Fert fort. Alter, der Arm und der... Oh, und es selber ein Stichtloch da. Also ist doch... Was ist denn mit euch nicht richtig? Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevant. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Wer? Wer ist er? Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice Theroun wieder bei Bewusstsein ist. Äh... Okay, also müssen wir ihm folgen. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Aber wie fühlt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Haben wir? Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Äh, mal gucken. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Scheiße, da ist hier noch Wache. Ad Ignem. Ad Lukem. Äh, was? Habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ad Ikem, Ad Lukem. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adem. Okay. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Ja, geh mal spazieren. Nein. Okay, cool. Cool, cool, cool. Es guckt auch keiner von denen hier hin. Also es ist gar nicht auffällig, dass ich hier als kleiner Junge hinterher renne. Platsch, 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 platsch. Oh, ein Garten. Der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Oh, fuck. Jetzt geht er da lang. Da vorne sitzt auch noch einer. Da ist auch noch einer. Ey, scheiße. Was passiert hier? Wie, wie? Da vorne sitzt auch einer. Oh. Okay, wait. Wait, 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 wait. Senor Nicola. Glückwunsch zur Gefangenennahme des Jungs. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Ja, ja. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Ja, wird es daran so verkehrt? Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Ach du scheiße, Fußspur. Oh, oh. Scheiße, wo geht er hin? Warum? Gumm. Hat der jetzt ein Kompagnon? Nee, 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 nee. Du steh. Ja, wie schnell? I don't know, how schnell. Wack, 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 wack. Hä? Da hat sich was bewegt, glaube ich. Ja. Guck mal nach. Scheiße. Guck mal nicht nach. Fuck. Fuck. Geh mal wo anlassen. Geh mal nach. Da. Nein, nichts. Ja, nee, nee, nee. Gar nichts. Gar nichts. Du hast gar nichts gesehen. Sehr gut. Gar nichts. Also, dass es geklappt hat. Okay. Er ist gelangweilt. Ich geh hin. Oh, 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 oh. Wir haben es geschafft. Also. Ja, wir haben es geschafft. Oh, oh, oh. Es war gar nicht so einfach. Hier oben ist nichts, ne? Oh nein. Woanders lang. Schnell. Hm. Hm. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nester. Was? Die Ratten kommen aus den Leichen? Also. Hallo, eine Frage. Oh. Hallo, Serac. Ähm, sagt mal, eure Nase... Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. ...kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Hey, Kleiner. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Der Wichser hat mich verraten. Okay. Mal gucken, wo unser Kontrollpunkt ist. Oh, das ist überhaupt nicht anstrengend. Ah, hier, okay. Oh, hallo, Serac. Ähm, sagt mal, eure Neu... Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben... ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Hey, Kleiner. Hilf mir. Nein. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein. Ihr werdet alles geholfen, waren ihr und eure verfluchten Ratten. Genießt. Was? Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Fuck. So gehe ich denn lang? Euer Stolz. Das ist schrecklich. Das ist gar nicht gut. Bleibt ihr jetzt da stehen? Nicht? Geht ihr zurück? Bin ich gleich gefangen? I don't get it. Du bleibst da stehen. Also dieser Sneak-Part ist schon... ...anschränkt. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Ey, der Wichser, dass der immer die Türen zu macht. Warum macht er das? Seine Nikolas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Dürer. Ach, shit. Geschieht ihr recht. So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur. Aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Ja, nee, ist klar. Sie muss in der Nähe sein. Ach, bitte. Lass mich wenigstens sagen, außen schau. Wir können nicht weg. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Oh, ich kann gerade gar nicht so viel reden, Chat leider. Weil ich bin nur angespannt. Das Problem ist jetzt, die Leute sehen mich doch. Und werden darauf reagieren, oder nicht? Hä, kleiner, was zum Teufel machst du hier ganz allein? Heils Maul. Sch, ich muss meine Mama finden. Deswegen. Deswegen sage ich ja Altmund. Ich bin hier am Sneaken. Magistra der Ruhe. Ja, redet mit Mama. Äh, nein. Sag nein. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Garten hinweg? Okay, ich dachte, da kann ich auch noch rein. Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Ist gar kein Problem. Ich habe hier schon ein gutes Versteck. Ciao. Ciao, Bella. Ciao. Oh, schnell zu Mutti. Mutti, hier. Ich bin da. Guck mal, hier. Mama? Ich lebe noch. Ah. Mama. Mir geht's gut. Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen. Wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Ugo. Haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Alter, ja. Da spielst du es manchmal schon ein bisschen stressig. Ja, ja. Also, ich bin auch gut angespannt. Hör zu, Ugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Okay. Kommst du dorthin? Gut. Dann los. Geh. Also am Ende des Korridors? Was? Ernsthaft? Okay. Also wir gehen jetzt... Schlüssel... Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Okay. 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 Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nikolas. Na schön. Du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemisten wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja. Natürlich. Kann ich hier hochklettern? Ja, nice. Benni, was? Wie hieß es bisher? Du, neulichstunden oder so? Naja, es geht. Oh Gott, warte mal. Mach ich jetzt hier Geräusche, wenn ich hier rüberlaufe? Oh nein, okay, 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 okay. So, wo muss ich denn jetzt... Die Ratten, die haben alle Angst vor den Ratten. Wenn ich sie befreie... Oh, der ist für die Käfige. Jetzt ist das Problem... Wobei, warte mal. Die Ratten haben... Die haben ja keinen Bock auf mich, ne? Also, glaube ich. Oder? Oh, das war knapp. Wenn ich den jetzt hier ziehe... Was passiert? Ach, jetzt müssen wir die Ratten vertreiben? Ach, scheiße. Jetzt müssen wir mit den Lichtern wieder arbeiten, wa? Das ist doch kacke. Wo ist denn das... Also... Ich meine, jetzt können wir aber auch laufen nochmal, oder? Also, weil jetzt ist ja eh keiner mehr da. So, weil wir haben ja noch die Lampen. Jetzt ist aber die Frage, wo ist der Schallon? Laternen! Sie mögen keine Laternen! Nee, 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 nee. Das habe ich mir auch gedacht. Benni hatte halt schon früh die Jojo-Methode. Das stimmt. Ohne die Jojo-Methode wäre ich, glaube ich, gar nicht so weit gekommen, wie ich... Also, wo ich jetzt gerade stehe. Sonst ist die große Frage... Oh, es funktioniert! Kusch! Kusch, kusch! Kusch! Okay. So, jetzt kann ich hier lang. Und jetzt... Oh, nicht hinsehen! Nicht hinsehen! Muss ich denn hier lang? Oder muss ich woanders hin? Ah, da sind die Schlüssel. Da muss ich hin. Was ist jetzt los? Oh, mein Kopf! Ich muss aufzuschreien! Alter Flashback! So, wait. Ich muss jetzt... Wo muss ich jetzt... Genau, ich muss jetzt wieder nach da. Okay, warte. Ich bin dämlich. Ich bin manchmal richtig dämlich. Wait. Sie können immer noch durch. Ich muss sie da wegbekommen. Genau, genau. Mit der anderen Laterne. Ja, 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 ja. Genau, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, dass ich vielleicht einfach mit der... ... das so mache. Geht das? Ja, ne? Sag mal, ich nehme mal die hier kurz, damit da hinten wirklich alles weg ist. Das ist quasi eine abgeschwächte Jojo-Variante. Ist aber noch nicht richtig, oder? Geht das so, oder? Komm, ich guckte das aus. So, den jetzt dann quasi hier rüber. Also, weil wir hier... Warte mal knapp, aber ist ok. Warum ist Benni so geschickt? Wie, wie, was? Ich bin nicht geschickt. Hab den Schlüssel ewig gesucht. Okay. Weißt du, was witzig ist an dem Satz von dir, Junge? Ich hieß bis vor ein paar Monaten noch... Ui. Mit Nachnamen. Was? Ich hab den Kontext nicht verstanden. Aber wir haben die Mutti befreit. Alles ist gut. Was können wir jetzt machen? Also... Mit der Mutter können wir ja nicht abhauen. Ist ja viel zu auffällig. Ach so, deswegen. Benni hatte schon früh die Junge. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Wo kann jetzt Ratten kontrollieren? Ich bin heute STRG gedrückt, um zu zielen und dann, um die Ratten zum Zielbereich zu schicken. What? Was? Aber wohin? Geh da hinten hin! Also warum? Ja, es ist eine gute Gabe! Ja. Oder beides. Kann ich einfach raus? Können wir jetzt hier einfach die Tür aufmachen und sagen tschüss? Okay, können wir nicht. Aber wir können Ratten kontrollieren, das ist doch voll geil! Warum hat sie versucht mich davon zu heilen? Was zum Teufel machen die Ratten hier? Was zur Hölle ist passiert? Kann ich ihn überlaufen lassen? Nee, schon. Machen die jetzt irgendwas mit mir? Ich dachte, ich wäre immun. Okay. Anscheinend nicht. Geh. Geh. Geh das nicht. Ich versuch's. Äh, könnte ich jetzt hier raus? Nee, immer noch nicht. Scheiße. Scheiße. Bleibt man da hinten in der Ecke? Schön in die Ecke. Okay. Okay. Kommt bitte einer auf die Schauspielerin, die Mutti ähnlich sieht. Äh. Was? Wie sollen wir das liefern? Fehlt bloß noch, dass wir einen dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Was? Was kann ich denn machen? Oh, warte mal. Nichts ist daneben? Jetzt die Ratten nehmen und sagen... Ja! Ratten! Ratten! Oh Gott! Hilfe! Bravo! Diese Ratten! Was zum Teufel haben sie mit ihnen gemacht? Sie füttern sie mit Menschenblut. Wirklich? Ja, es ist komisch. Ich spüre die schwarzen Ratten. Aber die hier nicht. Ich verstehe. Wir müssen einen Weg hier raus finden. Nee, nee, nee. Bleibt mal schön da hinten, Freunde. Kann ich das eigentlich ewig machen? Also, die Kraft so nutzen? Nein. Okay, also ich glaube, ich kann das nicht auf Ewigkeit machen. Also, so komplett auf Dauer. Ja, ich glaube, das ist dann irgendwann auch ausdauertechnisch, glaube ich, bin ich dann im Ei. Mama? Warum kann ich das tun? Das Blut macht das. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber Miesia kann es nicht. Nein. Ich erkläre es dir später. Du kannst das ewig machen, aber du solltest dich nicht doof anstellen. Du musst richtig laufen und... Lass uns erstmal hier herauskommen, ja? Aber jetzt versuche ich das irgendwie immer vor mir... vor mir wegzuschieben. Oh, das könnte jetzt böse werden. Wobei, macht mal das Licht aus. Hey. Dann seid ihr, glaube ich, nicht mehr so kräftig. Beatrice! Beatrice! Ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet. Nun, lasst ihn gehen! Äh, okay. Ihr beleidigt mich, Madame de Rune. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula. Jetzt gilt die Rassenhelden. Und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nein. Nikolaus. Ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Rigo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen! Sein Schicksal ist nicht, ein Dron zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame. Ihr habt ja keine Vorstellung. Also, mein Freund. Tötet sie! Ich muss kurz und schmerzen. Sag deiner Mannen, liebe Wohlkleider! Du, den ich bin! Du, den ich bin! Oh nein! Habe ich ihn getötet? Tut mir leid, Rigo! Angriff! Tötet sie! Mama! Was soll ich tun? Ich hab die Ehre, die Mutter des Tägers verflügt! Ich hab die Ehre, die Mutter des Tägers verflügt! Ich hab die Ehre, die Mutter des Tägers verflügt! Ich hab die Ehre! Ich bin nach Hause! Du hast kein Zuhause mehr! Du gehörst uns! Tschüss! Dennoch? Ach du! Mit euch beginnt die Beschwörung! Die Zukunft bringt euch ab! Oh! 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 Wie, uns gehts nicht mehr so gut! Also, er bringt jetzt seine eigenen Männer extra um, damit wir hier, äh, die weitere Stufe erhalten, oder was? Verstehst du es richtig? Nein! Hör doch auf! Hör doch auf! Ich hab doch... Ich hab doch gedrückt! Was passiert? Jetzt muss ich mir das Ganze noch mal angucken? Okay, zum Glück nicht. Ich muss kurz und schmerzlos! Sag deiner Mann, liebe Wohlkleide! Tu dir nicht weh! Oh nein! Hab ich ihn getötet? Tut mir leid, Uiwo! Angriff! Tötet sie! Ich hab die Ehre, die Mutter des Trägers zu töten! Ich hab die Ehre, die Mutter des Trägers zu töten! Du hast kein Zuhause! Du gehörst uns! Wache! Kann ich die einfach da unten töten? Geht das nicht? Ne, schade. Die Zukunft hängt von euch ab! Okay, 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 okay. Ja, ist soweit waren wir vorhin auch. Und dann gab es irgendwo einen Bogenschützen, der Ärger gemacht hat. Sie reagiert! Macht weiter! Du gehörst auch, wie zu quälen! Großer! Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt! Zu spät! Du kommst! Der Junge will die Schmelche! Ja! Verschmitte sie! Die Schmelche! Überstieg! Nein, Uiwo! Nein, Uiwo! Ich bin bereit zu schmerzen! Es wird meine Ehre sein! Wieso? Oh, geschafft! Genug! Oben nicht! Nur unten! Was? Was hat er denn jetzt da ausgekippt? Uiwo! Sag doch was! Uiwo! Kannst du mich hören? Nein! Er ist mächtig! Doch hat er die Schwelle noch nicht mehr oft erreicht! Wisst ihr warum? Amicia? Wegen Amicia? Wie lästig! Doch es dauert nicht mehr lange! Und wir haben noch andere Tröpfe auf der Hand! Bringt sie fort! Lasst ihn in Ruhe! Was wollt ihr denn noch? Viel mehr! So viel mehr! Und ihr werdet bei mir bleiben! Damit ich es auch bekomme! Keine Bange, Öko! Ich glaube an dich! Wir werden unser Ziel erreichen! Ich glaube, du stirbst vorher! Jetzt sind wir bei Kapitel 15 andenken! Eieiei! Jetzt sind wir wieder am... 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 Amicia? 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 Sie ist wach! Ruhig, Amicia! Öko! Shhh! Arthur und ich haben dich aufgespürt! Du warst drei Tage verschwunden, Amicia! Und wärst fast gestorben! Wir hatten große Sorge! Öko! Lass mich allein! Okay! Einen Monat später! Komm! Hör auf zu träumen! Geh zu den anderen! Die Ratten kommen bald! Wir müssen die Feuer entzünden! Was zum Henker! Komm schon! Erstmal wieder mit Luke! Ich glaube, Rudrik arbeitet im Innenhof! Lukas, was sagste? Ist das Schloss immer noch zugefroren? Ähm... Ja... Der Winter ist hart dieses Jahr! Gut geschlafen? Fühlst du dich besser? Ein bisschen! Hast du wieder von ihm geträumt? Ja! Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanneskrautbraun! Schon in Ordnung, Lukas! Das brauche ich nicht! Ich vermisse ihn einfach! Ich muss... akzeptieren, dass er nicht zurückkommt! Na gut! Ich werde mal nach den anderen sehen! Kannst du Melly von den Problemen mit der... Trua erzählen? Natürlich! Ach, Melly wird wahrscheinlich sagen... Piss einfach drauf! Aber dafür ist es viel zu kalt! Wäre eine Option! Moment, was? Schon wieder zu? Ich sag's dir! Das ist die Kälte! Die ist fast schlimmer als Rost! Machen wir doch einfach mal ein bisschen Feuer hier an! Let's do it! Feuer! Okay! Uh! Was ist hier? Hier haben wir noch unser Medaillon! Ah! Jetzt gucken wir erstmal! Gipsen! Genau! Wir haben hier nämlich wieder ganz viele Lululut-Sachen! Genau! Hier sind die Sachen, die wir gefunden haben! Hier hinten haben wir auch noch mal ein bisschen Loot! Okay, davon haben wir schon was! Wir können uns aber auch erstmal aufmunitionieren komplett! Achso, jetzt fehlen uns Steine! So viele Äpfel hatten wir noch nie! Werden wir hoffentlich hier drinnen finden! Die Bohr hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt! Waren gerade die ganzen Geschenke und, äh, an dem Tisch! Genau! Habe ich also, die, 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 die wir halt... Erik konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiter arbeiten! Die war, die war, äh, 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 na hier, die, äh, Blumen und so! Wobei, Blumen glaube ich gar nicht, sondern, äh, die Schachfiguren und sowas alles! Kann ich denn hier sch- ... ho, 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 ho... Hochwertige Fasern verbessert die Flexibilität der Schleuder und verhindert die Luft, äh, Reibung, was ihre Schüssel leise macht! Hm, nichts schlecht, gar nichts schlecht! ... find ich auch, also ist, ähh, hmmm... Das find ich sehr gut! Hier unten ist ja das Labor. Hier finden wir ja manchmal auch ganz geile Sachen. Hier, Schnur. Sehr gut. Ich würde gerne ein paar Steinchen finden. Ja gut, er ist ja eben auch ein Alchemist, ne? Also, darf man jetzt auch nicht verwechseln. Ja, aber das ist wichtig. Braucht er die Bücher? Ist ja jetzt nicht so, dass er... ...die nicht nutzt. Oh, ich bräuchte Steine. Jetzt mal ernsthaft. Ich hab jetzt so viel hergestellt und ich hab keinen Stein mehr. Das ist nicht gut. Bitte. Wenn du weißt, wo Ugo ist, hab Erbarmen und sag es mir. Oder wache über ihn, wenn du kannst. Okay. Lass uns... Draußen gucken. Weil wir sollen ja Feuer machen und Melli, äh, noch ausrichten, wegen der gefrorenen Kiste. Ich würde lachen, wenn sie wirklich sind, sagst du von wegen, warum pinkelt er nicht einfach auf? Äh, wie komm ich denn jetzt eigentlich raus? Ich hab mich jetzt schon verlaufen. Achso, warte, hier in der Mitte gab's ja noch so'n Ausgang, ne? Also, hier. Genau. Und ich will hierbleiben. Wirklich? Und was, wenn... Was, wenn, was, wenn, was, wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Oh. Ähm... Hallo. Hallo, Hermesia. Hey. Tut mir leid. Störe ich? Ähm, nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Nachwachsender Ludock. Wie bisher auch. Hört zu. Es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du Nervtöten bist, deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Aha. Oh, ne Romance. Was immer du willst, Amicia. Äh, was mach ich jetzt hier? Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit... Dem hier an. Ja, genau. Wir machen das schon seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Äh, was muss ich jetzt machen? Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... Er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ah, du bist Amicia. Aber er wäre traurig, wenn du ihn bist. Also, wo müssen wir denn das Ding jetzt hier positionieren? Okay, das sollte passen. Dann haben wir bestimmt noch mal ein bisschen loot. Loot, loot! Du magst das, Ignifer, oder? Ich habe eine Schwäche für Feuer. Ja, wenn du das sagst. Äh. Ich bin in Loot-CD angekommen. Geil! So, wie reicht's? Ähm, alles in Ordnung, Rodrik? Ja, alles gut! Ich krieg das schon noch hin! Hey, beruhige dich! Wenn du alles kaputt machst... Geht doch! Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Rodrik-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Probiert's mal aus! Schon dabei! Okay. Es gibt da wirklich hier haufenweise Loot. Also, hat der Jo echt nicht gelogen. Vor allem, wenn der Respawn... Noch geiler! Da seh ich mich. Okay, wo ist noch... Da ist noch Loot. Oh, hier ist er wirklich... Oh, ho, 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 ho. Ich nehm alles mit, was ich kriegen kann! So, muss ich jetzt einfach nur die Feuer hier entzünden? Oder war das, äh, Phasen? Äh, haben wir die jetzt nicht fertig gemacht? Wo war denn? Hier ist eine Eins. Oder muss ich die jetzt immer wieder neu positionieren? Ich muss die anscheinend immer wieder anders positionieren. Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das Andere. Wenn du soweit bist. Was? Äh, ich bin, ich bin ready. Also, oder auch nicht. Welche soll ich? Ich soll das hier übernehmen? Hä? Okay, hier ist erstmal Loot. Loot find ich immer gut. Soll ich doch das nehmen? Könnt ihr euch mal entscheiden, Freunde? Okay, ich nehm das hier. Das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Und? Hast du irgendwelche Wunder vollbracht? Abwarten und Tee trinken. Gut. Ich geh dann mal... Ach so, das muss... Äh, ich bin mal okay. Die System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wald. Ich zünde die hier an. Äh, ich hab doch das... Ach so. Hä? Darf ich... Spring doch runter. Und das muss jetzt denn wieder nach ganz nach links? Oder... Äh, nach rechts, meine ich? Ich bin verwirrt. Warum machen wir das? Oh, warte. Loot? Damit wir hier den Loot mitnehmen. Sehr gut. Im Ernst, hab ihn ganz allein geschoben. Ein Karren, so groß wie eine Kuh. Hör auf zu lachen, das ist kein Scherz. Ich stell dir nur vor, wie du eine Kuh siehst. Ehrlich, das war unglaublich. Überall Ratten. Frag Amicia. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben. Und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Okay, jetzt packen wir den jetzt noch da hinten. Hier vorne haben wir nochmal Loot. Ja, haben wir nochmal Loot. Ist ja wirklich Loot City, ist ja... Da ist der nachgewachsene Loot. Hab mich sehr glücklich gemacht. Er macht mich gerade auch sehr glücklich. Ich kann mich... Nein! Stimmt was nicht? Ich wollte doch mein Loot mitnehmen. Unmöglich. Das sind jetzt aber sehr viele. Und das könnte gefährlich werden. Also erstmal Loot mitnehmen. Das könnte der Graben überlaufen. Das ist noch nie passiert. Scheiße! Scheiße! Ich hab noch nie so viele gesehen. Die Leiter im roten Bereich. Wenn wir sie erreichen, kommen wir zum Turm. Mir lootst ein Feuer weg. Ich warne dir auf meiner Seite einen Weg. Ja, und jetzt auch nochmal Loot. Ja, wir müssen erstmal Loot City hier durchziehen. Hier ist noch der Dings, aber das ist nur eine Werkbank. Scheiße! Warte mal, hier geht's ja noch wieder runter. Ja, brauchst du nicht. Ich hab hier alles. Alles unter Kontrolle. Gar kein Problem. Gar kein Problem, Freunde. Äh, so warte. Jetzt muss ich natürlich das noch da packen. Das ist ja auch noch Loot. Jawoll. So, dann hab ich hier Freue bauen mit Morziporn. Ich kann mal hier kurz ein bisschen mitnehmen. Auch mal ein bisschen mitnehmen. Gehen wir jetzt hier runter. Nein, nein, schnell! Äh, okay, warte. Nimm doch. Äh, schieß doch. Geh doch. Ah! Sie haben die Leiter zerstört. Ich musste dir auf den Wald. Heilige Scheiße. Hast du nicht gesagt, dieser Ort wäre sicher? Das war er auch. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich bin zur Leiter im roten Bereich. Sonst sterbe ich hier. Amicia, ich schicke dir einen Feuerberg drüber. Versuch es zu erreichen. Gut, ich zähle auf dich. Okay, warte, 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 warte. Ich muss mich kurz konzentrieren. Wir sind entzündigt, das Feuerberg. Gehen länger. Ich schicke dich zur Leiter. Achso. Komm schon, du hast schon schlimmer uns überstanden. Äh, warte, warte, warte kurz hier. Danke. Nein. Lass mich doch... Warte durch. Ich bewege das andere zu dir. Vereil dich. Waaah. Amicia, noch mehr was zu verarbeiten. Wo denn? Da hinten. Keine Sorge. Ich muss... Wo? Wo? Noch eins. Oh, da ist noch eins. Ja, hab ich, hab ich. Huhu, huhu. Nice. Ich muss ganz kurz aufmunitionieren. Gar kein Problem. Musst dich kurz gedulden. Äh, so, was mach ich jetzt? Äh, ja. Was? Ja, nun... Du kannst doch da runterkommen. Dann gehst du hier lang. Oder auch nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Hä, will der mich jetzt veräppeln? Okay, warte mal. Muss ich jetzt das Ding jetzt hier nach links packen? Weil es ist ja die einzige Möglichkeit, die ich habe. Wie kommst du voran? Gut. Lieber hier oben, als nach unten. Was geht hier vor, Amicia? Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen. Aber nicht so. Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast... Es wird die... Hallo an alle. Dürrenverlad. Hallo. Das sind roten. Keine Engländer. Aber sie wissen... Scheiße. Was sie tun. Das habe ich erst einmal gesehen. Amicia. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Überlass das mir. Das gefällt mir nicht. Ich kann nicht schneller. Warte kurz. Ich muss ganz kurz, ganz kurz. Wait a second. I need, äh... A little bit. So, jetzt kommen wir weiter. Oh. Also, die Ratten sind aber auch schon... Das ist okay, ist okay. Ich glaube nicht. Was passiert hier? I get it. I get it. I make it. I make it happen. Wait a second. Also, jetzt weiß ich auch mal, warum der Loot nachlootet. Also, ich verrate hier auch wirklich echt viel. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Wenn die Ratten reingekommen sind... Amicia, Sie sind keine Kinder. Sie können damit umgehen. Ich will kein Ries. Alter, ist ja schnell. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt lieben, gern so weit wie möglich weg von hier. Warte, warte, warte. Hier gibt es noch ein bisschen Loot. Okay, cool. Lass uns reingehen. Geht es euch gut? Nein. Was zum Teufel ist los? Arthur, wurdest du gebissen? Nein. Wir müssen hier weg. Aber... Die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele. Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Was zur Hölle ist es? Okay, jetzt sind sie aber wirklich drin. Das ist, äh... Nicht gut. Hier lang. Schnell. Und wer kommt? Wer ist dabei? Nein. Unser Bruder. Geh. Tu, was getan werden muss. Du wirst natürlich jetzt... Nein, 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 nein. Nein. Du machst jetzt... Nein. Das ist deine Schwester. N-n-n-nein. Los. Als ob der gegen seine Schwester kämpfen würde. Ugo. Das war Ugo. Was machst du an der Tür? Sie geht nicht nach. Was haben sie mit ihm gemacht? Die Ratten. Er... Er hat... Er kann sie kontrollieren. Ja, mit der Makula. Wo kommt man da hin? Keine Panik. Das Chateau wurde für solche Situationen gebaut. Dein Chateau ist baufällig. Die Ratten kommen spielend leicht durch die Verteidigungsanlagen. Ich muss mit Ugo reden. Ich kann... Du bist verrückt. Wir müssen abhauen. Amicia, er... Jetzt gehen wir diesen Weg lang? Nein, nein. What the fuck? Töte ihn noch! Don't do it! Töte sie, Kind! Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite! Ugo, nein! Nun komm, Junge! Sie bedeutet dir nichts mehr! Ich habe überall nach dir gesucht! Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger! Hör nicht auf ihn, Ugo! Ich habe doch gehört! Genug! Ich verfüttere sie an deine Ratten! Fass ihn nicht an, Mistkerl! Mistkerl, er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast! Ich habe doch geheilt. Ihm wird Vitalis bald der einzige Träger, der Makula sein! Was? Nein! Ugo ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Sein Blut ist nun in den Adern des Großinquisitors! Ach du, Jens! Steh! Ihr werdet in der Bersche! Sehr gut! Wir haben den Bastard! Amicia! Arthur, sieh nach, ob er tot ist. Ich muss mit Ugo sprechen. Geh, ich kümmere mich um ihn. Ugo? Ugo! Ich will nur mit dir sprechen. Er kann dir nichts mehr antun, Ugo. Guck mal! Schon gut. Ich bleibe stehen. Don't do it. Du kannst herkommen. Komm. Du hast gelogen. Nein, nein. Ich, Ugo, ich wollte dich beschützen. Ich, bitte. Du hast gelogen. Nein. Die Schwelle. Du hast es geschafft. Nein. Arthur! What the fuck? Für euch habe ich keine Verwendung mehr. Hä? Äh, was mach ich jetzt mit dir? So eine Scheiße. Er darf uns nicht sehen. Wir müssen, wir müssen hier weg, Amisiel. Meine Klinge ist noch warm. Wie ihr bald herausfinden werdet. Ja, ist ja okay. Die Ratten. Sie gehorchen die, oder? Wir müssen doch welche in der Nähe sein. Sie sind hier, aber haben Angst vorm Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Okay. Gar kein Problem. Euer Vater hat sich nicht reist. Hä? Ja, hast du nicht gesehen, wa? Sie ist ja nicht. So, wir passen. Ich mach das jetzt sogar noch hinter dem Rücken. Äh, was? Tabulator gedrückt halten, um... Was? Tschüssi. Okay. Vielleicht doch nicht tschüss. Gut. Ihr wollt also spielen. Ja, ja. Ich will ein bisschen spielen. Auf Augenhöhe. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ganz nah. Ganz nah hinter dir. Ich hab doch gesagt, dass ich euch bitte. Oh shit. Das war gar nicht so gut. Das war gar nicht so gut. Ich bin weg. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Ich bin weg. Oh Gott, das ist ja gar nicht mal so anstrengend gerade. Töte ihn! Fuck, Alter, der brennt immer mehr. So, die Kacke ist jetzt, er wird wahrscheinlich da durchrennen, ne? Ja genau, das hätte mir nicht gedacht. Nix fast, mein Freund, nix. Nein, scheiße, falsch, mit Strasse. Ich komme! Ey, hat er uns jetzt gesehen oder was? Gar kein Fall. Wo treibt ihr euch rum? Ja, nicht da, wo du bist. Komm zu mir! Ihr werdet sterben! Es hat nicht ge- was? Fuck, ich brauche mehr, mehr, mehr Zünder. Scheiße, ich muss mal kurz wegrennen. Ich bin out of here. So, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen alles kaputt machen. Auf die Schnelle. Nichts. Sie sind schnell. Ja, ja. Wie Kacke lagen wir was mit dir verkehrt, Junge. Fuck. Fuck. Jetzt bist du nämlich dran, mein Freund. Was ist shit, warte? Ja, das wird gleich schmerzhaft für dich. Na komm. Wie kann er das tun? Er darf dich nicht sehen, Amicia. Oh lol, er darf mich wirklich nicht sehen? Das ist aber mal unfair. Das ist... Das finde ich jetzt nicht so schön. Du pisst dich. Don't touch my tralala. Jetzt mal verkicken, ihr Freundchen. Jetzt habe ich keiner mehr. Oh fuck, wie? Fuck, 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 fuck. I need more. I need more. I need more. I need very more. Werden wir nicht. Warte, warte. Warte. Das sieht alles aus. Ja, wir sind weg. Jetzt machen wir mal den hier noch. Flutsch. Das werden wir jetzt gleich sehen. Fuck, alter. Ah, dieser Typ. Er geht mir leicht auf den Pinsel. Das ist das Ende. Hängt jetzt mal an, dass er anfängt hier zu sagen, das ist Sparta, aber warte. Hat aber prediktet, wo ich bin. Nichts. Sie sind schnell. Wie Kakerlaken. Capit. Machen sie erst das Feuer aus. Dann machen wir ihn aus. Was wir nicht machen können. Vielleicht war ich gleich schmerzhaft für dich. Du gehst mir so auf den Sack. Fast. Fast. Mich hat der Herr Kreis so maximal gestresst. Der stresst mich gerade auch komplett. Ist der jetzt hoffentlich... Ende im Gelände. Ist jetzt so vorbei. Ciao, Kakao. Und so. Oh. Leck mich aber nicht. Amicia. Boah, war der schwer. Junge. Nein, nein, nein. Danke, danke. Ich werde sie töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly. Wen denn? Hält einfach den Mund. Verstanden. Bitte, hör auf. Ich töte sie. Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner. Melly, das schaffst du nicht. Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf. Seht euch um. Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden. Wir alle. Sie haben meinen Bruder. Deinen Vater. Euren. Wir haben nichts mehr. Nichts. Na, aktuell haben sie noch unsere Mutter. Glaube ich. Sie hat recht. Amicia. Das ist Wahnsinn. Wir sind fünf. Gegen. Gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Hat er die Schwelle überschritten? Ja. Ich denke schon. Hugo. Was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben. Was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis. Jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Lass uns gehen. Auf den Tod. Oh Gott, das wird nicht gut enden, Freunde. Auf den Tod. Aber wobei, wir haben ja Hugo, der die Ratten kontrolliert ist. Ist gar nicht so fair. Damit sind wir in Kapitel 16. Krönung. Sie ist riesig. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde. Genug getrödelt. Hey, warte. Melly ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Wolli, sie rennt einfach vor. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, erst fünf. Sie rennt einfach rein. YOLO. Mit Lukas zusammen, oder was? Da sind wir. So, Mädels sind vorgerannt. Und wir rennen mal hinterher. Oh Gott, wir können aber nicht sprinten. Oh Gott, wie war denn die Steuer? Okay. So, war die Auswahl. Ich krieg's... Also, es wird lustig. Wo geht's denn eigentlich hier unten hin? Gibt's hier unten was? Steine. So, Steine nochmal mit. Können wir immer gebrauchen. So, jetzt warten die da vorne? Ja. Sieht so aus. Oh Mist. Was ist los? Melly, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly. Sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen's durch die große Tür. Aber passt auf. Welche große Tür? Oh, Melly, warte. Ist sie wütend auf mich? Nein. Sie ist wütend auf alles. Aber... Gib ihr ein bisschen Zeit, Ugo. So, wir nehmen natürlich noch ein bisschen Loot mit. Weil... Können wir mal gut gebrochen. Oh, was ist da los? Vorsicht! Sie hocken. Okay. Kann ich mich auch hinhocken? Hey, das hat bereits angefangen. Das hoffe ich. Denn diese Viecher werden immer mehr. Teil. Das ist riskant. Nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drennsloch. Wir wissen nicht mal, was in dieser Wand. Könnte da eine Vorsicht geht. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly! Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Okay. Gut. Ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt. Er wird sie sehen. Halt! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Ähm. Können wir nicht denen helfen? Sie schaffen es. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los. Nutzen wir die Gelegenheit. Okay. Auf geht's. Also. Wir nehmen erstmal hier unseren Säurewurf. Obwohl. Wir können ihn ja hier erledigen lassen. Tschüss. Weg ist er. Gut gemacht. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Okay. Und wir müssen da hin. Da wird unsere Mutter quasi versteckt. Oder festgehalten. I don't know. So. So. Warum bebt die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier. Unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Wenn ihr Steuerung gedrückt hältst. Äh. Um ein Ziel für die Ratten zu bestimmen. Zeigt der Rote Dunst die Horde unter der Erde. Was? Er steht die Lichtquelle um sie zu befreien. Warte mal. Die kommen nicht aus solange es hell ist. Ja, 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 ja. Das habe ich auch verstanden. So. Das heißt. Wenn ich jetzt hier Löschfeuer nehme und sage. Aber wie kriege ich die denn jetzt? Also Steuerung gedrückt halten hilft halt nicht. Warte mal. Wartet hier. Ich bin gleich wieder da. Na gut. Aber das bringt ja gar nichts. Also. Huch. Das war die falsche Taste. Die Luft ist rein. Ich kann. Hey. I don't get it. Also. Vorhin hieß es. Ich soll Steuerung gedrückt halten. Damit ich das irgendwie sehen kann. Aber wenn ich Steuerung gedrückt halte. Kann ich nur Sachen werfen. Aber vielleicht sollte ich die Ratten auswählen. Gar nicht mal so schlecht. So. Das heißt. Ich kann die jetzt. Äh. Wieder wegjagen. Also. Ich kann die wieder. Warum nicht? Okay. Kann ich hier einfach weiter gehen? Ähm. Ich würde sagen. Nein. Sie können mich nicht hören. Warum nicht? Okay. Bin ich hier vorbei? Gott. Gar gar nicht. So. Und wenn ich jetzt? Sie reagieren nicht. Ach. Dann nicht. Dann müssen wir hier halt sowas hier zünden. Kann ich nicht. Äh. Kann ich sowas hier zünden? Auch nicht. Na gut. Dann. Gehen wir hier hinten vorbei. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall noch Loot. Wer ich du, würde ich das nicht anfassen. Warum? Die Geißler peitschen sich damit blutig. Da kleben wahrscheinlich Hautstücke dran. Oh. Verstehe. Boah. Äh. Okay. Eine Peitsche zum Selbstverstimmel. Na tolle Wurst. Stoff. So. Aber wenn ich jetzt hier nicht mehr vorbeikomme, ist doch scheiße. Also sie lassen mich. Also ich gehe mal von aus, wenn wir jetzt hier rein rennen, sterben wir. Oder? Okay. Nein, tun wir nicht. Achtung. Wachen. Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen. Seltsam. Der Hauptmann war doch immer sein Protégé. Vitalis hat sich sehr, sehr viele Wachen kamen. Vielleicht ist nur niemand anderes sein Protégé. Okay. Lass mal kurz gucken. Also wir haben da. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Na dann. Okay. Warte mal. Wir können ja mal gucken. Also wir können ja. Das war gar nicht mal so gut. Guten Abend ihr Lieben. Hi Mutti. Als ob du das gesehen hättest. Loll. Was? Okay. Das war gar nicht mal so gut. Achtung. Wachen. Niemand hat den Kullerflein in Adria auf dem Verschleck der Kinder gesehen. Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen? Seltsam. Der Hauptmann war doch immer sein Protégé. Vitalis hat sich verändert. Wir machen mal was anderes. Andere Planung? Vielleicht ist nun jemand anderes sein Protégé. Was ist es? Was? Was? Was ist das denn? Ich wurde angegriffen. Finde den Feind und... Da drüben. Ich hab sie gefunden. Schade. Huch. Hallo. Ich hab doch eher gedrückt. Okay. Ich wollte eigentlich an dem vorbeisneaken und den einfach nur mit einem Ding geben, aber es ging nicht. Es ist tricky gewesen. Müssen wir es eben tatsächlich slow and steady machen. Niemand hat sich unter anderem eingeführt und versteckte Kinder gesehen. Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen. Seltsam. Seltsam. Der Hauptmann war doch immer sein Protégé. Vitalis hat sich auch über die Ratten lösen. Vielleicht ist nun jemand anderes sein Protégé. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, wie wir es gleich gelöst bekommen. Wir können sie auch alle einzeln auseinandernehmen. So. Beweg dich mal, mein Gustav. Tja, was ist da passiert? Ich weiß auch nicht. Als ob der uns gesehen hat. Die Pappnase von da oben. Wer ist ihm denn die Frage? Kann ich ihn von hier aus treffen? Wäre jetzt die große Frage. Das würde mich hart interessieren. Aber wir warten mal ab, bis das Ganze runtergetickt ist und dann probieren wir mal aus, ihn anzuvisieren. Ja, was ist er denn? Er ist einfach hingefallen. Ich weiß auch nicht. Geh doch mal gucken. Es... Wo plötzlich ist er bewusstlos geworden ist. Also, ich verstehe gar nicht, was da los ist. Ganz komisch. Wir halten aber auch keinen einzigen Schlag aus. Ne, wir halten gar nichts aus. So, jetzt gucken wir mal gleich, wenn er sich hier umgedreht hat. Beziehungsweise, wir gucken mal ihn hier oben an. Ja, was ist da? Ja, was willst du machen dagegen? Weißt du noch gar nicht, von wo es kam? Junge. Was war denn das? Ich werde angegriffen. Ja, stoppt sie euch. Na, wie haben wir denn da? Ja, schütte. Ne, auch schütte. Nochmal kurz. Ich wollte was ausprobieren. Aber es war zu langsam. Ich weiß auch, warum zu langsam. Weil meine Maus habe ich gar nicht umgestellt. Aber wir können eigentlich auch alles mit den Ratten lösen. Das können wir ja auch mal machen. Hoffentlich passt es. Achtung, wach! So, machen wir überall Licht aus. Ich muss aber bestimmt auch, kann ich das doch bestimmt auch wieder herstellen. Wie war das mit dem Herstellen? Äh, war das hier? Genau. So. Jetzt haben wir erstmal wieder genug hergestellt. Die Lampen nerven halt, ne? Für die Ratten. Für die Ratten nerven halt diese roten Lämpchen. Die müssen wir den kaputt schlagen. Ja, wo kam das her? Ja, wo kam das her? Ups. Da ist er weg. So, jetzt müssen wir mal die nächste Lampe mal kaputt machen. Jetzt kommt der Johnny da oben wieder, ey. Der Johnny, komm mal her, hier. Ja, du hast da was gehört. Ich weiß aber auch, also ich... Keine Ahnung, wo das herkam. So, jetzt ist die Frage, hat der Typ, den wir hier hinten haben, hat der auch, äh... ...ne Lampe? Anscheinend nicht. So. So, damit sind alle G-Geschichte. So, dann gehen wir jetzt erst mal ein bisschen l-l-l-l-luten, weil es so schön ist. So, hier gab es nichts. Dann gucken wir mal, was wir denn noch so schönes finden. Stoff. Hat er denn hier noch für uns irgendwelche Utensilien? Gott, ich habe ihn aber auch ganz schön gleich weggenagt, also meine. Da steht ja noch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, wait. Wait for it. Ja, was war das? Komm doch her. Sie wollen nicht auf mich hören. Sie hören einfach nicht auf mich. Okay, sie hören nicht auf dich. Das ist denn aber schlecht für uns. Okay, warte. Machen wir das noch anders? Okay. Damit kann ich gar nichts gegen ihn ausrichten. Gar nichts. Okay, er ist da hinten irgendwo. Dann ist mir das egal. Dann gehen wir hier weiter. Huch. Ich sag mal, du nimmst, äh... Den da. Und ich nimm den da. Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast ne ganze Rattenarmee. Rodrik, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Ähm... Was denn? Also... Wie denn? Wo denn? Warum denn? Geh durch! Hast du das, Rodrik? Ist ja gar nicht mal so... Scheiße. Okay, also hier ist auf jeden Fall ein bisschen Action-Action angesagt. Ach, du heilige, aber richtige Action. Ja, das wird gut. Sie wollen rauskommen? Da ist gar kein Problem. Dann gucken wir mal, was wir für die Ratten tun können. Okay. Also ich muss ja sagen, mit den Ratten ist ja wirklich... Also ist ja ein bisschen... Also sind wir ein bisschen overpowered. Aber ich find's geil. Ja, komm doch ruhig her. Okay. Schade. Schade, schade, schade. Aber vielleicht krieg ich ihn jetzt. Kann ich ihn jetzt mit dem Steil kriegen? Wieder? Hat er nun einen Helm auf, oder nicht? Ich hab einen Helm aufzuhaken, aber ich... Ich... Jetzt. Hat der sich geduckt, die dumme Sau. Okay. Cool, 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 cool. Was? Wo denn? Da oben? Ich hab da oben gar keinen gesehen, aber okay. Ach, da hinten. Ja, wir sind gleich da. Wir müssen noch mal ganz kurz looten. Ja, gar kein Problem. Wartet kurz. Wir müssen mal ganz kurz hier schauen, was hier noch so schön rumliegt. Ja, du brauchst nicht zu brüllen. Ich hab dich auch beim ersten Mal gehört. Gibt es hier noch was Feines? Nein. Ja, sehr gut. Okay. Na gut. Auf geht's, ins Haus. Verschlossen. Roderick, wo bist du? Dreckstück. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Roderick, geh in Deckung. Ugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Ja, eigentlich nicht, weil wir können sie ja auch noch selbst um sie kommen. Platz. Ich bruch die Ratten. Okay, warte kurz. Ich muss mal ganz kurz weg hier. Ganz kurz muss ich weg. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Okay. Nur ein kleines Problem. Gott, die sind aber schnell. Warum sind die so flink? Warte kurz. Lass das doch. Ähm, und er chillt hier einfach, oder was? Nein, 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 nein. Hey, Kinder, hab ich hier nichts verloren. Ganz schnell, ich muss mal ganz kurz woanders hin. Ganz dringend woanders. Stop it. Ich hab keine Dings mehr. Hör auf, geh weg. Warte mal, kann ich hier eigentlich hier so mit? No, kann ich nicht. Okay, okay, okay. Ich muss ganz kurz was herstellen. Ganz kurz. Geben Sie mir eine Sekunde. Mr. Mr. Ja, das glaubst du auch nur du. Komm her jetzt hier. Also, nicht zu nahe, aber so mit Respektabstand und so. Wie kann der denn die Scheiße immer wieder anzünden? Meine Güte, das war jetzt aber auch ein Krampf. Ja, ich denke schon. Lass es gut sein, Rodrik. So, Gott, das war aber auch. Gar nicht so gut von mir. Scheiße. Toller Plan. Nein, Amisje, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Rodrik, folgst du uns? Bis in die Hölle. Ja, dann mach doch hier die Tür auf. Nicht? Hä? Wo müssen wir denn hin? So, wir müssten vielleicht hier das Feuer ausmachen. Okay. Schaffst du das? Du hast recht. Mach auf. Hoppidi hopp. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hast du gut gemacht. Ich verspreche. Beruhige dich. Hugo, Rustic. Auch wenn man die Inquisition besiegt. Du bist hart im Nehmen. Ja, aber du. Mach doch einfach die Tür auf. Wirklich? Ich lüge nie. Du hast einen Schrank davon. Das muss der Ausgang sein. Haben wir hier noch guten Stuff? Ja. Okay, okay. Und raus hier. Äh, hol ich noch einfach mal um? Sehr gut. Dankeschön. Ich hab mich wohl etwas gehen lassen. Inwiefern? Okay. Davon kann ich nichts mehr herstellen. Äh, äh, äh. Okay. Ach du, heilige. Kacki. Aber gar kein Problem. So, wir kümmern uns als erstes um... Johnny 1. Johnny 2. Johnny 2. Johnny 2. Johnny 2. Wie? Was? Warum? Also... Hatte ich gar keinen Betäubungsgedöns mehr hier? So einschlafen? Zeus? Okay, halt nochmal von vorne. Ist doch okay. Hab ich da wirklich keine Erkenntnis mehr gehabt? Scheiße. So, hier, Rudrik, du, Emma. Du bist erledigt. Ne, ich hatte wirklich keins mehr. Gute Arbeit. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Hä, was ist denn jetzt los? Warum hast du es denn jetzt nicht gemacht? Hey, wer war das? Hinter dir. Aufgepasst. Aufgepasst. Hey, hey. Kommt der Nächste? Komm. Jetzt kommt der andere hierher gerannt. Was ist denn das für eine Logik, Freunde? Er kommt nochmal weit davor. Trau dich. Wie hast du dich nicht trauen? Bist du denn? Hallo? Hallo? Mister, Mister? Jetzt kommst du rum, oder was? Wer war denn das? Ja, anscheinend ja schon. Geschlafen. So. Ja. Damit müssen wir jetzt alle durch. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Und viel Glück. Hey, wartet. Keine. In Deckung. Bogenschützen. Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen offen. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fall geht da. Blackwater. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Zu gefährlich. Die Bogenschützen würden sofort schießen. Ach, wir sitzen fest. Sitzen wir? Könnten wir nicht alle einzeln auseinander nehmen? Würde das nicht gehen? Scheinkind hat wirklich nicht. Warte mal. Können wir eventuell von... Nee, können wir nicht. Schade. Aber wir haben hier eine Werkbank. Können wir mal gucken, ob wir irgendwas wieder herstellen... Könnten... Na ja... Miete über... Verbesser und somit mehr Kapazität. Bietet Platz für 22 Materialien. Könnten wir machen? Könnten wir machen? Könnten wir? Vielleicht kann ich denn noch... Nee, kann ich nicht... Okay, also meine Flitsche ist schon maximal geflitscht. Dann kann ich das eigentlich auch machen, oder? Huch... Äh... Welche Tasse? So, jetzt. Nehmen wir mal mit. Ja. Genau. So. Äh... Zurück. So, hat uns das aber natürlich nichts gebracht für die... Ähm... Achso. Ich sehe mir schritten wir das. Rodrik, wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Ugo in Sicherheit. Okay, machen wir das eben so. Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöpst. Verlieren wir jetzt Rodrik? Ich hoffe nicht. Ja, ich sehe, also, wenn die keinen Helm tragen, ist gar kein Problem. Tschüss. Tschüss. Okay, okay. Hinter uns? Wieso hinter uns? Ich habe die Treppe erreicht. Los, schnell! Noch einer. Oh, da kommen noch zwei. Ich finde es gar nicht so schön hier. Nicht sterben, Rodrik. Nicht sterben! Ich brauche nur eine Pause. Pust du, Rodrik. Das war's. Geh in Deckung. Wir sind da. Steh nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell! Oh mein Gott, Rodrik! Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Okay. Meine Güte, ist ja spannend hier. Also, ich glaube, er ist ja schlimm. Der ist ja durchlöchert. Das ist ja der arme Typ. Hugo, los! Jetzt du! Wir helfen dir durch! Tut mir leid. Tut mir leid. Scheiße! Scheiße! Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melli, bitte! Nein! Diese Bastarde müssen bezahlen! Sie werden bezahlen! Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe! Sie hat recht, Melli. Rodrik. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger! Mistviecher, Mistviecher! Okay. Weiter geht's, würde ich sagen. Auch wenn ich wieder nicht sprinten kann. Mann! Ich will auch nur dahin. Gott, die ist aber... Warum läuft die so falsch? Aber sie bahnen unseren Weg. Ach ja? Wie denn? Äh, so. Ähm, wie machst du? Oh, okay. Boah, das... Das passiert gerade wirklich. Hugo? Ist das noch der erste Teil? Ja. Ich will sagen, dass du uns helfen wirst, diese Drickskerle zu trinken. Melli? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu brennen. Dann haben wir eine Abmachung. Okay, let's go. Äh, wait a second. Wir müssen uns kurz einmal umschauen. Was für Möglichkeiten haben wir hier? Gibt es Möglichkeiten? Haben wir Möglichkeiten? Oder eher nicht so? Das ist jetzt ein Typ, ne? Ein Typ mit Schild. So. Kriechen hierher gelockt? Federt? Kommen Sie! Kommen Sie! Äh, gehe ich nicht. So. Da haben wir schon mal den nächsten... dem wir sagen können, tschüss. So, jetzt gucken wir mal weiter her. Ob wir hier noch so schönes an Lululululut finden. Oh, Lulut! Lulut City! I love it! Gibt es hier noch was Feines zu finden? Ja, da vorne sind noch ein paar. Die kümmern wir uns auch gleich. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Alles gar kein Problem. So, fangen wir mal an. Äh, wir... Uh, falsche Taste. Ja, sorry. Sorry, sorry, sorry. Falsche Taste gedrückt. Kann mal vorkommen. Äh, hier sind aber auch einige. Äh, also wir fangen erst mal mit Johnny an da. Mit dem da. Oder auch nicht. Wir werden hier sofort gesehen. Ist ja gar nicht gut. Okay. Machen wir das doch anders. Nimm mal erst mal die, äh, Bogenschützen hinten raus. Kann ich nicht. Weil ich hab das Falsche gewählt. Sehr gut. Jetzt aber. Äh, das lief ja jetzt bis jetzt nicht schlecht. Also kann man ja... Also hier, hallo, 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 hallo. Ja, da komm doch mal her. Braust dich nicht, ne? Braust dich nicht. Kannst du nicht, kommst du nicht, wa? War zwar der falsche Knopf, den ich drücken wollte. Ich wollte den gar nicht haben, aber ist okay. Ist nur die Frage, für wen? Ich war doch in Bewegung, als ob der mich so treffen kann. Kann mir doch keiner zählen. Wir sind da. Die Kathedrale. Verdammt. Das ist die Hölle. Okay. Macht euch bereit. So, wir fangen erst mal wieder mit den Pfeil- und Bogenschützen hier vorne an. Johnny 1. Tschüss. Johnny 2. Tschüss. Tschüss. Zum Maul, Alter. So, jetzt kommst du noch. Ist alles gut? Alles gut. Geht's dir gut? Danke. In letzter Sekunde. Okay. Okay, haben wir auch geschafft. Jetzt gucken wir wieder ein bisschen nach Loot. Weil wir brauchen, wie gesagt, Rohstoffe, Rohstoffe, Rohstoffe. Ich gehe von aus, dass wir gerade zum Endboss, also, ne, hier, äh, gegen den Inquisator, dass wir da wirklich viel brauchen. Also wir brauchen da bestimmt Materialien ohne Ende. Deswegen sammeln wir, sammeln wir, sammeln wir. Und versuchen hier auch so viel wie möglich herzustellen. Moment, da voll. Hier war noch was. Da lag noch was. Der große Vorteil ist wirklich, dass wir die Ratten auf unserer Seite haben. Das ist mega, also, ist ein Riesenvorteil für uns. Warte, hier lag noch was. Das Handbuch des Inquisitors. Ist das dein Ernst? Es gibt ein Handbuch für diesen Mist. Es wurde vor Vitalis freiggeschrieben. Dann stellen wir sicher, dass es keinen zweiten Band geben wird. Wir sind da. Vitalis. Amicia. Er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Sehr Böses? Was denn genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Das ist richtig. Okay, auf geht's. What the fuck? Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid. Ich habe gehört, ein paar Kinder wollen bestrafen werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Okay, kommt doch. Jetzt seid ihr nicht mehr so... craftig. Hä? Okay, warte. Wie fangen wir an? Wir nehmen, glaube ich, erst mal die Bogenschützen raus. Bogenschützen sind... Super nervig. Super nervig. So, und jetzt... Da kommt noch mehr. Äh, das ist jetzt aber unfair von euch, Freunde. Oh Gott. Okay, vielleicht doch. Also, ging doch ganz gut. Gut, gehen wir hinein. Ich wollte noch Loot einsammeln. Hör doch auf. Geh doch nicht gleich rein. Nicht. Mach doch nicht. Uns fehlt's nachher an Materialien. Schöne Familie. Melly! Okay, wir nehmen den Loot nicht mit. Wir nehmen ihn nicht mit. Hilf mir! Es darf niemand herein. Das fährt doch zu nichts. Ihr wollt nicht verstehen, Beatrice. Mama! Mein Kind. Hugo! Hermesia! Mutter! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Er hat die Schwelle überschritten. Geht, ihr müsst hier raus! Was denn für eine Schwelle? Ich will mal nicht so sein. Hugo! Bist du bereit? Ja, sie sind hier. Na dann los. Aber das Problem ist... Bleibt euch bei mir. Wir sind bei euch. Auf wen hören die Ratten jetzt eher? Auf ihn oder auf uns? Ja, ich kann nur gerade auslaufen. Lass dich gehen, Vitalis! Das ist eure letzte Chance! Hugo! Keine Kräfte! Es geht mir gut, keine Sorge! Ja! Er ist ein begabter Schüler! Zu schade! Er ist vergessen hat, wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Als ob er jetzt der Lehrer ist. Nein, wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefahr selbst zu hören. Aber seht euch doch an! Tauselt auf mich zu, wie verlorene Schäfchen auf ihren Hirten. Genug Vitalis! Ihr seid allein! Geht uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ja, oder du... Ich muss den Träger noch einiges lehren. Aha. Seine Freunde, ebenso. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Wie ihr sie hören... Die Engel... Die Engel... ...einer neuen Welt! Zurück! Das Licht! Sie! Habt gesehen! Los! Okay, die haben keine Angst vor dem Licht. Ja, der ist natürlich dann problematisch. Nein, ich helfe dir! Ich kann! Es ist unser Blut, Manny! So gut! Vernichtet ihn! Bleint euch und verschlebt sie! Ähm... Ähm... Nicht zu fassen! Ja! Ja, wofür so! Wir zeigen... Sie zu, wie er ist! Wir sind Zeuge, wie euer Geschlecht untergeht! Okay! Wir in Ruhe! Wir sind nach Kinder! Fall! Sie dringend über Platz! Nee, falsch! Falsche Taste! Nein! 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 Einmal die falsche Taste gemacht! Eigentlich sind wir gerade ein ganz Sweet! Echt? Weiß ich nicht! Wo? Obwohl... Hausratten schon? Also... Ja das gehe... Ja, à meh? Der ist da... Also natürlich... Schon wieder die falsche Taste gedrückt? So, jetzt, meine Güte, also ich drücke aber auch die falschen Tasten hier, das ist schlimm. Äh, da ist er. Wie schnell! Okay. Ist schon ganz schön böse. So, warte. Wir rennen mal hier vor. So, warte, jetzt gehen wir hier zurück. Bist du sicher? Dann los, Ugo. Das ist unsere einzige Chance. Ja, sehr gut, Ugo. Wir zeigen es ihm. Seht zu, Beatrice. Wir sind Zeugen, wo der Geschlecht runtergeht. Lasst sie in Ruhe. Sie sind doch Kinder. Halt! Sie sind überfremst in einer alten Welt. Haltet ein! So, wir müssen hier ein bisschen, ein bisschen taktieren. Äh, geht doch nicht anders. So, jetzt erst mal nach hinten wieder. Kurz noch mal formieren. Ja, doch, 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 doch. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Geh weg. Pfui. So, jetzt wieder auf Ratte. Wuhu, ist ja gar nicht mal so anstrengend. Das war knapp. So. Freundchen. Ja, also, okay. Meinst du, das ist so gut? Okay. Lieber so, okay. Dann machen wir es lieber so. Oh, Vico, du fühlst es doch auch. Aber du hast Angst. Wahre Macht. Die Gabe des Selbst. Amicia! Alter, was ist denn mit ihm verkehrt? Und seine Diener sollen sich bis zum Firmament erheben. Ich bin doch weg. Also, was? Ich hab doch alles gedrückt. Es ist unmöglich. Also, wie kann ich ihn jetzt bekämpfen? Muss ich ihn jetzt hier irgendwie mit Steinen in die Fresse hauen, oder was? Ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Gut, 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 gut. Ja, ja, ich steh nicht rum, ist alles cool. Ja, ja, ich steh nicht rum, ist alles cool. Jetzt kommt er schon wieder hier mit seiner Trompete. Was denn? Ich bin noch weg gewesen von... Was? Warum? Das wird ja aber schlimmer. So, okay, warte mal. Wir haben Steine. Wir sammeln jetzt hier wieder Steine. Steine, 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 Steine. Er macht hier seinen Klatscherino. Ja, kein Problem. Ich bin noch... Gut, dann warten wir halt ab, bis er hier sein Ding ins Moments gezündet hat. So, jetzt hat er einmal gezündet. Jetzt gehen wir hier hinten hin. Ja, ja, ich bin schon weg. Ist alles cool. Was? 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 Nein, nein, nein. Nein, was? Und wo kam die denn jetzt schon wieder? Es ist doch unmöglich hier mit den Viechern. Okay, jetzt dürfen wir es besser haben. Okay, jetzt muss man wieder aufpassen. Was war das denn jetzt? Ich habe das doch ausgemacht, aber vergessen, zu spät auszumachen. Das war gar nicht so clever, leider. Alter. Der ist ja fast schlimmer als Dark Souls. Okay, also, wir brauchen Stein und wir brauchen das andere Zeich, damit wir das Feuer wegmachen können. Ich hatte davon keins mehr. Und im Einfall des Gefechts kann ich auch keins herstellen. Es ist ein Träumchen. Also probieren wir es noch ein weiteres Mal. So, jetzt habe ich das Problem, ich komme jetzt hier nicht mehr durch. Okay, okay, okay. So, komm du hier wieder? So, hier hinten lassen wir mal was explodieren. Ne, hier so abheben, genau. Okay, okay, okay. So, wir probieren die gleiche Taktik nochmal. Jetzt kommt er hier wieder mit Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben. Okay, sehr gut. Dann nochmal Erdbeben. Ne, macht er doch nicht. Jetzt kommt Erdbeben. Und jetzt macht er nochmal den Penis hoch, was gar nicht so gut ist. Ich bin noch weg gewesen. Ich raste gleich aus hier. Ich... Ich... Wirklich... Ich war... Okay... Auf ein neues. Auf ein neues. Auf ein neues. Oh, das ist was es. Ich bin nicht Pfeift und Fried. Komm, komm. So. Wir werden ihr bezahlen. Komm zu mir. Ja, das ist wie das. Wer ist das erste Blut? Mit Gewissheit und Fried? Komm, komm, komm. Das Problem ist, ich bin jetzt hier eingeschlossen. Ja, das war jetzt ein Problem, das war jetzt ein Problem. Von der Position her war das beschissen. Aber machen wir jetzt besser. So, jetzt lassen wir hier erstmal kurz explodieren. Komm her. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann lassen wir den jetzt hier nochmal explodieren. Und jetzt lassen wir ihn da raufschicken. Alter, ist aber auch hier, Taktik-Maktik ist ganz schön schlimm. So. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt taktisch machen. Weil er macht jetzt hier mehrere Phasen durch. Okay, zuerst macht er den Penis. Das war jetzt schlecht. Jetzt macht er den hier. Das heißt, ich lasse ihn mal hier hinkommen. So, jetzt habe ich ein Problem. Weil ich komme hier nicht durch. Also muss ich mir merken, er macht zuerst den langen. Dann macht er die Dings. Dann macht er wieder einen langen. Und dann macht er wieder einen Dings. Okay, das heißt, ich muss dann den da hinpacken. Den dorthin packen. Den da vielleicht bleiben. Und dann den nächsten. Okay, 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 okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Auf geht's. Suchen wir erstmal hier wieder hin. So, gehen wir jetzt hier in die Ecke. Und beide Diener sollen sich bis zum Firmament erheben. So, dann schicken wir hier die rauf. Hier ne, weil diese Kegel, die dürfen halt nicht in der Mitte stehen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier wieder hier hinten hin. So, jetzt warten wir wieder. Hier ist der Blut. Mit Gewissheit und Frieden. Verliegen. Lauf! Erneuerung. und reiß' dir in der Mitte stehen. Das ist nicht nichtmüß. Nein, nein! Wir tun es nicht. Wir tun es nicht. Jetzt tun wir nach ihr. Wir tun es nicht. Wir tun es nicht. Wir tun es nicht. Wir tun es nicht. Ich habe jetzt für eurem Meister. So, wieder Taktik. Dritte Phase. Sie ist hier entwohlen. Zurück! Der Pohrwachter hat sich nicht länger. Ich bin die Waffe der Wachter. Das spät ist nicht. Der Ritul, der geboren wird reißen. Händelschacht. Händelschacht. Meine Enkel. Ich weiß, dass ihr Hund nicht seid. Hänsel, schick du mal rein. Lass dich raus. Nein. Händelschacht. So, aber jetzt hat der, der hat jetzt nicht noch eine vierte Phase oder so, oder? Also, komm, ey, jetzt wirklich. Meine Fresse, endlich kriegen wir diesen. Oh, leck, um mich über den Arsch. Das war gerade ein bisschen anstrengend. Zum Glück. Das war's? Ernsthaft? Ich dachte, wir müssen jetzt auch irgendwie mit der Mutti raus und so. Aber nein. Geil. Ja. Freunde. Wenn euch das Spiel gefallen hat, lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Ansonsten, lasst gerne ein Like da. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, auch gerne ein Abo da lassen. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wir sehen uns bei einem nächsten Projekt wieder. Bei uns hier auf unserem Kanal. Und bis dahin sag ich erstmal... Dann gehen. Dann gehen wir doch und... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also okay, du spielst auch noch nicht vorbei, hey hey, wir haben noch ein Kapitel Und daher, äh, schauen wir mal Okay Na komm Okay Das war gar nicht so gut Dass ich den einen verkackt habe Gar nicht übel Gar nicht übel Bitte, hier hast du einen Apfel Glückwunsch, Amicia Der Apfel ist für dich, Hugo Fürs Anfeuern Oh, danke, ich hab echt Hunger Natürlich Hey, heute feiern wir den dritten Tag ohne Ratten Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt Seht euch doch mal um Ein Jahrmarkt? Jahrmarkt? Nicht, sowas hab ich noch nie gesehen Hugo, Lukas wartet auf uns Wir sollten nicht zu lange hierbleiben Aber der Jahrmarkt Na gut, aber wir bleiben nicht lange Wieso, also der Jahrmarkt Also, war was los? Auf jeden Fall Hey, seht mal Der Kleine Oh nein Nein, Junge Du darfst nicht rein Warum nicht? Weil es nicht geht Aber doch nicht Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht Von wichtigen Leuten Und das gefällt uns hier nicht Verstanden? Ich verstehe, sehr gut Hugo, komm mit Aber der Jahrmarkt Na los Wir dürfen da nicht rein? Warte mal Wir können doch bestimmt hier irgendwie Außenrum irgendwie uns rein sneaken oder so Oder? Über die Leiter hier? Geht das? Lass mich doch mal hier durch Kann ich nicht Schau So Nicht hier durch Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel 20 Äpfel? Was ist das für ein Karren? Du schlägst mich nicht, du Kleine Schnecke Was? Dir zeige ich's Ach ja? Dann auf drei Eins Zwei Drei Hey Ich wollte doch zum Jahrmarkt Ich dachte, wir können uns so rein sneaken Ich bin direkt hinter dir Du schlägst mich nicht Wollen wir retten? Schon gut, schon gut Du hast gewonnen Ja 20 Äpfel 20 Äpfel Nee Geschafft, Lukas Hast du denn auch alles? Das Johannesgrau und den Weißdorn und das? Alles da Gehen wir Alles da Gut Auf geht's Auf geht's Mami ist hier Ja Warum sehen Sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden Weil sie mich nicht mehr mag Hugo, sie... Sie hatte etwas zu erledigen Das stimmt nicht, aber ist auch egal Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein Sehr gut Hey Hey, Hugo Ja Findest du mich hübsch? Ha! Du bist hässlich Richtig hässlich Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft Hä? 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 Lukas Hey Hä? Hä? Hilfe Die Fliege greift an Ha? Ah Ah Okay, meine Wicke Hm 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 rumors ersch ay sie 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 at Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das war jetzt das Ende Dann würde ich nochmal kurz abmoderieren und würde sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt Danke fürs Einschalten und lasst uns gerne wissen, ob es euch gefallen hat Und ansonsten sehen wir uns gerne bei einem nächsten Projekt wieder bei uns Und bis dahin sag ich erstmal, ein Go! Vielen Dank!